Also Ostriff, was ist es denn, was hinter diesen mysteriösen Narben steckt? Die meisten von euch werden vielleicht schon mal rumgesehen, oder rumgesehen haben, genau gesehen haben, wenn sie rumgesappt sind durch Steam, dass es ein Aufbauspiel ist. Tatsächlich ist es auch genau das, ein Aufbauspiel, bei dem wir uns im Zeitalter der... Ist es die Industrialisierung? Ein bisschen früher, ich glaube im 18. 19. Jahrhundert, darum so ungefähr, um diese Zeitwende herum, ein Dorf aufbauen, und zwar in Osteuropa. Ostriff hat also nicht nur Ost in Narben drin, sondern spielt auch im osteuropäischen Setting. Der Entwickler hinter diesem Spiel ist nämlich ein Ukrainer, ein einzelnes Studio, der tatsächlich auch dadurch, dass der Krieg ausgebrochen ist, also aktive Kriegshandlungen im Jahr 2022, Anfang des Jahres, das dann dazu geführt hat, dass er eine kurze Zeit lang das Spiel einstellen musste von den Entwicklungen her, weil er genau im Kriegsgebiet gelebt hat, musste, glaube ich, wenn ich die Geschichte richtig verfolge, könnt ihr gerne auf Steam nachsehen. Da sieht man das sehr gut, musste zu seinem Bruder fliehen, mit seiner Familie zusammen. Ich glaube, sein Haus wurde auch dabei erwischt bei den Kriegshandlungen und hat sich dann aber irgendwann gedacht, okay, hey, für uns geht das Leben trotzdem weiter, nach diesem Angriffskrieg, der gegen uns geführt wird. Also werde ich mein Spiel weiterentwickeln. Und so kam im Juni ungefähr, also Mitte des Jahres, das Update Alpha 5 raus. Und das würde ich gerne mit euch hier drin spielen. Ostriff ist nämlich nicht nur ein Spiel, bei dem man sagen kann, hiermit unterstützt ihr jemanden, der wirklich, der wirklich, denen es wirklich kacke geht. Das kann man, glaube ich, wirklich so auf den Punkt bringen. Ähm, sondern hiermit kriegt ihr auch ein Spiel, das wirklich schön ist. Und das kann man auch sagen. Denn viele der Mechaniken, die Ostriff drin hat, kennt ihr aus Männerlords. Nur, dass Ostriff vor Männerlords bereits als spielbare Version verfügbar war. Also zum Beispiel solche Sachen wie Garten anlegen für eure, äh, für euer, für eure Häuser, damit sie Selbstversorger sind. Dass ihr Gelände abstecken könnt, wo genau wollt ihr diese Person haben. Dass ganze Familien dann dort in diese Häuser einziehen und im Rahmen der Selbstversorgung, ähm, versuchen sich am Leben zu halten und ähnliches. Und das Schöne bei Ostriff ist noch mit dabei, dass wir dabei sehen, wie unser Dorf immer, immer größer und auch moderner wird. Wir haben hier drin keine Technologiebäume, wenn ich mich jetzt noch richtig erinnere. Auf jeden Fall nicht in der Art, dass wir durch die Zeit voranschreiten, sondern wir haben am Anfang kleine Holzhütten, Entschuldigung, und kommen dann hinterher zu Mehrfamiliensteinhäusern hin, die wir uns auch dort aufbauen können. Wie gesagt, das Ganze so 19. Jahrhundert ungefähr angesiedelt. Also weit vor dem, was im Männerlot zum Beispiel dabei ist, auch wenn manche Mechaniken gleich daran sind. Das ganze Spiel ist momentan nur auf Englisch oder auf Ukrainisch spielbar. Wenn ihr eine der beiden Sprachen perfekt könnt, dann ist es auf jeden Fall was für euch. Ob es eine Deutschmod gibt, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob es mal auf Deutsch erscheinen wird. Wie gesagt, durch diese, äh, durch das, was halt beim Entwickler zu Hause passiert, ähm, sind natürlich dann auch bestimmte Sachen, äh, gar nicht so unbedingt möglich. Im besten Fall wäre es eigentlich so, dass zum Beispiel ein Publisher wie Hooded Horse, ne, Hooded Horse? Haha, vielleicht schlage ich denen das mal vor. Ich habe ja einen guten Kontakt zu Hooded Horse, dass die quasi, äh, auf Ostriff zugehen würden und dann das Publishing übernehmen würden, wodurch dann auch sichergestellt werden wird, Hooded Horse hat die Richtlinie, dass auch eine deutsche Sprache dabei rauskommt. Aber das ist jetzt zu viel, äh, zu viel, äh, Nudelsuppenleserei, sage ich mal, ne? Wir werden heute ein komplett neues Dorf starten. Wir haben nämlich schon einmal reingespielt gehabt. Ich würde gerne hier mit euch aber zwei, drei Streams machen, damit wir mal ein größeres Dorf aufbauen können. Wie gut wir da reinkommen, das ist hinterher nochmal die wichtige Frage. So, so viel dazu. Dick Pit, einen wunderschönen guten Morgen, Metal Priest, moin, Hightower, grüß dich. Ich zugucke, hallo, und Mr. Haysi, ein wunderschönes Moin, Moin, natürlich auch an dich. Das ist der Stand der Dinge hier drin. Wir können mal in die Option reingucken. Hier seht ihr nämlich unten, dass eine Sprache möglich ist, aber das hier ist, das ist ukrainisch halt in dem Falle. Ähm, und sonst, schöne Musik und alles mit dabei, aber ist noch sehr rudimentär. Wir machen V-Sync auf jeden Fall aus. Ist sonst ein bisschen rudimentärer gehalten, aber lasst euch davor nicht abschrecken. Gerade wenn ihr im Spiel reingeht, die Grafik sieht jetzt nicht aus wie beim City Skyline 2, aber trotzdem sieht die Grafik schön aus. Ich bin auch derjenige, der sagt, dass eine Grafik, ähm, nicht... Wie, ja, wie drücke ich das denn jetzt aus? Eine Grafik muss stimmig sein und nicht aussehen wie fotorealistisch. Ich glaube, damit kann man es am besten anfangen. Wir gehen auf New Game. Hier können wir uns am Anfang aussuchen, auf welcher Karte wir starten wollen. Neun Stück gibt es hier insgesamt drin. Ähm, ein NIT, ein V-Hack, ein wunderschönen guten Morgen, auch ein Licht. Und wir sehen auch, wie viele Ressourcen sich da drauf befinden. Oh Gott, jetzt, ich wollte gar nicht auf die Karte... Ich gehe nochmal kurz zurück. Ich wollte nämlich nicht auf... Ich habe das Spiel geschlossen. Ja, ähm... Das Tor, das erste Tor ist gefallen, bevor das Spiel angefangen ist. Schlag-Wunderschönen guten Morgen, hallo. Äh... Blind House, grüß dich. So, New Game. Haben wir. Da drauf wollte ich gehen, nicht auf die Karte. Ja, also, äh... Verschiedene Maps. Ihr seht auch immer drauf, welche Ressourcen es hier zum Beispiel gibt. Eine Unlimited Limestone, Limited Stone, Unlimited Iron Ore, Limited Stone, Limestone, ähm... Und, 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 und... Tatsächlich würde ich gerne die hier mit Iron Ore nehmen. Ähm, und wir könnten dann... Wobei, wir könnten auch die hier nehmen. Ich weiß jetzt gerade nämlich nicht, ob die anderen Ressourcen trotzdem auf allen Karten sind. Vielleicht könnt ihr mir dabei helfen. Eisenerz ist auch trotzdem auf den anderen Karten drauf, oder? Oder ist das nur auf der Karte dann drauf? Damit ihr mir vielleicht was, äh, sagen könntet. War eine gute Präsentation, Ranger. Ja, man muss es manchmal auch kurz und knackig halten, ja. Die durchschnittliche Zuschauerzeit auf, äh, auf YouTube ist auch mittlerweile bei 8 Minuten. Also, von dem her, die ist nochmal von 10 auf 8 Minuten runtergegangen. Für Jona, wunderschönen guten Morgen. So, ähm... Es gibt nur die eine Karte mit Eisen. Auf den anderen muss man es importieren. Ah, okay. Ähm, dann werde ich jetzt mal die Frage an euch stellen, liebe Leute. Es gibt nämlich zwei Punkte, die ich vielleicht dann gerne mit euch machen würde. Entweder wir nehmen die Karte mit Eisenerz, na, wo der Fluss sich hier durchschlängelt. Oder wir nehmen die Karte mit der kleinen Insel hier drauf. Weil ich mir da nämlich auch was Schönes vorstellen kann, äh, bei der Map 6. Deswegen seid ihr jetzt dran. Eins, wenn wir die Karte mit dem Eisenerz nehmen sollen, die sich hier so darstellt. Mit dem Wald, das ist das Dunkle und der Fluss. Zwei, wenn wir die Insel mit dem Eis, äh, wenn wir die Karte mit der Insel nehmen sollen. Wo wir dann quasi hier auf dieser kleinen Insel so ein bisschen die Innenstadt bauen können. Und dann drumherum nur ein kleineres Dörf, äh, Dörflein dann, ähm, angehen. Einige Uneinigkeit, sag ich mal. Kann ich mal Sport machen? Ja, da, gut, da fallen wir, ich gucke mir auch gerne längere Videos an, da fallen wir raus. Letztens habe ich mir erst das Victoria 3 Video von Steinwall angeschaut. Eistorm, grüß dich, hi. Ähm, ja, ich, keine Ahnung, was jetzt das, was jetzt das Ergebnis davon ist, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ne, ich glaube, ne, ich glaube, die Eins ist mehr genannt worden. Rollplay-Gammel, moin, moin, moin. Oder? Die Zwei. Freeman hat entschieden. Der kam nach Stop the Count mit nach Zwei. Freeman, du hast entschieden. Wir nehmen Map 6 und werden auf dieser Spiel. Wir können es ja importieren. So. Eisdorf hat es auch nochmal geschrieben. Also gehen wir hier drauf. So, meine lieben Leute. Das hier ist das Spiel. Erstmal Pause machen. Das hier ist das Spiel. So schaut es aus. Eine leere Karte, wie ihr seht. Oh, aber sehr flüssig. Es läuft noch flüssiger als im... Das kann ja gar nicht sein. Oder es kam ein Powered Fix, das raus. Es läuft noch flüssiger, als es im Sommer lief, als wir das erste Mal reingeschaut haben. Oh, die Ladezeit. Geil, oder? Keine Ladezeit vorhanden. Und das ist natürlich alles relativ leer. Es ist wenig Profil in der Karte selbst drin. Gut, jetzt muss man sagen, das Spiel spielt in Osteuropa. Da gibt es halt nicht so viele riesengroße Berge. Das ist ja auch einer der Gründe, warum zum Beispiel der Matsch, die... Der Rasputiza, so einen großen Einfluss dann auf Panzerbewegungen hat und ähnliche. Ich habe einen militärischen Hintergrund. Das merkt man dann bei solchen Spielen auch mal. Naja, und hier werden wir uns jetzt eine schöne kleine Stadt bauen. Und zwar werden wir diesen Fluss nutzen als ein Flüsschen, mit dem wir hinterher auch schön agieren können. Und wir werden in der Mitte dieser Insel hinterher auch eine Innenstadt reinsetzen. Dabei fließt im Sommer noch viel mehr Schweiß. Da muss was heißen. Ja, bei mir fließt immer Schweiß. Und dann können wir hier anfangen, außerhalb unser Dorf erstmal hinzubauen. Machen wir das mal hier drüben. Machen wir das mal hier drüben. Mit Schuhs, Camp Location. Wir gehen in die Nähe von dem Holz selber. Erstmal, indem wir hier drauf klicken. So, und das werden wir dann... Oh, können wir nur auf der Seite bauen? Wir können nur auf der Seite bauen, weil wir keine Brücke haben. Verdammt nochmal, verflucht seist du, Startposition. Dann setzen wir das mal hier hin. Das wird sowieso hinterher verschwinden. Also, so. Okay. Wenn wir nämlich unser Dorf hier hingesetzt haben, dann seht ihr alle unsere Leute, die wir momentan haben. Das sind alle Dorfbewohner, die zu uns gehören. Da, Kardrach, wunderschönen Moin. Hallo, ich grüße dich. Kapaten sind also Flachland? Ja, auch. Haben wir angefangen, ein ganz viel Video zu sehen. Weil ich sehr müde war. Darum muss ich nochmal beginnen. Also, das ist jetzt etwas mehr als 8 Minuten. Den Fluss nutzen, indem wir gepflegt alles in ihn hineinkippen, so wie es sich gehört. Ja, genau. So, hier haben wir zum Beispiel Pavlo Samili. 35 Jahre alt. Wir sehen auch die Bildung, die hinterher einen wichtigen Faktor spielen wird. Und vor allem die Qualität von den Sachen, die er hat. Also, Kleidung, wie warm ist die Kleidung? Und was für ein Schuhwerk hat er hier insgesamt? Da haben wir jetzt schon die ersten Punkte, die sehr wichtig sind für diejenigen, die sehr gerne detailverliebt in Spielen sind. Die gerne sich so sehr da drin verlieren, dass es heißt, nach dem Motto von Volker wertig, What you see is what you get. Nämlich, alles was ihr hier seht, wird hinterher auch von denen genutzt. Also, diese Bänke hier, die Holzstämme, sind Bänke, auf die sie sich setzen, um am Lagerfeuer zu sitzen. Diese Holzkarren sind hinterher auch die Karren, die sie benutzen, um Ressourcen von A nach B zu tragen. Oder dieses Holz hier, ist es das Holz hier oder hier drin, wird auf jeden Fall hinterher auch weggenommen. Also, wenn Holzbalken weggetragen wird, ist dieser Holzbalken dann dort weg. Na, Jeni, ein wunderschönen Morgen noch hatte ich. Kaffee, jawohl! Ja, nicht? Ihr muss Render-Podcast auch immer drei bis vier Mal hören, bis ich durch bin. Einfach eine angenehme Einschlafstimme. Stop it, you! Es hat auf jeden Fall einen sehr hohen Wuselfaktor. Und bevor ihr euch jetzt denkt, diese Zelte, die hier stehen, was soll ich denn damit, hinterher noch, die werden, die verschwinden auch. Wenn ihr also ein Haus gebaut habt für Familien, zum Beispiel hier, für die Familie Schottenhoff, ich kenne kein Russisch, Schovnitski-Family, dann verschwindet das Zelt auch. Also, dann bauen die das Zelt ab und dann hauen die ab, ne? So, also fangen wir mal damit an. Hier oben haben wir so ein paar Missionen, die uns am Anfang ein klein wenig durchführen, indem wir jetzt hier eine Försterei bauen. Die Försterei baut hier drin auch unsere, so, baut hier drin auch unsere Bäume ab. Die haben wir hier oben. Produce this wood, firewood and bark from nearby trees. Also, die holzt einfach das Gesamte ab. Wir sehen, wie viele Ressourcen die kostet. 7400 Holzbretter, 148 Nägel, denn auch Nägel sind hier drin etwas, was ihr benötigt. In der Mitte habt ihr dann so eine kleine, äh, so eine kleine Übersicht, wo ihr drin steht, wie ihr es rotieren könnt. Ihr könnt aber auch einfach Steuerung gedrückt halten. Warte mal. Äh, ne, T und R könnt ihr einfach gedrückt halten. So. Und könnt das dann hier hinsetzen. Dass wir dann zum Beispiel sagen, okay, den setzen wir direkt hier rein. So. Daraufhin fangen die Leute an, sich jetzt zu sammeln und die Ressourcen dorthin zu tragen. Wichtig ist an der Stelle das Spiel Nino, wunderschön moin und Dirk Killa auch an dich wunderschönen guten Tag. Das Spiel ist ein bisschen langsamer. Ukrainisch. Entschuldigung, Hightower. Ukrainisch, äh, nicht russisch. Ukrainisch. Ähm. Also ich weiß, wir wissen, dass das Spiel ukrainisch ist, aber es ist noch eine andere Sprache. Müssen wir auch dabei beachten. Ganz klar. Ähm. Und das ganze Spiel ist ein bisschen langsamer. Das heißt, das dauert auch mal ein kleines Stück, bis man hier vorangebaut ist. Ihr könnt dafür aber auch die Sache einfach auf zwölffache Geschwindigkeit stellen. Oder fünffache Geschwindigkeit oder einfache Geschwindigkeit. Wir lassen das jetzt mal so ein bisschen so laufen, weil wir, äh, die eine oder andere Erklärung nochmal mit reinnehmen. Warte, wunderschönen guten Morgen. Was kann es Schöneres geben, als auf Arbeit während der Frühschicht Ranger zuzusehen? Wie er eines meiner Lieblingsspiele spielt. Das hört sich doch super an. Und ich wünsche dir eine ruhige Geschichte. Textman, vielen lieben Dank für deinen Sub im dritten Monat und für die Unterstützung von Mission 350. Guten Morgen. Toller Content, toller Humor und klasse Creator. Weiter so. Vielen lieben Dank für die lieben Worte. Sehr, sehr lieb. Da geht mir mein Herz auf, so früh am Morgen. Dankeschön. Osttiv-Spiel in der Ukraine. Äh, das weiß ich. Das weiß ich. Aber man muss ja sagen, ähm, also, wenn wir mal geschichtlich zurückgehen. Renascon, vielen lieben Dank erstmal an dich für deinen Sub im elften Monat. Ähm. Ähm, die Sprachen sind natürlich sehr ähnlich. Und es gibt natürlich auch bestimmte Gründe, warum manche ukrainischen Familien noch die russische Sprache sprechen. In der Geschichte begründet die Kiewa Russ, ne, aus denen hinterher dann Russland hervorgegangen ist. Und aus denen die Ukraine hinterher hervorgegangen ist. Enge Geschichte durch die, äh, durch den, durch den Ostblock und ähnliches. Ähm, weswegen dann jemand wie ich, der ungeschult da drauf schaut, dann natürlich denkt, ja, alles klar, das muss ja alles russisch sein. Aber hier ist natürlich ukrainisch eine eigene Sprache. Und ukrainisch könnt ihr auch im Menü auswählen als eigene Sprache. Und die Familiennamen orientieren sich auch da dran. Ne? Ja, nur, äh, damit es einmal, damit ich es nur einmal gesagt habe. Sergeant Pleihagel, wunderschönen Morgen. Und wie war ich hier ein wunderschönes Moin? Eckwart's Moin. Hallo. So, nur damit, nur damit auch mal ein bisschen, ne, ein Bildungsauftrag dabei erfüllt wird. Ähm, wenn ihr euch das Spiel holt, das gibt's nicht auf Gamesplanet, glaube ich. Das gibt's nur auf Steam. Wenn ihr euch das Spiel holt, ähm, also falls ihr, falls ihr Fans davon seid, dann unterstützt ihr halt auch direkt den Entwickler, der in einem Kriegsgebiet dann lebt. Und, ähm, ja, könnt, könnt ihnen dann dabei helfen. Ich bin mal gespannt, ob heute, wenn ich das noch ein paar Mal erwähne, irgendwann so ein Schwurbler reinkommt, der sagt, äh, 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 die haben angefangen. Die Ukraine hat angegriffen, hab ich genau gesehen. Ich warte nur darauf, damit ich den ersten, den ersten Schwurbler, der ankommt, erstmal schön katata, bisschen, bisschen antäuschen und dann Dropkick ins Gesicht aus dem Leben rausstehlen kann mit dem Bannhammer. So, ungefähr. Das war jetzt viel Action für so ein Aufbauspiel, aber wir gehen trotzdem nochmal zurück. Ihr seht jetzt hier, na, sieht ein bisschen aus wie bei den Amisch, aber ihr seht, wie auf jeden Fall hier auch nochmal das Fundament gesetzt wird. Wie verschiedene, ähm, wie verschiedene Pfosten überall hingepackt werden, wie die Balten quer darüber gelegt werden, äh, wie einfach jeder Schritt einzeln nochmal rangepackt wird. Und ich liebe das einfach. Das sind so Sachen, gerade am, am Morgen kann ich die, ähm, kann ich die so gut nachvollziehen. Ah, es macht Spaß. Tiger Yeti, moin, grüß dich. Ich habe so einen schwurbelnden Arbeitskollegen, oh Gottes Willen. Das ist das Gute, das hatte ich nicht. Also, gerade in dem Bezug, weil sonst hätte man, sonst, hätte man sich Sorgen machen müssen, um ehrlich zu sein. So. Ein Arbeitskollege meinte zu mir, dass, äh, viele Ukrainer und Russe sprechen gar kein Ukrainisch. Das kann ich natürlich nicht sagen, aber wir müssen natürlich sagen, dadurch, dass dieser eiserne Vorrang existiert hat, so nennen wir ihn einfach mal, äh, der Warschauer Pakt und ähnliches. Ich meine, da müsste ja nur mal, äh, äh, die, die Generation knapp vor mir. Ich bin ja Generation Act, äh, ich bin Generation, äh, Z bin ich natürlich, weil ich bin ja 2156. Aber theoretisch könnte ich Generation Y sein, über die nie jemand redet. Und, äh, die Generation vor mir, die im, äh, in der DDR groß geworden ist, spricht ja auch teilweise Russisch. Also nicht als Hauptsprache, ne? Aber auch die haben natürlich die Fähigkeit gelernt, dann Russisch zu lernen, weil es halt einfach so wie Englisch bei uns gewesen ist, ne? Bergari und Moinsen, auch an dich. Generation Ranger. Hat das Spiel ein Förster? Sehr gute Frage. Wir bauen ja auf jeden Fall gerade eine Force-Story hin. Müssen wir hinterher noch mal schauen, ob es das, äh, ob es das gibt. Wir können gleich mal die Gebäude alle durchgucken. Gehen wir mal zum, äh, Spiel zurück, bevor ich mich jetzt hier verliere. Liran, seinen wunderschönen guten Morgen. Äh, und nur als kleine Sache zusätzlich dazu, ne? Wenn ihr neu hier seid und Strategiespiele mögt, aller Art von A wie Aufbau bis Z wie Zerstörung, wobei im Moment ein bisschen viel Aufbau ist, weil ich einfach gerade die Phase dabei habe, dann lasst sehr gerne ein Follow da. Äh, morgen gibt's zum Beispiel um 9 Uhr Workers and Resources, passend dazu. Und ich freue mich immer über Follower. Das ist so ein, so ein kostenloses Ding, mit dem ihr mein Herz erfüllen könnt. Gucken wir mal hier drauf. Ihr seht hier, ähm, den Bauvorschritt. Ihr seht hier sogar, welche Ressource zu welchem Baufortschritt benötigt wird. Also, wir brauchen Holz und Nägel, bis wir, bis wir hierhin gekommen sind. Dann wird so viel Holz und Nägel werden hierhin gebracht. Und sobald die da sind, wird bis zu diesem Abschnitt schon mal gebaut. Also Fundament beispielsweise gesetzt. Ihr lernt guten Morgen. Danach brauchen wir Arbeitskraft. Das ist dann halt dieser Schritt, dann wird das gebaut. Danach muss erstmal wieder, Holz und Nägel müssen dann erstmal wieder hierhin gebracht werden. Dann wird wieder ein Stück gebaut. Und erst danach können wir weiter, also Schritt für Schritt, Stück für Stück, baut sich das immer mehr auf, was wir hier insgesamt haben. So. Und genau damit, genau damit können wir uns dann immer wieder ansehen, wo wir uns gerade bautechnisch befinden. Ein wunderschönen guten Morgen. Hallo. Um Arangers Herz zu entzücken. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Hier unten sehen wir dann auch, wie viele Ressourcen dann schon da sind. Und wir sehen vor allem auch, das seht ihr nicht, wir sehen vor allem auch unter meinem Bildschirm, wer alles dort genau arbeitet und was die gerade zu tun haben. Also die müssen sich natürlich auch ausruhen, äh, zu bestimmten Zeiten. So. Wann gibt's eine neue Podcast-Folge? Am Donnerstag ist erst eine rausgekommen. Äh, die Ex ist teure Beta oder, ähm, oder notwendige Segen. So hieß die. Und nächste Woche, Donnerstag, kommt ein Podcast zu Viktoria 3 und im neuen Update raus. Ähm, wir gucken uns mal das Hauptmenü in der Zeit an. Was sehen wir denn alles hier? Zu welcher Zeit spielt denn das Spiel? 1721. Also im 18. Jahrhundert spielt das Spiel. Ist wie Benisch, also ohne Kampf. Ich glaube, dass Kampf, äh, mal im, im, äh, im Gespräch gewesen ist, aber aufgrund dessen, was halt in der Ukraine passiert ist, rausgenommen wurde. Oder nicht mehr weitergedacht wurde. Weil halt der Entwickler keine Lust mehr hatte auf Krieg. Verständlicherweise. Ähm, mit Harry, moin. Und vielen lieben Dank, Franz, für den Follow. Hier oben haben wir dann, wie habe ich euch schon gezeigt, den Gamespeed. Wir haben hier nicht nur die Jahreszeit, die uns angezeigt wird, sondern wir sehen auch den Fortschritt im Jahr selbst. Wir haben jetzt März. Der ist besonders wichtig für uns, weil wir nämlich auf die Jahreszeiten Rücksicht nehmen müssen. Im Winter ist halt auch Winter und dann können wir nicht einfach anfangen, Agrarwirtschaft zu betreiben. Wir müssen uns also darauf wappnen, wenn der Winter kommt, dass wir genug, ähm, genug, äh, Essen zum Beispiel haben. Dann haben wir hier eine Übersicht über alle Leute, die wir bei uns im, Autosave, über alle Leute, die wir bei uns haben. Also nine men, äh, nein, women. Das bedeutet also auch, wir müssen immer unterscheiden. Nicht alle Jobs können von allen gemacht werden. Und wir sehen auch, wie der Migrationsstatus ist. Also wodurch wir die Migration erhöhen können. Wir haben jetzt keinen Markt, wir haben keine Häuser, wir haben keine, keine Jobs. Das ist natürlich schlechter, dass die Leute migrieren. Wir sehen hier einmal, wie viel Gold wir haben und wir sehen auch da drunter, wie viele Ressourcen wir insgesamt haben. Wir können auch da draufklicken, um uns die ganzen Statistiken anzusehen. Einmal von der Wirtschaft an sich, wo wir auch hinterher sogar, äh, die Steuern erhöhen oder senken können. Für unsere Häuser, für Apartments da drin, also für Wohnungen. Wie teuer sind Land, Taxes denn hier drin? Also, und Erwerbsteuer, ja. Äh, Tavernensteuer, also Biersteuer und so weiter und so weiter. Da gehen wir hinterher nochmal im Detail drauf ein. Ressourcen können wir uns dann nochmal hier ansehen. Hinterher gibt es auch noch Grafiken dazu. Und die Population und die Veränderung der Population können wir uns auch nochmal mit hier drin angucken. Und ihr seht, was es hier noch hinterher alles gibt. Also ganz viele verschiedene Dinge. So, hier drüber sehen wir nochmal Message-Log. Passt. Hier oben sehen wir, was gerade gebaut wird. Unsere Mission. Hier unten haben wir unsere Karte, die wir dann auch immer mal wieder zurückdrücken können. Zu World Map. Und auf der World Map, die ist wichtig für uns, weil wir mit den verschiedenen Dörfern drumherum hinterher handeln müssen. Das ist ein wichtiger Punkt. Dann haben wir einmal Info-Overlays, die wir uns hier anschauen können. Wir können zu unserer Town Hall gehen, die jetzt im Moment nur das Camp Center ist mit diesem Zelt. Und wir können in der Hilfe alles nachgucken, was es im Spiel gab. Und uns nochmal genauer da drin belesen. Und das wird für uns vor allem dann wichtig werden, wenn wir auf die Steuern eingehen. Weil die Steuern einen großen Einfluss haben. Es ist Aufbau-Survival. Genau, so in die Richtung kann man, glaube ich, sagen. Geht das ein bisschen. Für den Aufbau brauchen wir auch keinen Kampf. Das wäre mal ein interessantes Thema, worüber man intensiv sprechen könnte. Und gucken wir uns jetzt mal an. Erstmal haben wir hier Build Houses for all families in the camp before winter comes. Das ist wichtig. Neun Häuser müssen wir nämlich jetzt bauen. Dafür können wir mal hier draufklicken. Und hier sehen wir alle Häuser, die im Spiel drin sind. Auch alle von vornherein freigeschaltet. Da müsst ihr euch keine Gedanken machen, ob ihr noch irgendwo durch den Forschungsbaum durchgehen wollt. Und Forschung gibt es hier so in der Form nicht, dass ihr darüber Häuser nicht freischalten könnt. Wir brauchen erstmal die hier. Die Village Houses with a garden. Oder wir können auch ganz normale Village Houses bauen. Die müssen nicht alle einen Garten haben. Ich will euch aber trotzdem mal gerne einen mit Garten zeigen. Den lassen wir mal hier hin rotieren. Wo bauen wir das hin? Dawn of Man. Dawn of Man habe ich nicht so viel gespielt, weil mich das irgendwie nicht so kurz abgeholt hat. Aber das kann auch sein, weil ich es nicht im Stream gespielt habe. Wo setzen wir es denn hin? Setzen wir es hier? Ich glaube, wir setzen es hier hin. Warte mal, ich habe eine Idee. Wir setzen es mal hier hin. So. Finn Finnigan. Wunderschönen guten Morgen. Hallo. Na, ne. So meine ich das jetzt nicht. Wir demolischen das jetzt nochmal. So. Ich will nämlich das Haus ein bisschen anders hinsetzen. Ich mache also nochmal Pause. So. Setze das dann hier hin. Und jetzt drücke ich F1. Und das, was vorgefertigt ist, können wir jetzt ganz leicht ändern. Das hat sich nämlich jetzt hier festgesetzt. Und mit F1 können wir es dann customisen. Das bedeutet, wir können einerseits den Garten größer machen. Den Zaun größer machen. Zum Beispiel, indem wir uns so hinstellen. So. Und wir können auch das Haus ein bisschen verschieben. Das wird hinterher wichtig werden, wie lange die dann zum Eingang brauchen. Aber das ist jetzt auf dem Grundstück selbst gar nicht so schlimm. Und könnten dann beispielsweise sagen, damit es nicht ganz so symmetrisch wird, dass wir es dann... Wartet. So zum Beispiel hinsetzen. Und dadurch alle einzelnen Häuser ein bisschen, zumindest ein ganz kleines bisschen, individueller aussehen. Und selbst dieses Spiel bekommt es besser hin mit dem Terraforming als hier die Skylines. Hier wird einfach ein Fundament drunter gesetzt. Der einfachste Weg, das in Aufbauspielen zu machen. Aber naja. Und mit Enter bestätigt ihr das dann. Und dann wird es dann dorthin gebaut. Nicht nur sieht es sehr schön aus, die bauen auch... Genau, die sind dann Selbstversorger in dem Fall. Erolyt, einen wunderschönen guten Morgen auch an dich. Hallo. So, so bauen wir heute auch direkt nochmal einen zweiten. Den können wir dann... Ihr seht auch, die snappen aneinander dran. Das heißt, den werden wir dann einmal hier verbessern. Und... Den setzen wir... Hier rüber. So. Enter. Fertig. Der Stream braucht eine OCD-Trigger-Warnung. OCD? Ähm... Der hat keinen wunderschönen guten Morgen. Was ist der OCD? Oder wenn ich... Stehe ich gerade auf dem Schlauch? Ähm... Niki, das kommt ganz darauf an. Ich glaube, du kannst es auch mit dem Game Pass ein bisschen ausprobieren. Äh... Ich habe Spaß gehabt in den Stream, den wir gemacht haben. Ähm... Aber jetzt so nach einer Woche hat es mich selber auch nicht mehr angesprochen. Ich weiß nicht, ob der Humor sich so lange trägt. Das ist so ein bisschen die Frage. Weil das Spiel setzt hauptsächlich auf den Humor. Die Gameplay-Mechaniken, die Spielmechaniken an sich, die sind nicht sonderlich. Also... Sie sind nichts Neues. Sagen wir mal so. Das Spiel traut sich an sich wenig. Nur im humortechnischen Bereich. Obsessive-Complusive-Disorder. Ach so. Habe ich im Studium gehört. Aber deswegen kann ich es nicht mehr. Weil alles, was im Studium dran war, kenne ich nicht mehr. So. Schiefe Häuser. Ah, ihr seid mir welche. Das bleibt jetzt so. Ähm... Nehmen wir mal jetzt den nächsten Punkt. Wir müssen ja auch noch Leute hier drin einstellen. Hier ist nämlich jetzt gerade... Wir sehen hier Marked Trees to remove. An Marked Trees. Wir können sagen, manche Bäume sollen gar nicht erst umgefällt werden. Manche Bäume können wir dann wieder aufheben, dass sie gefällt werden sollen. Und wir können Plant Trees machen. Also es ist ja auch nicht nur ein Sägewerk, sondern auch eine Försterei gleichzeitig. Jetzt müssen wir unter meinem Bildschirm drunter Arbeiter dafür festlegen. Wenn wir dorthin packen. Wir können ja auch zum Beispiel Resource Supply hinterher nochmal mit anschauen. Higher Options können wir festlegen. Also wie viel Geld sollen die zum Beispiel bekommen. Ähm... Nur damit das einmal da zugepackt ist. Dann können wir da mit einem Klick drauf, werden dann die Leute zugewiesen. Einer, der nichts zu tun hat, wird direkt dorthin gebracht. Und andere werden dann erstmal gesucht. Das seht ihr über das High Ring Symbol. Wenn wir dann zwei Stück da haben, dann haben wir erstmal die Mission hier oben gebracht. Create a clay pit to dig clay for your houses. So, wir brauchen jetzt auf jeden Fall auch Clay dazu. Gehen wir also einmal ganz kurz... Am Anfang ist immer ein bisschen Erklärung, ihr wisst's. Aber gehen wir mal ganz kurz diese Bauoptionen durch. Das hier sind alle unsere Häuser. Das hier ist alles rund ums Wasser. Das hier ist alles, was unsere Produktion ist. Samt nächster Seite. Seite also zwei Seiten voll mit Produktion fast. Dann haben wir einmal Trade and Transport. Auch wichtig für uns. Ähm... Dann haben wir Government. Decoration. Verschiedene Bereiche. Bildung. Wohlstand. Und Religion. All das wird noch mehr erweitert. Weil wir sind jetzt in der Alpha 5. Wir befinden uns immer noch in einem Early Access Spiel. Ähm... Aber... Die Entwicklung geht halt ein bisschen langsamer voran. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Und das ist ein einzelner Entwickler. Wir sollen Clay Pit jetzt machen. Ähm... Wir können gucken, wo wir das Clay Pit hinsetzen können. Da, wo es grün ist vornehmlicherweise. Können wir dann zum Beispiel oben hinsetzen. Machen wir es mal... Machen wir da hin. So. Weil die brauchen wir nämlich hinterher. Weil die brauchen hier nämlich Clay. Die brauchen... Ton. Da wirst du moin moin. Wird da nichts freigeschaltet? Alles am Anfang verfügbar? Alles am Anfang verfügbar. Du kannst aber nichts davon bauen direkt. Also hier brauchen wir zum Beispiel Ziegelsteine für. Um die bauen zu können. Und dafür musst du erstmal höhere Produktionsketten machen. Also es kommt ein bisschen drauf an, wie schnell du durch die Produktionsketten durchgehst. Also theoretisch kannst du die ganze Stadt am Anfang schon als Großstadt auslegen. Praktisch musst du dich langsam aber sicher so ein bisschen da durchwurscheln. Wir bauen mal in der Zeit weiter Häuser. Ähm... Schauen wir mal hier hin. So. Hier will ich aber auch mal wieder erweitern. Gerade wenn wir hier viel Platz haben, ja? Think big! Das ist sowieso etwas, was man viel häufiger in meinen Aufbauspielen machen sollte. Groß denken. So. Voll wunderschönen guten Morgen. Und bestätigen. Haben wir auch. Gott. Es juckt. Ah! Und wenn wir dann jetzt gleich... Also das hier müssen wir erstmal nach vorne packen. In Q. Äh... So. Das können wir hier oben einfach verschieben. Und dann haben wir hier eine andere Priorisierung auf einmal mit dabei. Dann können wir hier mit der Geschwindigkeit erhöhen. Ihr seht auch, die Handkarren setzen sie dann wieder dorthin. Und gehen dann rüber und setzen dann auf einmal hier den Claypad raus. Da fangen sie jetzt immer an. Da muss man auch keine Arbeiter zuweisen. Da fangen sie immer an, sobald sie Clay brauchen, dass da irgendeiner hingeht. Zum Beispiel mit diesem Karren. Das dann alles voll lädt. Und dann direkt einmal zur Baustelle hinbringt. Also das müssen wir nicht zwischenspeichern. Das ist auch eine schöne Sache dabei. Dann seht ihr, wie langsam aber sicher sich dann das nach oben wölkt. Ah! Bäume markieren nicht vergessen. Stimmt, 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 stimmt. Bäume markieren haben wir noch gar nicht gemacht. Äh, so. Da können wir dann so ein bisschen hier rumgehen. Nehmen wir mal erstmal die anfänglichen hier weg. So, alle, die dann hier sind. Zack! Mike, wunderschönen guten Morgen. Und dann einmal rechtsklick. Dann haben wir es weg. Ja, ist alles markiert. Sehr schön. Hinterher wird es so sein, dass wir hier eine Straße bauen, die dann in einer Brücke mündet. Und diese Brücke wird dann hier rüber gehen. Ich will nämlich diesen, dieses, äh, diesen Fluss hier recht eng zubauen, dass hier in so einem Großstadtfeeling aufkommt. So, eigentlich konzentrieren wir uns nur auf den Fluss hier, um genauer zu sein. Schaut mal, wie schön das war. Also, die Sonne reflektiert immerhin schön. Ich meine, heutzutage soll es wohl keine, kein Hexenwerk mehr sein, ähm, Sonne, Licht über einen Punkt generieren zu lassen. Das könnt ihr auch schon ganz einfach im Photoshop machen mit zwei Klicks. Aber trotzdem, Wasserdetails immer wichtig. Häufig unterschätzt. Dann können wir hier rüber gehen. So, dann bauen wir uns hier eine größere Stadt in die Mitte rein. Da kommen dann auch die Government hin. Die Regierungsgebäude und ähnliches. Die Bäume muss man nicht zwingend markieren. Ging bisher auch ohne. Häufig abgeschaltet. Mit dem festen Licht. Hat das einen bestimmten Grund? Oder einfach, weil es hier nicht so zusagt mit dem Licht aus einer Richtung? So, wartet mal. Dann wollen wir nämlich hier bauen wir ja auch nochmal weiter. Das setzen wir dann auch so hin. Dann mal hier hin. So. Jetzt haben wir drei, vier Häuser. Vier Häuser. Wir haben jetzt den März bald durch. Ich hoffe, dass ihr es schnell genug hinbekommt. Das kann nämlich sein, wenn ihr euch zu viel Zeit lasst hier mit dem Tutorial, dass eure Leute einfach dann erfrieren. Also es kann schnell vorbei sein, das Spiel. Da muss man aufpassen. Er hat ein bisschen am Banished. Habe ich schon häufiger gehört. So, jetzt kommt meine... Jetzt kommt meine Sünde, die ich euch hier erzählen muss. Ich spiele ja sehr viele Aufbauspiele, ne? Ich habe noch nie Banished gespielt. Fasel Stronti habe ich gespielt. Das hat mir Spaß gemacht. Aber ich habe noch nie Banished gespielt. Ja, sorry. Lusiento. Oh Gott. Das Entsetzen im Chat geht los. Pull Bull Moin. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum ich Ranger nicht höre. Naja, wenn man Mute anhat, dann geht das schnell. Wow. Was? Das ist ein Skandal. Okay, ich sehe das Entsetzen. Zuschauerzahlen droppen. Tausende von Menschen verlassen den Kanal. Alle sagen, oh Gott, jetzt kann ich mir nicht mehr angucken. Und der will sich Experte nennen. Ich gehe jetzt. Ich gehe für immer. Naja, ich weiß. Ich muss die abonieren. Hört mal die Mäuzen. Muss man auch nicht im Nachhinein. Ist eines der langweiligsten unpopular Opinion. Oh. Oh. Let the shit burn. Huch. Hoppala. So, Satanico. Vielen lieben Dank für deinen Sub. Ab im 17. Monat. Moin, grüß dich. Und vielen lieben Dank bei der Unterstützung Mission 350. Sehr, sehr lieb von dir. Danke vielmals. So. Dann wollen wir den auch nochmal customizen. Schön hier, ne? Wie beim Schreibergarten. Enge Bebauung von den verschiedenen Dingen. Den setzen wir auch nochmal hier hin. Komm. Das kann hier ein bisschen ähnlicher sein miteinander. Und Enter. Ich hab dich so gefeiert als Profi-Träger. Sehr schön. Dankeschön. Freut mich sehr zu hören. Wird zwischendurch, aber so richtig umgehauen hat es mich nicht. Eigentlich müsste man mal ein Bandage-Stream machen einfach, ne? Wobei ich auch gehört habe, Farthest Frontier soll das Prinzip eigentlich noch mehr verfeinern, was Bandage hatte. Stimmt das? Eckig und wenig Leben. Oh, wir werden, wenn, wenn Pioneers of Pagonia rauskommen, werden wir so intensiv Pioneers of Pagonia spielen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das wird ungefähr so werden wie, äh, wie City Skylines bei uns. Also sehr intensiv, sehr lange mal gespielt. Weil Pioneers of Pagonia finde ich auch einfach von der, ich finde die Grafik von Pioneers of Pagonia, die zu Unrecht sogar von, 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 äh, journalistischen Seiten kritisiert wurde. Die finde ich das Beste. Sogar. Warte mal, jetzt müssen wir mal gucken. Ist aber wild. Dann gleichen wir den aber so an. So. Ja, so. Okay. Enter. Was hat das mit dem Rahmen um die Häuser auf sich? Äh, das ist der Garten. Die werden alle in den Garten hinterher gepackt. Fingon is watching you. Grüß dich. Also das ist ein Selbstversorgergarten. Genau, das ist eigentlich ein Zaun. Das sieht nur so ein bisschen aus wie ein Rahmen. Rahmen, lecker. Mmh. Ranger sollte auch Football Manager außerhalb von Events spielen. Ich spiele außerhalb von Events. In meiner Freizeit spiele ich den Football Manager. Da jetzt intensiv. Aber, äh, im Stream eher nicht. So. Zack. Einmal rüber. Nächste Woche ist es übrigens soweit. Ich werde, ich darf euch nicht sagen worüber, aber ich werde nächste Woche meinen ersten Gamestar-Artikel abgeben. I like. Bin ich sehr stolz drauf, muss ich sagen. Echst, man grüßt dich, hallo. Ein Traum wird wahr. Das stimmt. Also das auf jeden Fall. Oh, sei Dankeschön für dein Follow. Also das auf jeden Fall. Das ist so. Ach. Da freue ich mich wirklich drauf. Da geht mir hin so ein bisschen. Da kriege ich auch Gänsehaut bei. Ja. Das ist mal. Das ist mal sehr cool. Bolo, jawoller wird es häufiger geben. Das ist jetzt ein neuer Charakter bei uns, den es gibt. Neben Rangirius, neben L. Presidente wird es noch Bolo, jawoller geben. Ähm. Genau. Das wird es auf jeden Fall auch noch geben. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Auch im privaten Spielstand bin ich beim Footballmanager, beim FC Schalke 04. Ja. Und ich kann jedem nur sagen, wenn ihr Footballmanager spielt, spielt keine Mannschaft, die von der Insolvenz bedroht ist. Ihr könnt nämlich nichts machen. Ihr seid handlungsunfähig. Weil die Gläubiger euren Verein übernehmen, eure Spieler wegkaufen und ihr keine Transfergeschäfte mehr durchführen könnt. Toll. Beste Erfahrung mit Footballmanager. So. Ähm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Häuser haben wir jetzt hier. Die müssen ja nicht alle zu Selbstversorgern werden. Wir können ja, weil die müssen, die Häuser sind natürlich auch teurer im Unterhalt, weil man nämlich auch eine Steuer auf das Land zahlen muss, das drumherum ist. Da können wir eigentlich mal bei der Help nochmal kurz reinschauen. Und zwar bei T für Tax. Oder auch nicht. Wo haben wir es denn hier? Wo haben wir Moving Resource? Nee. That's Treasury. Hier können wir. Keiner in der Ukraine? Sind die anderen auf Englisch? Ja. Wurde ich gerufen? Tax-Man ist direkt da. Super. Das passt ja perfekt. Das passt ja perfekt. Buildings? Nee. Was ist denn das jetzt? Reporting Bugs. Das könnten wir jetzt auf jeden Fall machen. Ja. Jo. Okay. Dann übersetzt uns mal diesen Text bitte. Den habe ich mal vorher auf Englisch gehabt. Sonst kriege ich das nicht mehr hin. Hört sich an, wie wenn man bei Victoria ein Land spielt, dessen Wirtschaft man erst aufbauen muss. Hier drin? Ah, naja, wunderschönen guten Tag. So, ich mache jetzt mal wieder, ich mache jetzt mal wieder ein bisschen weg. Auf jeden Fall wird hinterher dieser, der, der, ganz unten stand was von Text. Warte mal, dann gucken wir nochmal ganz schnell rein. Ganz? Trading Post. Ach so, ja. Nee, ich sehe da nicht. Dann war das im Tutorial drin, weil ich kriege das jetzt nicht mehr genau hin mit der Besteuerung des Landes im Vergleich dazu. Also, das hat was, da passt der Victoria-Vergleich sogar, auch wenn du einen Foto-Aventure meinst, aber da passt der Victoria-Vergleich. Wenn die Leute mehr Steuern für ihr Land und ihr Haus bezahlen müssen, also je größer ihr Land, desto mehr Steuern müssen sie zahlen, desto weniger haben sie, um hinterher die Wirtschaft im Dorf in Wallung zu bringen, in Kreislauf zu bringen. So, und das ist jetzt ein Spiel, bei dem kann man auch ruhig mal auf die höchste Geschwindigkeitsstufe stellen. Weil ihr seht ja, wie langsam sich ja auch da ein Haus aufbaut. Also ihr müsst schon, ihr müsst schon sagen, okay, cool, ich habe jetzt, ich habe jetzt ein bisschen Zeit und will mal entspannt mich in so ein Spiel reinspielen. Wenn ihr jetzt ein Spiel sucht, bei dem sehr schnell sehr viel Action passiert, dann müsst ihr noch mal ein bisschen rumschauen, ob das wirklich das richtige Spiel dann in dem Fall für euch ist. Fetter Ordner, wunderschönen guten Tag. Ich kann aber nur empfehlen, lasst euch nicht abschrecken von vielleicht bestimmten Mechaniken oder dass es ein bisschen langsamer ist. Wenn ihr Aufbaufans seid, dann kann dieses Spiel sehr schnell zu einem eurer, ja, einem eurer Lieblingsspiele für eine kurze Zeit werden. Muss aber nicht, ne? Immer nochmal selber entscheiden hinterher. Bevor mir wieder jemand sagt, Alter, du hast mir das Spiel empfohlen und dann auf einmal sagst du, das ist scheiße, das Spiel. Wie bei Victoria 3. Naja. Steigert sich der Ressourcenbedarf, wenn man die Fläche vergrößert? Wie genau meinst du? Also hier, hierdurch ändert sich ja nicht der Ressourcenbedarf, sondern die produzieren selber mehr. Und wenn die selber mehr, ähm, selber mehr produzieren, verkaufen die das auch auf dem Markt. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Manche Sachen muss man davon halt nochmal ein bisschen genauer anschauen. Häuser mit Gärten zahlen zusätzlich zu Haussteuer und noch Landsteuer. Häuser ohne Garten zahlen nur die Steuer auf das Haus. Genau, genau. Und die Landsteuer erhöht sich und wird größer, je größer der Garten ist. Hier sehen wir übrigens, wo die ganzen Familienmitglieder sind. Also, dass zum Beispiel einer hier zu Hause ist und einer steht beim Campcenter. Kann man auch hier drüber sehen. Aber das wird hier mit den grünen Pfeilen, die darüber hinweggehen, nochmal genauer angezeigt. So. Dann seht ihr, dann bauen wir hier unsere Häuschen auf. Und wir haben jetzt, wartet mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Häuser, äh, 8 Zelte nur noch. Und jetzt gleich sollte noch eins verschwinden, wenn das nächste Haus fertiggestellt wird. Gucken wir mal hin. Ah, das dauert sowieso noch ein bisschen. Aber, jetzt haben wir 8 Zelte. 9 waren es am Anfang. 7 Zelte sogar nur. Warte mal, habe ich 1 Zelt? Ach, das Zelt hier ist unbewohnt. Hier, da, haha. In dem Moment ist es verschwunden. Die nehmen ihre Habseligkeiten aus dem Zelt raus, bringen die dann ins Haus rein und dann verschwindet das. Und so baut sich langsam aber sicher euer Camp ab, dass das nicht mehr hinterher nervig hier in der Mitte rumstehen wird. Hältsi moin. Also auch, wieder mal, grandios. Das sind Details, für die ich Spiele liebe. Solche Details braucht es einfach in Spielen. Ja, damit man auch so ein bisschen, damit man die eigene Identität auch findet. Identität heutzutage bei Aufbauspielen definiert sich häufig über Details. Weil, ähm, wenn wir mal, wenn wir mal rudimentär auf Aufbau drauf schauen. Aufbaustrategie. Aufbaustrategie definiert sich dadurch, dass häufig Produktionsketten erstellt werden. Produktionsketten, Produktionsketten und noch mehr Produktionsketten. Und das ist so ein Spielprinzip, ein Grundspielprinzip von Aufbau, ähm, dass nur in bestimmten Genres, zum Beispiel mit City Builder, geändert wird. Aber auch einfach Spielspaß bringt. Also es ist ein Garant für Spielspaß. Produktionsketten gerade bei uns, deswegen ist es so ein beliebtes, äh, beliebtes deutsche Genre. Und dann gerade bei uns, ja, wir brauchen hier Ordnung, Bürokratie und ähnliches. Und da muss dann hinterher so ein bisschen mehr, bisschen mehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, Feingefühl rauskommen. Ja, so ein bisschen mehr USP. Warum ist dieses Spiel besser als andere? Und dann muss es einerseits sich über das Setting definieren, andererseits auch darüber, wie detailverliebt das Spiel ist. Und Aufbauspiele müssen heutzutage wirklich eine Detailliebe mit dran bringen. Deswegen ist Männerlords auch von dem her, was sie bringen, gut. Von dieser Detailverliebtheit, um, ähm, um, ähm, darüber ihre Einleidensstellungsmerkmale zu bekommen. Was auch noch sehr schwierig ist bei Aufbau, das muss ich häufig mal zeigen, aber da muss man auch definieren, wie man es sieht, ist der Aspekt des, äh, des Late-Games. Viele Aufbauspiele kränkeln daran, dass das Late-Game furchtbar langweilig wird. Muss man ehrlicherweise sagen, ja. Aber man muss auch ein bisschen mit der Zieldefinition rangehen. Brauchen Aufbauspiel Krieg? Würde ich sagen, nein. Können wir gleich mal in einer Abstimmung, oder können wir gleich mal im Chat nachfragen. Ich würde sagen, gutes Aufbauspiel braucht keinen Krieg. Krieg in einem Aufbauspiel ist ein Zeichen davon, dass man nicht mehr wusste, was man noch bringen soll, um das Spiel spaßig zu machen. Man muss ganz andere Katastrophen mit reinbringen. Zum Beispiel bringt man intensiveres Verwaltungssystem mit rein. Geil, das kann auch nur in Deutschland sagen. Intensiveres Verwaltungssystem mit den Spielen reinbringen. Oder man bringt bestimmte Katastrophen vielleicht. Man muss ja nicht Krieg haben. Man kann ja auch Katastrophen, Dürren und Ähnliches mit einbauen. Oder man hat eine Wiederholungsspule, eine Loopspule, in der man sich drin befindet, die Stunden über Stunden hinweg, mehrere Zehnstunden, Zehnerstunden ineinander greift. Solche Sachen halt. Also solche Punkte sind das halt, ne? Ja, genau. Als kleiner Ausflug. Sieht, wo ist wunderschön gemorgen. Irisanab, vielen lieben Dank für deinen Follow. Dankeschön. Hat Rangerly350 eigentlich letzten Monat geschafft? Ich war Ende des Monats im Urlaub und hab's nicht mitbekommen. Ja, hab ich. Dank euch. Dank euch. Also wenn wir das hier schaffen, haben wir zwei von drei Monaten voll. Bislang sieht's gut aus. Wenn wir Mission 350 schaffen, dann müssen wir es nur noch im Dezember schaffen. Und von Dezember hab ich Angst, weil Ende Dezember ist Weihnachten. Boah, das wird... Da hab ich wirklich Angst vor. Blackwolf und Suchsland, vielen lieben Dank für eure Follows, ihr beiden. Dankeschön. Ich finde die Mechaniken der Wege toll, dass sie selbstständig bilden, durch austreten. Ja, so wie bei Foundation quasi. Wie die Gebäude in wirklich Einzelteilen aufgebaut werden und nicht ein paar Hammer bauen und dann ist es stets, ja. Wie bei Age of Empires. Und sie wunderschönen Morgen. Die bauen die Häuser ja schneller auf als die Amish-Familien Family Guy. Ja, aber... Ja gut, wir können ja auch... Jetzt dauert es wieder langsamer. Wir müssen nämlich so, es hat einen Bomben-Lake-Game. Hochwasser nach dem Winter durch die Schneeschmelze, ja. So wie Frostpunk auch, ja. Sag's Moin. Ein Gegner Steuererklärung. Jeder Bewohner, der einen Job hat, hat ein Einkommen. Die Einkommen aller Familienmitglieder werden zusammengerechnet und ergeben den Gesamthaushalt. Von diesem Gesamthaushalt werden alle Steuern abgezogen und von dem, was übrig bleibt, kaufen die Bürger Essen, Kleidung etc. Sind die Steuern zu hoch oder das Einkommen zu hoch, können sich die Bürger am Ende weniger Güter kaufen. Genau die Mechanik, die es eigentlich aus der City Skyline 2 jetzt gibt, ne. Vielleicht schon Militär als Verwaltungsaufgabe und statt Krieg wird das Militär bei Naturkatastrophen eingesetzt. Dann würde ich eher auf so ein THW setzen. Auf ein technisches Hilfswerk. Macht einen direkt plus 10% intelligenter. Ja, und wenn man Follow-by-Ranger lässt, hat man übrigens plus 10 Intelligenz, plus 20 Charisma und plus 30 auf die Schönheit. Und da ihr alle sowieso schon unfassbar schön seid, seid ihr damit quasi auf Top-Notch-Niveau. Ich will es nur gesagt haben. Vielen lieben Dank für den Follow. ASF Blinder, vielen lieben Dank für deinen Sub im dritten Monat. Dankeschön. Ich denke, man braucht bei Aufbauspielen einfach ein Ziel, auf das man hinarbeiten muss. Aber viele Spielen auch nur so zum Runterkommen nach Feierabend. Das ist ein langweiliges Late Game sogar gewünscht. Ich glaube, ein entspanntes Late Game ist ungleich ein langweiliges Late Game. Boah, darüber, ey, da könnte ich echt ein Video zu machen, ne. Eigentlich. Da kann man eigentlich feststellen, wie viel vom Grundstück garten wird. Und das ist automatisch das ganze Grundstück. Das, was du mit dem Zaun absteckst, all das ist, ähm, all das ist der Garten, den du hinterher nutzt dafür. Bei mehreren Kolonien am Ende. Oder wie bei Songs of Six, wo man ein kleines Dorf anfängt und später eine riesige Metropole hat. Songs of Six ist auch so ein Ding, wo ich mich noch nicht herangetraut habe. Steuerung von 100% in allem. Woohoo! Suchsland, danke, Chef, für deinen Zapin, äh, für drei Monate direkt. Dank dir vielmals. Dankeschön. Oder eine Podcast-Folge. Eine Podcast-Folge ist dazu sogar geplant. Ähm, eine Podcast-Folge ist dazu geplant. Da kommen wir aber erst, für Ende Dezember ist die erst angesetzt. Also das, das dauert noch ein bisschen. Das dauert noch anderthalb Monate, bis wir da hinkommen. So, äh, sechs Gebäude haben wir gleich gebaut. Bekomme ich prozentualen Buff aufschriftlich? Könnte gegen mein Single-Dasein helfen. Wir können nicht Hexen. Haha! Ich wurde von Ranger gedisst. Lass sie schneller Häuser bauen. Muss den Bauarbeiter noch gerne mitgeben. Ein, oh Gott, wie bei Dungeons 4. Ne, das muss man tatsächlich nicht. Ähm, aber wie ich gerade eben schon gesagt habe, wir können ja mal kurz durchgehen. Wer von euch, also was ist eure Meinung? Braucht Aufbau-Strategie-Krieg? Mal eine 1 in den Chat, wenn ja. Mal eine 2 in den Chat, wenn nein. Braucht ein Aufbau-Strategie-Spiel-Krieg oder Militär oder ähnliches. So in diese Richtung. 1 ja, 2 nein. Okay, ist glaube ich eine relativ 1. Also es gibt, es gibt 1 in den dazwischen. Anderthalb, so eine Mischung aus beiden. Okay, der Großteil ist so in dem Bereich, wo ich mich befinde, würde ich fast schon sagen. Gut eingearbeitet? Äh, ja. Also brauchen, klar, auf brauchen ist eine Sache. Ähm, gut eingearbeitet, würde ich fast auch schon sagen. Was sollte City Skylands mit Krieg zum Beispiel? Aber es gab zum Beispiel Kamerolle Wunderschön Gemorgen. Ähm, zwischendrin kam mal die kurze, habt ihr eigentlich eine Roadmap für euren Podcast? Also welche Themen ihr schon auf dem Zettel habt und was noch vorgeschlagen werden? Schlagt einfach vor, wir haben den, wir haben bis zum Ende des Jahres jetzt erstmal Themen ausgearbeitet. Ähm, so gut wir können. Falls mal ein spontanes Thema dazwischenkommt, ändert sich das. Deswegen haben wir das auch noch nicht veröffentlicht, damit wir selber ein bisschen freier da drin sind. Ist wie mit dem Programmplan. Normalerweise wäre ja heute Dungeons 4, äh, gewesen. Aber dann hat man einmal es gesagt. Und dann ist es hinterher, ja, so eine Sache, wenn man es umändert. Ich wollte es jetzt in dem Fall umändern, das müssen wir jetzt aber beim Podcast nicht machen. Deswegen sind wir da so ein bisschen, halten wir erstmal für uns. Land zu erweitern durch Krieg oder Handeln, wenn man mich nicht alles täuscht. Bei Workers and Resources war es einer der Punkte, dass dem Entwickler auch gesagt wurde, bitte bring doch Krieg rein, weil es passt zur Sowjetunion. Und meiner Meinung nach wäre Krieg in Workers and Resources unfassbar fehl am Platz. Also jetzt mal unabhängig von der Ära kalter Krieg und ähnlichem. Aber, ähm, ich habe ja so viel mit der Stadt zu tun. Nicht jeder Bürgermeister einer Stadt war ja gleichzeitig derjenige, der, äh, der, ähm, der auch die Waffenindustrie vorangetrieben hat oder ähnliches, ne? Deswegen. Also es muss gut ins Spiel integriert sein. Wenn man zum Beispiel als Verwaltungsaufgabe, fand ich gar nicht so schlecht, sagen wir mal, sagen wir mal, ihr habt so eine, so eine Verwaltung, bei der ihr, ähm, bei der ihr, äh, der Regierungschef seid. Zum Beispiel Tropico. Tropico finde ich die Armee nicht gut eingearbeitet. Das ist so ein bisschen Zeitver-, äh, Arbeits-, äh, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, so ein bisschen. Ähm, aber man hätte den Krieg ja viel anders denken können. Man hätte ja Militär aufbauen können und diese Militär auch unterhalten müssen, weil eine, äh, eine Regierung, ein Staat, auch noch in der heutigen Welt, außer, glaube ich, ein Land auf der Welt, immer noch Militär hat. Oder zumindest ein Polizeiapparat, der ausgestattet ist wie Militär. Äh, für Verteidigungszwecke und ähnliches. Dass man das verwaltungstechnisch mit reinbringt. Und jetzt sind wir wieder bei dem, bei diesem, bei diesem deutschen Genre. Ich glaube, ich habe vergessen mit Enter zu bestätigen. Ähm, schön Verwaltung mit reinbringen. Ach man, jetzt habe ich das schon wieder verdrückt. Wegen dem Wettrüsten damals. Na, nee. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich glaube, gerade im, im, im Ostblock hat man so viele Dinge, die, äh, die man angehen kann. Da, da hätte es, glaube ich, wirklich keinen... Das hätte nicht dazu gepasst, zu dieser schönen, stimmigen, ähm, zu dieser schönen, stimmigen Welt, sage ich mal. In der es halt andere Herausforderungen gibt. Weil es gibt ja viele Herausforderungen. Gerade im Stadtbau. Meinst du Nordkorea? Oder Bürger... Das wäre zum Beispiel auch was. Dass quasi in Workers and Resources jemand ankommt und dann Rekrutierungswelle auslöst. So, jetzt müssen hier tausend Leute von euch müssen, ähm, müssen, äh, zum Wehrdienst. Das ist ja auch etwas, womit sich tatsächlich Dörfer und Städte beschäftigen mussten. Oder müssen. Ja? Das sind solche Sachen. Gibt es Terraforming? Nee, Terraforming gibt es nicht, aber das brauchst du auch hier drin nicht. Also es ist, äh, sehr flach alles. Sehr, sehr flach. So, jetzt haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei. Wir brauchen trotzdem noch zwei Gebäude. Und da werden wir jetzt mal die hier holen. Die ohne Garten. Das sind die ohne Garten. Das wird dann hinterher auch ein berühmtes, äh, berühmtes Wort von denen werden. Die. Die ohne Garten. So. Ähm. Passt. Tobi, moin moin. Flach wie unsere Lieblingswitze. Try decorating your settlement. Ach, da brauche ich doch jetzt noch nichts dekorieren. Ist auch ein nettes Aufbauspiel. Äh, Land of the Viking haben wir vor zwei Wochen gespielt. Gib ein YouTube-Video dazu. So. Nu, wir hatten den kommenden Garten. Wir müssen ja auch ein bisschen Alternativen anbieten für diejenigen, die vielleicht nicht, äh, nicht so fluid sind, ne? Anti-Skility. Äh, äh, vielen lieben Dank für deinen Follow. Herzlich willkommen hier. Ich grüße dich. Hallo? Auch bei Anno. Anno ist auch so ein, äh, also der Kampf im Multiplayer macht ja ein bisschen Spaß, aber gegen die KI, gegen die KI, äh, spiele ich fast schon nur friedlich bei Anno. Anno auch so ein Ding, dass wir eigentlich viel häufiger hätten spielen müssen. Naja, egal. Wir haben jetzt City Skyline 2 erstmal sehr viel im Programm. Ähm, wird ja jetzt, morgen ist ja, morgen 9 Uhr Workers and Resources spielen wir. Da werden wir übrigens direkt um 9 Uhr, ähm, direkt um 9 Uhr starten mit der Umfrage, ob wir eine neue Stadt, äh, bauen sollen oder mit der alten Stadt, die auch schon sechs Monate jetzt brach liegt. Ne, länger als sechs Monate, die ein paar Monate jetzt schon brach liegt, ob wir mit der weiter machen sollen. Also morgen auf jeden Fall um 9 Uhr dabei sind, um bei der Abstimmung, äh, teilzunehmen. Aber, ähm, ich glaube, dass City Skyline 2 jetzt so ein bisschen Wechsel mit Workers and Resources sein wird. Der Hintergrund ist einfach, dass, äh, City Skyline 2 irgendwann die Problematik besitzt. Ähm. Ja, was heißt die Problematik? Es ist keine Problematik. Es macht trotzdem noch Spaß. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es wird eintönig und es wird langweilig. Das ist es nicht. Es ist mehr der Punkt, dass, ähm, dass man in dieser repetitiven Spirale, die man drin ist, eher weniger, weniger Tiefe drin hat. Und das ist etwas, was noch ein bisschen aufgearbeitet werden muss. Dass man einen Damm braucht. Hektisch im ATS einstellen. Ja. Überzieht die Skyline 2. Gefühlt haben wir das noch noch vorzunehmen. Ja, das, äh, ich habe mich auch gewundert, als ich nachgeschaut habe. Ich habe mal, ähm, geguckt. Übrigens, mein allererster Stream mit Workers and Resources war bei 21 Zuschauern im Durchschnitt. Der ist aber schon lange her. Der ist im... Oktober 2021 gewesen. Also zehn Monate, nachdem der Kanal richtig begründet wurde. Dass man nicht die komplette Map überhaupt bauen kann. Aber das stört mich gar nicht so sehr. Kann ich aber nachvollziehen. Ich habe auch eine Karte genommen, bei der man nicht das Ganze, bei der man alles nicht vollbauen kann. Wenn wir das gemacht haben, dann sollten wir soweit sein. Dekoration setze ich hinterher erst hin. Also jetzt gerade machen die keinen Sinn, wenn wir jetzt hier anfangen, alles zu dekorieren. Die sind allerdings direkt da. Das ist vor allem sehr schön. Oh, das mag ich sehr gerne. Ähm, wobei, lasst uns das nochmal gerne hier hinsetzen. Ja, und ich habe gesagt, die sind direkt da, ne? Die werden ja erstmal angebaut. Stimmt. Ha, 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 ha. So. Ähm. Dann können wir mal ein paar Bänke hier hinsetzen. Darauf setzen die sich auch wirklich hinterher hin und entspannen so ein bisschen. So. So, noch ein paar Bänkchen dorthin. Dann können die sich nämlich, ach guck mal, direkt drauf gesetzt. Dann können sie sich nämlich dort draufsetzen und hier runter gucken. Ah, das ist nicht symmetrisch. Verdammt nochmal. Lass uns nochmal kurz bei der Dekoration gucken. Wir nehmen nochmal die zweite Bank. Oh. Das hier müssen wir einmal abreißen. Tut mir leid. Da muss ich euch die Bank unterm Hintern wegziehen. Jetzt. So. Dann sieht es schön aus. Ich verliere mich im Klein-Klein. Tut mir leid. Aber das gehört halt dazu. Steht Transport Fever 2 eigentlich auch mal wieder auf dem Programmplan? Ähm. Ich wollte es eigentlich mal wieder zeigen, ja. Ich habe mich jetzt aber erstmal nochmal dagegen entschieden, weil ich ein bisschen mehr im City-Builder-Fever... Äh. Fieber. City-Builder-Fieber. Im City-Builder-Modus drin bin. Und Transport Fever zwar ein sehr geiles Spiel ist, aber halt doch mehr auf Logistik- und Transportketten setzt. Und ich hatte das Gefühl habe, dass City-Builder mehr Leute interessieren als reine Transport-Logistik-Simulation. Keine aber auch. Ich meine, es ist auch lange her, dass wir es gestreamt haben. Schade, dass die CK3 zur Zeit nicht so taugt. Ich habe schon vor dem DLC in Jerusalem gestartet und mit DLC finde ich sie noch ein Stück cooler. Ja, aber also CK3 ist bei mir wirklich gerade absolut die Luft raus. Zu viel gespielt. Victoria 3 macht mir dafür wieder unfassbar viel Spaß. Ähm. Da freue ich mich sehr drauf, das mit euch zu spielen. Aber, ähm. Ja. Aber Victoria 3 hat auch wieder den Aufbauansatz. Ich entwickle mich gerade irgendwie so ein bisschen zum Aufbau, äh, Menschen. Wie lange streamst du eigentlich schon? Also bei Twitch meine ich. Ähm. Seit dem 01.01.2021. Da habe ich richtig angefangen mit Streaming. Vorher war das mal immer so sporadisch. Da ist man streamen angegangen. Mal nicht. Mal hat man mal so ein Spiel gespielt. Also ich habe mich mal im Stream versucht. So ein bisschen Erfahrung gesammelt. Und am 1. Januar 2021 habe ich mir dann gesagt, okay, jetzt fange ich mal an. Das heißt, wir haben bald zweijähriges. Yay! Ich glaube, in zwei Jahren haben wir uns ganz gut entwickelt auf dem Kanal. Ich glaube, ich bin, ich bin zufrieden mit dem, was wir erreicht haben. Ah, aber hiermit bin ich nicht zufrieden. Außer wir setzen hier alles mit Büschen hinterher voll. Sherry Tree. Schiefe Häuser, schiefe Bänke. Man muss nur wissen, wie man das übertüncht. Wenn wir hier zum Beispiel mal gucken. Der Busch hier. Dann kann man das damit ein bisschen decken. Davor drei Bänke zum Beobachten. Seit wann sind Bänke symmetrisch zwischen zwei Bäumen? Ja, schon immer. Zorn, danke schön für dein Follow. Man muss ja nur... Also schiefe... Das macht ja Sinn, dass sie so ein bisschen schiefer sind. Wir können ja nicht überall nur... Sonst sind wir ja wieder bei den Quadraten mit dabei. Warte nur mal ab, bis das fertig ist. Ich meine, erinnert euch an unsere City Skyline 2 Stadt. Da war er auch am Anfang erstmal skeptisch. Und es sah hinterher richtig schön aus, wie ich finde. Wenn man das jetzt hier noch kleiner machen könnte, das wäre super. Oh, ein Bon Joa-Fan. Sehr cool. Die Kui aber sehr gerne. Auch seit den zehn Jahren schon, die die existieren. Bei City Skyline 2 gab, gibt es so viele Bugs. Wie schaut es aktuell aus? Wie viele wurde schon verbessert? Sollte man noch warten mit dem Kauf? Wenn du die wegen dem Bugs... wegen der Bugs nicht gekauft hast, dann sollst du weiter warten. Ja, definitiv. Oder du nimmst den Game Pass. Der Game Pass für 1 Euro, 14 Tage, falls du ihn noch nicht hattest. Da kannst du das ein bisschen testen. Lasst uns mal dabei bleiben. Weiterhin hier mit dem Busch. So ein bisschen. Mit dem George W. Oh, direkt schon mal schön hier reinsetzen. Das sieht gut aus. Jetzt müssen wir nur noch mal gucken, wie wir... Super, Moin. Das mangelt an Alkohol. Mann! Ach nee, falsches Spiel. Ah, weil vorhin habe ich das noch gelesen im Vorbeiflug. Stronghold ohne Krieg wäre nichts. Ich lehne mich weiter aus dem Fenster. Für mich ist Stronghold kein Aufbauspiel. Für mich ist Stronghold ein Echtzeitstrategie-Spiel mit Aufbauaspekt. Ob es das auf Deutsch geben wird, weiß ich nicht. Das kommt darauf an, ob wahrscheinlich die Publisher mit dabei sein wird. Lass uns mal schauen, was wir für eine Brücke benötigen. Da, Wooden Bridge. Gar nicht so viel. Könnten wir jetzt schon setzen. Ziegelsteiner High. Oh, guck mal. Das ist ja cool. Das heißt, wir können jetzt schon die Brücke hinsetzen. Machen wir das am besten hier in die Furcht rein. So, setzen wir hier hin. Genau, dann einfach am besten warten. Da machst du nichts falsch mit. Klar, gerne. Gerne. Am 1.1.21. Wartet mal, lass mich mal in den Kalender gucken. Äh... Uch, das ist 22. Oder am 2.1. Am 1.1. oder 2.1. habe ich angefangen. Frau Pender, moin. Bye. Am 1.1.21 oder 2.1.21. Irgendwo da. Also nicht richtig angefangen. Ich habe vorher schon mal Streams gemacht. Mal so ein bisschen drauf gucken. Mal ein bisschen reinschauen. Dann waren wir Monate Pause. Dann habe ich mal wieder einen Stream angemacht gehabt. Dann habe ich mal wieder da reingeguckt. Also ich habe so ein bisschen geschaut gehabt, wie das Streaming funktioniert. Und dann habe ich mich dazu entschieden, dass dann regelmäßig und seitdem ist auch Programmpläne und feste Zeiten. Seitdem gibt es, seitdem haben wir den Dienstag Stream. Also den Dienstag Stream gibt es seit dem allerersten Stream. Und Sonntag ist relativ schnell danach gekommen. War am Anfang abends. Jetzt ist es morgens. Und Donnerstag war auch ein fester Tag. Samstag ist der einzige Tag, der ergänzt wurde. Blockieren den Weg für Schiffe. Wir haben hier drüben noch einen Fluss. Also alles gut. Welches Spiel ich als erstes gestreamt habe? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe mich am Anfang mit sehr... Ich habe versucht eine Nische zu finden. Ich habe sehr intensiv Hardcore-Spiele gespielt. Also Hardcore-Strategie und so. Aber da habe ich überhaupt gar keine Lust dran verspürt. Der beste Wechsel, den ich gemacht habe, war Paradox-Streamer zu werden und dann hinterher mich auf Aufbau zu spezialisieren. Das sieht wirklich cool aus. Ja, also... You're running out of nails. Okay. Build more village and track new citizens. Build that thatchery to produce. Ähm... Gott sei Dank. Ja, ist das Spiel abgestürzt. So, aber die Ladezeiten, also... Das Spiel speichert automatisch. Oh, Gott sei Dank. Wir können aber nochmal in den Optionen reinschauen, ob man das einstellen kann. Ja, alle zwei Minuten. Gott sei Dank, ey. Boah. Ei, ei, ei. Ähm... Ihr müsst mich immer daran erinnern, wenn wir jetzt mal ein neues Aufbauspiel anfangen, ihr müsst mich immer an Autosave erinnern. Boah, das ist ja so häufig jetzt in letzter Zeit. Stromrechnung nicht bezahlt. Schlagartige Nacht. Ja, das ist der Tag-Nacht-Wechsel. Ha! Abenteuer auf der Reithau war das erste Spiel von Ranger Elbato. Da war der fehlende Nagel. Ein Hoch auf Autosave. Ist so. Zeigt tatsächlich, wie Männer Lords werden könnte. Ja. Ja, also es... Es ist sprachloser Ranger auch irgendwie seltenheitswert, weil es gerade so gut funktioniert hat. Ich weiß nicht, wie es auf einmal angefangen hat damit. Naja, egal. Wir bauen uns dann auch nochmal hier ein paar Village House hin. Village House! Village House! Streamtitel am 1.1.21 hat den Titel Ein Offizier trifft Warplane Taktikunterricht in Warplane. Acht, du Scheiße! Ja, damals habe ich noch ein bisschen mehr mit meinem alten Beruf geglänzt. Damals dachte ich, das wäre ein toller Weg, das zu wählen. Das Schönste war, dass ich mich davon verabschiedet habe. Was darüber auch Tag, Nacht hat? Ich glaube, wenn wir jetzt hier in der kurzen Zeit so einen Monat durchgehen, dann würde das viel zu schnell vorbeigehen. So, wir bauen jetzt auf jeden Fall noch ein Haus. Hedge... 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 Willkürlich? Nee, das stimmt nicht. Das ist doch nicht willkürlich platziert. Das habe ich hier so reingepackt, aus dem Grund... Okay, also, warte mal. Jetzt muss ich jetzt aber begründen. Den habe ich hier so platziert, dass ich hier noch Deko setzen kann. Hier noch Deko setzen kann. Hier so ein kleiner Platz entsteht. Und hier nicht die Bäume zugestellt werden. Sondern noch hier entlang gegangen werden kann. Deswegen wollte ich das hier platzieren. Gleichzeitig aber auch, damit die hier über die Brücke rüber gehen in das neuestehende Stadtzentrum. Sieht das so willkürlich aus? Warte, dann müssen wir mit der Dekoration anfangen. Aber wir dürfen uns jetzt nicht in der Dekoration verlieren. Wir machen gleich die Dekoration. Erinnert mich nochmal daran. Wir gehen jetzt erstmal kurz rüber zur Fletcherie. Wo ist sie denn? Da. Wie willkürlich hier die Wege jetzt reingezogen sind, ne? Werden wir sehen, wie er sich entwickelt. Jetzt hast du mir Angst gemacht. Hör auf damit. So, dann setzen wir den hier hin. Und dann gucken wir mal beim Schmied nach. Wobei der Schmied ähm McNail, Horsus, Maltus. Der braucht ja auch irgendwo Eisen. Lass uns auch nochmal schauen, ob wir das platzieren wollen. Wobei der wäre eigentlich viel besser in der Stadtmitte aufgehoben, oder? Wir setzen ihn erstmal hier oben hin. Ich weiß nämlich noch nicht, wo ich die sonst hinpacken möchte. Oder sollte. So, das baut sich hier einmal lang. Mehr Hauses bauen wir. Build a charcoal pile. Okay. Jetzt bekommen wir ganz viele Sachen. Build a farm to produce food for your citizens and future livestock. Kümmern wir uns erstmal um die Farben. Kümmern wir uns erstmal um die Farben. Und da haben wir dann, wo ist die Farben? Wo ist die Farben? Wo ist die Farben? Wo ist die Farben? Da. Da ist er doch direkt. Warum sagt ihr das denn nicht? Hör mal. Sehr doof oder was? Habe ich doch direkt gesagt hier. Dann können wir zum Beispiel die Farben hier oben hinpacken. Da ist sie. Achso, dankeschön. Ah, Moment. Dann lasse ich nochmal kurz abreißen. Ich glaube, die müssen wir nochmal. Ne. War das nicht so, dass wir da. Da bauen wir doch auch ein Feld hinten dran, oder? So, setzen wir erstmal dann dahin. Wenn wir da nichts hinten dran setzen. Setzen wir erstmal dahin, weil wenn wir nichts dran setzen, dann setzen wir das dran. Ja. Und dann bauen die das jetzt hier langsam auf. So. Bei Offizier und Gentleman. Gentleman vor allem. Ich war Kriegsplaner. Ja. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Warum machen die jetzt hier alle Pause? Sag mal, kann dir mal jemand hier irgendwie mit einem Schlappen einen auf die Mütze geben? Können wir mal arbeiten. Ich würde mich ja erst um die Nägel kümmern, sonst ist das auch schwierig für die Farben. Wir haben nur noch... Oh, nee. 102 nur noch. Ja gut, dann schicken wir hier dann mal die Schmiede nach vorne. Die braucht ja sowieso nur Holz. Nee, die braucht auch Nägel. Work-Life-Balance. Das gibt es hier nicht. Sie denken intensiv nach. Müssen diese verdammten Geisteswissenschaftler sein. Viele Nägel. 112. Wir haben 110. Nein! Uns fehlen 10 Nägel. Kann ja wohl nicht wahr sein. Die Bänke sind die einzige Ablenkung vom Hartendorf-Alltag. Bei Goodmay grüßt sich. Zuerst Schmied. Ja, Work-Life-Balance. Rücke-Rückbauen. Ich will aber die Brücke nicht zurückbauen. Oh, Meno. Die sah doch so gut aus. Oh, Mann. Okay. Dann brauchen wir die ein bisschen zurück. Ich täglich acht schon mal hoch auf meiner Bank, wenn ich nach Hause komme. 112 minus 110. Aber wir haben doch... Oh. Hier oben stand noch 102 Nägel haben wir noch. Hier brauchen wir 112. Also zumindest gerade eben. Jetzt ist es aber komplett weg. Es ist alles hinfällig geworden. So. Setzen wir in der Zeit mal ein bisschen Dekoration. Weil Dekoration kostet uns nix. Kostet ja nix. Kostet ja nix. Und dann können wir dann zum Beispiel sagen, so ein paar schöne Apfelbäume hier hinsetzen. Ah ne, die sehen irgendwie nicht so toll aus. Oder wir setzen hier die großen rein. Oh, das sieht gut aus. Da habe ich eine Idee. Ranger hat eine Idee. Oh Gott. Nicht nur Gott, sondern Gotti. Schön symmetrisch. Eine große Baumallee hinsetzen. Was sind das denn für Bäume? Die habe ich noch nie gesehen. Aber dafür müsste ich auch rausgehen. Lad noch mal neu. Dann gucken wir nach, wie viele Nägel da waren. Ja, machen wir. Das ist nicht auf Deutsch. Vielleicht gibt es ja eine Deutschmod. Hat's Workshop. Lass mich mal kurz gucken, ob das Workshop hat. Ich glaube fast nicht. Für mich sowieso. Workshop notwendig. Notwendig, um Spiele auf lange Sicht lebendig zu halten. Geben Obstbäume auch Ressourcen? Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe noch keinen Obstbaum gebaut gehabt. Vielleicht kann das jemand im Chat beantworten. Vielleicht kann das jemand im Chat beantworten. Was ist denn eine ganze Bro? Geisbu. Ach so ein kleines. Ich weiß nicht mal, wie man das auf Deutsch nennt. Häuschen? Wie nennt man das denn auf Deutsch? Hütchen? Grillhäuschen. Hütte. Ja. Pavillon. Jetzt kommt ihr mir hier mit Worten. Die habe ich noch nie gekämpft. Gibt es doch nicht im Ruhrpott sowas. Die kostet aber Ressourcen. Jo, stimmt. Die kostet Nägel. Das heißt, die lassen wir weg. Obstbäume auf der Plantage geben. Obst, je nachdem was man pflanzt. Der Rest an Bäumen gibt Holz. Wildwachsende Obstbäume geben leider nichts. Schade. Wäre eigentlich auch nochmal was gewesen. Hier können wir dann nochmal... Big Arch? Small Arch? Bellpost? Birdhouse? Vogelhäuschen. Eine Häuschen von die Vogel. So. Wie schaut es denn jetzt aus mit dem hier? Wir beschleunigen mal die Zeit. Wenn wer anders grillt, wird es zum Bütchen. Die Wetsche ist auch gemacht. Das hört sich doch super an. Was im Schreibergarten deiner Laube? Laube! Laube wäre ein Wort. Ja, damit kann ich was anfangen. Laube wäre ein Wort. Ich muss mal eben kurz was schreiben. So. Laube, was haben Fische denn damit zu tun? Wie Fische. Sehr cool, Erich Zahn. Das, was der liebe Erich da meint, ist, wenn ihr den Ranger nochmal neben Mission 350 zum Beispiel unterstützen wollt, könnt ihr bei Patreon vorbeischauen. Bei Patreon gibt es nämlich unterschiedliche Stufen. Wir haben übrigens demnächst einen Patreon-Abend am, boah, wann war das? 29.11.? Der letzte Sonntag des Novembers ist unser Patreon-Abend. Da werden wir Civilization VI im Multiplayer spielen. Wenn sowas für euch was ist, gemütlich am Abend zusammensitzen. Also, das wird auch nicht gestreamt oder ähnliches, könnt ihr gerne bei Patreon vorbeischauen. Da wird jede Stufe tatsächlich, die auf den Discord zugreifen kann, wird, ich glaube, das können sogar alle Stufen, können bei dem Spiel mitmachen. Müssen sich einfach nur auf dem Discord in dem Channel dann melden. Einfach nur so einen kleinen Haken dann da quasi betätigen. Aber, wenn ihr ab der Stufe für, ich glaube, Usupator, ja, die Stufe Usupator seid, dann bekommt ihr auch eine Tasse noch dazu. Weil Ranger hat einen Merch-Shop, ne? Also, ihr könnt hier gerne bei Patreon unterstützen. Oder ihr guckt direkt vielleicht beim Merch-Shop vorbei. Da kriegt ihr nämlich dann so coole Tassen mit dem Pungos-Emote, der von Terrorcouts entwickelt wurde. Von der Community also selber. Und mit dem Ranger-Logo. Das ist tatsächlich von dem Designer von Maurice erstellt worden, weil er mir die mitgegeben hatte, die Kontaktdaten. Schnee! Jetzt geht's hier los, ne? Jetzt geht's los. Ich hoffe, wir sind gut genug vorbereitet. Die Schmiede haben wir fertig bekommen. Das ist doch sehr schön. Das heißt, wir können jetzt aufhören, den hier undo. Wir können aufhören, den hier fertig zu machen. Und setzen dann mal hier zwei Leute rein. Not enough iron! Uns fehlt iron! Unsere... Wir brauchen noch iron irgendwie. Dafür müssten wir handeln. So. Also brauchen wir theoretisch... Mehr Ironie! Kohle brauchen wir auch, ja. Aber wir... Dieses iron kriegen wir nur aus... Kriegen wir nur aus anderen Bereichen. Trading Post. Ja, dafür haben wir definitiv nicht genug Nägel. Kriegen wir mal kein kleineres hin? Das Bolo macht's gut. Schau, tschüss. Hä, 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 hä. Hm. Wir könnten ja... Aber den in die Mitte vom Dorf rein zu... Eigentlich wäre das so ein Ding, das man hier drüben hinsetzen müsste. Stick Rake, moin. Ah, der nervt hier. Trading Dog vielleicht günstiger. Der Händlerhund? Ah. Ja, aber auch nur minimal. Lehm. Lehm kostet's aber deutlich weniger. Ich muss... Warte mal. Der Fluss ist auch weiß. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Hier können wir den noch hinsetzen. Ich wollte's ja eh eng bauen. So. Der Trading Dog. Entweder der Händlerhund oder der handelnde Arzt. Das ist ja wie im Wilden Westen, ne? Also wie bei Django. Das D ist stumm. Mit dem Arzt, der dann dort rumreitet. Der war doch... Christoph Walz war doch ein Arzt, oder? Also zumindest in seiner Rolle. Moin Twin Times. Beim Handel doch Sinn. Äh, ja, aber das ist nicht die Mitte vom Dorf. Die Mitte vom Dorf kommt hierhin. Also hier soll... Hier soll ein Dorfzentrum auf diese Insel kommen. Das ist jetzt die Planung im Moment. Deswegen will ich... Äh, will ich den noch nicht dort hinsetzen. Zahnarztweihe. Ah, schön. So richtig gute alte Western, ne? Ich glaube, wir müssen jetzt eh erst mal warten. Oh, der wird... Das wird wild werden. Das wird richtig wild werden. 466 Nägel. Ich habe keine Ahnung, wo wir die herbekommen sollen. Rino, grüß dich. Hallo. Was ist denn jetzt passiert? Ich speichere mal vorsichtshalber ab. Bei mir ist aber mein Ordner aufgegangen. Oder wird hier ein Virus zugespielt? Rino, spielst du mir gerade ein... Ein Virus zu? Sag die Wahrheit. Let's play. Say. Oh. Das ist Ostriff. Das kannst du dir so ein bisschen vorstellen wie der... Wie... Wie ein Wegweiser für Männerlords. Die Wahrheit. Okay. Du hast die Wahrheit gesagt. Dr. King Schulz. Kaum Reputation. Der diese... Arme Socke bekommt nicht mal seinen Namen genannt. Ich weiß nicht, ob er das möchte. Deswegen sage ich... Deswegen sage ich das nicht. Weil ich ihn vorher nicht gefragt habe, ob er das möchte. Aber... Der... Der Designer selbst ist... Ein größ... Deutlich größerer... YouTuber. Lief ja, hallo. Manche... Kann ja sein, dass manche das gar nicht möchten. Dass das so hervorgestochen wird. Deswegen sage ich das mal lieber nicht. Kann man Eisen abbauen? Ja. Aber leider nicht bei uns auf der Karte. Das muss man am Anfang festlegen. Wenn man die Karte öffnet. Oder wenn man eine Karte auswählt. Dann stehen die Ressourcen daneben. Falls hier das Eisen nicht dabei ist. Dann müssen wir das Eisen handeln. So. Aber wunderschönen guten Tag, Rino. Und trinke ich mal... Prost! Schön Waterdrop mit Cola-Geschmack. So. Und Max und Big Bye. Vielen lieben Dank für eure Follows, ihr beiden. Dankeschön. Damit bekommt ihr plus 10 auf Intelligenz. Plus 20 auf Charisma. Und plus 30 auf Schönheit. Denn Followerinnen und Follower bei Ranger sind grundsätzlich schöner, hübscher, besser, charismatischer, intelligenter. Und bekommen tatsächlich auch häufiger mal gute Laune. So. Ja. Heißt ja zufällig... Ja, ein Kronke. Kronke ist es. Habt ihr das nicht erraten? Und der Streamer lügt auch nie. Ich lüge nie. Grundsätzlich nicht. Also alle Arbeiter sind zugewiesen. Gute Laune ist ja widerlich. Also hier unten seht ihr. Alle Arbeiter sind zugewiesen. Aber uns fehlen halt trotzdem noch Nägel. Das heißt, wir müssen immer noch das hier... Aber selbst dann. Das war 130. Ein Q. Q? Ist das der hier aus... Aus Star Trek? Hm. Ich habe gerade gelernt, Zuschauer von Ranger ähneln Laila. Wer ist denn Laila? Habe ich nicht zugestimmt. Jeder musste automatisch, wenn er diesen Stream ertritt, erstmal zustimmen, dass er gute Laune mitbringt. So, wir bauen die Farm wieder ab, damit wir die Nägel da rausbekommen. Keine Ahnung, wie viele Nägel das hinterher sein werden. Kurz vor der Fertigstellung. Aber wir brauchen den trainierenden Hund. Training Doc. Ansonsten... Das ist Q James Bond. Ah. Warum heißen beide Q? Hm. Ich weiß nicht, wer Laila ist. Schöner, junger, geiler. Ach. Der Schlagersong? Ich höre sowas nicht. Jeder kann gerne hören, was er möchte. Aber ich höre keinen Schlager. Sonst muss ich jemanden erschlagen, wenn ich das höre. Additional Resources Required. Ja, 466 Nägel immer noch. Gut, dafür müssen wir das hier halt abbauen, ne? Und... Ah, dafür müssen wir auch noch ein bisschen... Also müssen wir das hier rausnehmen. Ando hinterher. Und hiermit nehmen wir auch noch ein bisschen raus. Es wäre schön, wenn man irgendwie nur die Nägel explizit rausnehmen könnte. Wobei, bei dem... Das macht ja gar keinen Sinn. Bei den unterschiedlichen Baufortschritten. Zieht die Nägel aus dem Dach raus. Aber, Herr Bürgermeister, dann bricht das Dach. Zieht die Nägel aus dem Dach raus. Der Rest kann bleiben. Ja. Okay. Das war jetzt vielleicht doch nicht so der intelligenteste Weg davon. Naja, egal. Unsere Karren, die nutzen sich auch gerade ein bisschen ab. Äh, uh, die sind aber sehr... Dafür müssen wir also auch nochmal eine Neuerung holen. So. Ähm... Can't fight Nails anywhere. Wir haben Leim. Ja, dass die auch so viele Nägel brauchen. Waren Nägel schon so verbreitet im... Anfang des 18. Jahrhunderts, dass man überall mit Nägeln gebaut hat? Ich dachte, Nägeln mit Köpfen macht man erst ein bisschen später. Und damals hat man noch ein bisschen rudimentärer auf andere Sachen gesetzt. Seit dem Mittelalter? Ja, genau, ne? Also... Alles gut verfugt. Holznägel. Holznägel. Ja, das wäre doch was. Holznägel könnten wir herstellen. Holznägel könnten wir herstellen. Wir müssen jetzt halt nur den... Warte mal, müssen wir den dafür nach vorne packen? Kann das sein? Ja, den müssen wir nach vorne packen. Ah. Neustart keine Option. Nee, nee, wir brauchen alle Neustart brauchen wir nicht. So schlimm ist es noch nicht. Nägel sind die Elzen bekannten Verbindungselemente. Nägel aus Holz wurden nachweislich schon 5101 vor Christus zum Vernagel eines Holzboden in Sachsen gebraucht. Ältere Belege für Nagelschmiede finden sich in Stralsund oder Nürnberg, während Eisennägel bereits zur Eisenzeit verwendet wurden. Das ist ja mal interessant zu wissen. Ja, aber wann liest man sich mal die Geschichte der Nägel durch? Vor allem, wenn man so wie ich... Also, ich kann viele Sachen, aber eines meiner Talente ist bestimmt nicht, dass ich... dass ich handwerklich begabt bin. So. Ähm. Wir haben Eisen. Moment, 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 Moment. Halt, halt, halt. Jeder hört jetzt auf mein Kommando. Antreten am Appellplatz. Wir haben Eisen. Hier. Da. Wir brauchen nur Kohle. Warum sagt das denn keiner von euch? Warum habt ihr mir das denn nicht gesagt? Leute. Das wäre ja viel einfacher gewesen. Ja, Eisen hast du am Anfang im Dorfzentrum liegen. Dankeschön. Cool. Du hast Eisen. Damit haben wir uns ganz viel Arbeit gespart. Dankeschön dafür. Ja. Es fehlt an Kohle. Da haben wir ja Charcoal Pile. Holzkohle-Ding. Schön in die Nähe von der... von... Alles, was brennbar ist. Das werde ich so leicht anschrägen, dass das hier hinterkommt. So. Dass der Schmied Kohle braucht. Ja gut, Kohle. Klar, aber ich dachte, der braucht auch nur Eisen. Ja gut. Müssen wir uns nur merken, wo die Farbe hingestellt wurde. So. Und jetzt packen die hier ihr Holz hin. Das ist nämlich Holzkohle. Sehr schön, wie sich das auch langsam aufbaut. Auch eine tolle Sache, muss man sagen. Und jetzt wird es runtergebrannt. Dann sehen wir hier den Prozess. Burning Firewood. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir haben es auf zwölffacher Geschwindigkeit. Das heißt, wenn wir sagen, wir machen es langsamer, ist ein sehr, sehr langer Herstellungsprozess. Aber ich kann es nur nochmal sagen, das ist halt ein Spiel, was entschleunigen soll, was mal beruhigt sein, wo man ruhig drangehen soll und wo man halt auch ein bisschen entspannen soll. Das ist ja ein wichtiger Punkt mit dabei. So. Was noch? Muss ich hier irgendjemanden... irgendjemanden boxen? Wir können aber mal ein paar Bäume setzen. Hm. Lasst uns mal... Ach, du Scheibenkleister. Nee, das machen wir mal nicht so. Sondern eher so. Die Place is occupied. Was? Ist es besetzt? Too short. Hä? Ähm, du musst nichts erforschen. Alles ist theoretisch von Anfang an machbar. Du musst halt nur die Ressourcen dafür erstmal holen, ne? Okay, da mussten wir nochmal genau... Wir haben ja erstmal noch Bäume. Erstmal haben wir ja noch Bäume. Karesack, wunderschönen guten Morgen. Grüß dich. Hallo. Hallo. Dich muss ich am Dienstag oder Donnerstag im Stream erwarten, weil ich dann nämlich Victoria 3 mit Brasilien starten werde. Und da brauche ich deine... deine viktorianischen Tipps bestimmt. Nach so langer Zeit. Ich weiß noch nicht, am welchen Tag. So. Burning completed. Das ging doch schnell. Ich muss nur noch herausfinden, welche... Ich... Ach, welche... Nicht denn? Keine Ahnung. Boah, ich kann mich nicht festlegen jetzt gerade. Ja, Cards are wearing out. Das machen wir hinterher. Das ist jetzt nicht so wichtig gerade. Äh, die Holzkohle wird dann direkt... Oh, guck mal, wir kriegen aber da... Also, das braucht zwar ein bisschen länger. Aber... Dafür haben wir viel davon bekommen. Die brasilianische Aussprache beibringen. Ist doch port... Brasilianisch, ist doch... Ist doch portugiesisch mit... Mit... Mit Dialekt, ne? Oder? So. Okay. Ähm, huh. Okay. Jetzt aber mal hier... Also, wir sprechen das richtig. Aha. Hier haben wir jetzt auf jeden Fall eine Person schon drin, die arbeitet. Wir haben Produktionslimit. Können wir hier drin festlegen, wie viele Nägel wir insgesamt produzieren wollen. Wie viele Metallteile wir produzieren wollen. Metallteile nehmen wir mal komplett raus. Wir wollen im Moment nur Nägel produzieren. Dann gehen wir bei den Nägeln, gehen wir mal auf 500. So. Wie viel Eisen brauchen wir denn, um einen Nagel herzustellen? Also, naja, wie viel Nägel kriegen wir aus einem Eisen? Ist ja, glaube ich, die richtige Frage, oder? Wir können hier unten noch ein paar Sachen mehr einstellen. Move resource by car, by wagon, make empty, destroy, resource supplies. Also, man hat schon mal ein paar Einstellungsoptionen mit dabei, die man sehr schön angehen kann. Das ist halt wirklich nur die Frage. 100 Eisen für einen... Ja. Klar. Aus einem Brocken Eisen bekommt man ca. 30 Nägel. Aber nagel mich nicht drauf. Hilfe. Hilfe. So, was haben wir denn hier noch? Camp Storage. Da ist auch das Eisen drin. Lass uns mal ein bisschen beschleunigen. Ich habe das Gefühl, hier passiert gerade nichts. Kann das sein? Die fahren alle zu dem Holzlager da hoch. Und bauen weiter an der Brücke. Und machen dann Pause. Das bauen sie noch weiter. Can't find nail anywhere. Da, da läuft einer. Was hast du? Supply resources to construction site. Der hat 10 Nägel. 10 Nägel. Ein ganzer Karren mit 10 Nägel gerade mal voll. Also, jetzt müssen wir aber wirklich mal hier schauen. Hier ist... Ach, da sind schon... Da ist schon Eisen drin. Der macht aus einem 10 Nägel. Warte mal, hast du das... 10en. 10 Nägel. Warte mal, hast du das geschrieben gehabt, Hellsmarch? 30 Nägel. Hast du gelogen? So, 2 Eisen hat er jetzt genommen. Aus 2 Eisen 10 Nägel. Das ist aber sehr wenig. Was sind das für Nägel? So lang, oder was? Das ist ja wild. Wann gibt es wieder City Skyland 2? Das dauert jetzt mal ein bisschen. Wir haben ja letzte Woche Sonntag noch City Skyland 2 gespielt. Man muss ja ein bisschen Abstand dazwischen lassen. Morgen gibt es Workers and Resources. Das heißt vielleicht wieder nächsten Sonntag oder so. Aber jetzt... Wöchentlich ist es nicht im Programm. Da müssen wir mit den City-Bildern ein bisschen mehr abwechseln. Also vielleicht alle zwei Wochen. Oh, oh, moin. Grüß dich. So können wir uns das auch ein bisschen mehr... So können wir uns auch ein bisschen mehr den Spaß am Spiel erhalten. Weil wenn wir den jetzt nämlich tot spielen sollten, dann wird es, glaube ich, schwierig. Wir gehen einmal durchs ganze Haus. Und 200 Kohle. Es ist wild, ne? Was machen die denn hier? So ein 30er Sparrennagel braucht ein wenig Metall. Ja, ich glaube, ich habe gerade das falsche Bild. Ich glaube, ich habe gerade das falsche Bild von Nägeln. Ich stelle mir hier gerade diese kleinen Nägel vorher, die man in eine Wand reinhaut, damit man ein Bild aufhängen kann. Aber dass die hier auch, wenn man die richtig großen Dinger braucht, weil die bauen ja ein Haus. Ich baue dir ein Haus, das in das Triff liegt. So, schau mal, wie schön der Frühling aussieht in dem Spiel. Guck mal, hier mit den Blümchen, die davor sind, vor den Häusern. Mit unseren Büschen, die jetzt hier an der Seite sind. Da auch nochmal über ein paar Blümchen. Herrlich. Das ist doch super. Ah, das ist toll. Und ich meine, wir sind jetzt immer noch im Anfangsbereich drin von diesem ganzen Spiel. Das wird sich ja noch ein bisschen weiter ausbauen, ne? Das ist der Unterschied zwischen dem Eiffelturm und einem Konzern. Beim Eiffelturm sitzen die großen Nieten unten. Habe es nur mitbekommen, als es rauskam. Habe es mittlerweile Patches nachgeschoben. Die Packs waren ja schon nicht ohne. City Skyland 2? Oder wo meinst du jetzt? Lautes W? Hallo. Und Pompay Phil auch an dich einen wunderschönen guten Tag. Nicht, dass du denkst, ich habe dich überlesen. All Cards need... All Cards need... All... Ihr wisst, was ich meine. Wir brauchen also Carpentry. Wo haben wir sie denn? Just another Carpentry. Da sind immer noch sehr viele Bugs drin. Also wenn ihr das Spiel noch nicht gekauft habt, aufgrund von Bugs, dann seht davon auch erstmal weiterhin ab. So. Dann machen wir die Carpentry hier nach vorne. ACAB, all Cards are broken. Oh, Siri ist angegangen dabei. Fragt sich, wie groß die Eisenbahnen damals waren. Ja, stimmt. Also wir brauchen jetzt auf jeden Fall diese neuen Cards. 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 Mein Gott. Bloody Moin. Ja, wir brauchen Schlager. Wie sollen wir sonst die Nägel in die Wand bekommen? Was heute als Nagel bezeichnet wird, sind eigentlich Stahlstifte. Nägel sind drei- oder vierkantig hanggeschmiedet. Kommt man schnell in den Ostriff rein? Meiner Meinung nach, ja. Es gibt ein Tutorial hier drin, wenn du das Tutorial einmal so ein bisschen angespielt hast, weil es ein paar intensivere Sachen gibt, was zum Beispiel Besteuerung angeht oder Selbstversorgung angeht. Die sieht man zum Beispiel unter meinem Bildschirm hier drunter. Äh, dann kommt man, kommt man einigermaßen schnell rein. Also man, das Spiel ist sowieso langsamer. Deswegen kannst du nicht so viele Fehler machen. Der einzige Fehler, den du recht schnell machen kannst, ist, dass du die Häuser nicht schnell genug baust. Also ich würde sagen, bau am Anfang, wenn du, wenn, wenn du oder ihr mit im Spiel startet, baut ihr am Anfang für alle, die ein Zelt haben, erstmal ein Haus, baut einen Holzfäller und danach folgt ihr einfach dem Tutorial, das hier oben ist, beziehungsweise die Missionsziele, die hier oben sind. Die habt ihr in jedem Durchgang. Die führen euch so ein bisschen durchs Spiel durch, damit ihr nicht zu schnell nach vorne prescht. Pre-Jone ist schön gemorgen und Firefighter wurde schön gemorgen. Wie weit bist du eigentlich mit der Star Trek Serie? Ich habe gestern, ähm, gestern bin ich bei der Folge angekommen, bei der, äh, Enterprise auf Deep Space Nine ist. Und habe da den ersten Teil von gesehen. Die ist ja zweiteilig, die Folge. Das heißt, äh, Richtung Ende zweite Staffel, äh, Richtung Ende sechste Staffel bin ich gerade. Kampfgulasch, servus. Also Deep Space Nine ist jetzt auch gekündigt worden. Da habe ich mir, habe ich nämlich noch intensiv nachgeschaut gehabt, wann ist Deep Space Nine online gegangen. Also, online gegangen, erstausstrahlung, erstausstrahlung der ersten Folge Deep Space Nine von Star Trek. Darüber reden wir jetzt gerade, war, ähm, irgendwie Mitte Januar 1993. Und die Folge, wo, äh, Next Generation, also, äh, Enterprise dort angekommen, war 1. Februar 1993. Also, quasi so ein Crossover, damit man, äh, so ein Crossover, damit ein bisschen die andere Serie gepusht wurde, ne? Das ist ja auch intelligent, warum nicht, ne? Machen wir ja als Content Creator auch dauerhaft. Crossover. Perform, 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 preventive repairs. Präventive Reparaturmaßnahmen, ja klar. So, dann packen wir dort jemanden rein. Was mich jetzt gerade ein bisschen, ein bisschen, ähm, stutzig macht. Wir finden auch hier keine zweite Person. Okay, das seht ihr. Wir finden auch hier keine zweite Person. Kann sein, ich glaube, wir müssen mal ein paar Bilders hier wegnehmen. So, und dann setzen wir einen hier rein. Aber die haben alle keine besonderen Fähigkeiten, ne? Also, die können alle alles. Ja, da haben wir, die Zeiten waren anders, ne? Da musste man alles können. Wenn man gut an die Hand, dass man zu Beginn nicht so dumm Sachen macht, wie eine Brücke über den Flussbach. Das ist keine dumme Sache, das ist, das ist perfekt. Also, ja, die Parkbänke, ne? Also hier eine Fußlinie wäre super. Mehr Häuser zu bauen. Und ich weiß, das andere Haus wird hier gebaut. Aber wir müssen jetzt erstmal kurz die Cards wieder in Ordnung bringen. Dann will ich auf jeden Fall einmal einen Trading-Doc haben, damit wir dort, äh, damit wir dort auch bereit sind. Und. Ja. Ich denke die ganze Zeit, was veranstaltet der Ranger da mit dem Ton? Dabei ist es vermutlich ein Weg-3-Bag. Mit dem Ton? Jetzt musst du, also du meinst jetzt ja Audio, ne? Weil hier haben wir nämlich auch Ton. Nicht, dass du auf einmal das meinst. So. Ähm. Also, die hier müssen repariert werden. Das werden wir ja jetzt auch machen. Da kümmert der sich dann drum. Der holt sich jetzt Holz. Nothing ordered. Äh. Du holst jetzt Holz von da drüben. Der ist auch carrying. Carrying? Und das Holz trägt er zu sich? Sag mal, du sollst reparieren. Meister Ida. Ja, okay. Ada. Ne, das trägt er ja gar nicht zu sich. Das ist einfach nur die, dass er zu dem Haus dazu gehört. Alles gut, alles gut. Vergesst, was ich gesagt habe jemals. Vergesst alles bis zum heutigen guten Morgen, das ich euch gesagt habe. So, und jetzt bin ich mal gespannt, wie das ausschauen wird. Dann geht er mal kurz nach Hause. Erbsensuppe essen. Erbsen einen Topf. Bei dem, bei dem Wetter draußen das Beste überhaupt. Jetzt setzt er sich erstmal wieder auf eine Bank. Also. Gleich flippe ich aus, ey. Jetzt geht er wieder rüber. Jetzt holt er wieder Holz. Ich glaube, er financial health war das. Nein, ich habe gerade subventioniert. Naja, nicht so schlimm. Ich habe gerade... Ich habe gerade unseren Karrenreparierer, äh... Reparateur subventioniert. Ja. Er kann sich jetzt mir einfach Erbsensuppe leisten. Wer bin ich? Ja. Könnte ich nicht aufnehmen. Wiederholen Sie alles. Warum reparieren? Was? Woran scheitert es? Woran hat es hier liegen? A car needs repair. Force repair. It's being used at the moment. Wie? Genoa, grüß dich. Dass sie nicht so weit laufen bis zum nächsten Bank. Ja, vielleicht doch. Also, die sehen zwar schön hier unten aus, aber ich wusste ja nicht, dass die sich nur noch da hinsetzen werden. Setzen wir mal nach vorne. Und ein Thatchery bauen könnten. Ich weiß gar nicht, wo wir die hingesetzt haben. Zack, Steuern um 10% erhöht. Also, der nimmt die hier nicht weg. Und ich bin mir unsicher, wieso. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Weil die ganze Zeit, vielleicht, hold shift to pause all. So, wir haben jetzt mal alle pausiert. Jetzt mal gucken, ob die dadurch, müssten wir die ja jetzt nutzen können. Bin mal gespannt. Ah, nicht genug, ah, nicht genug Metall, äh, Teile zum reparieren. So, wir brauchen Metallteile. Ja, 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 ja. Äh, steht noch nicht fest. Firefighter. Wir brauchen also noch ein paar davon. Gut zu wissen. Dann können wir das hier weiterlaufen lassen. Hierfür brauchen wir weniger Nägel. Dann können schon mal mehr Leute zu uns kommen. Dann haben wir unten nämlich so ein kleines, äh, so ein kleines Dörfchen. So einen kleinen Bereich, in dem die Leute dann auch keine, ähm, keine, keine Gärten haben und ähnliches. Damit wir mehr Häuser in den kleinen Bereich reinbekommen. Da wäre, ja, da wäre die Anzeige mit Ausrufezeichen gut gewesen. Und das hier, hinterher, wenn die Brücke fertig ist, dann werdet ihr sehen, das ist, äh, unfassbar wichtig für uns gewesen. Weil dann können wir nämlich anfangen, hier überall unsere Stadt aufzubauen. Dann haben wir hier so einen kleinen Vorort. Und dann fangen wir an, hier drin unser Dorf zu bauen. Das, das ist so das, was ich im Moment sehe. Dann können wir nämlich von hier aus rüberschauen. Und dann haben wir hier unseren, unseren Handelsposten. Der ist auch wichtig für uns. Dann sind wir nämlich auch damit gut aufgestellt. So. Jetzt haben wir die ersten Metal Parts. Aber wie viele brauchen der? Das ist jetzt die nächste Frage. Wie viele wird der noch brauchen? Vielleicht stellen wir noch einen zweiten dort ein. Dann nehmen wir uns nochmal hier einen von den Bauarbeitern weg. Damit die so ein bisschen mehr herstellen. Und wir nehmen uns hier einen weg. Ganz ehrlich. Pavlos Maili ist übrigens unser Bürgermeister. Ich dachte, ich bin der Bürgermeister. Jetzt will da keiner mehr anfangen. Seltsam. Nach dieser Brücke, Männer, roden wir den Wald. Noch mehr Arbeit, die auf uns zukommt. Yay! Wieso auch nicht, ne? Wieso auch nicht? Also man muss ja sagen, der größte Unterschied zwischen Männerlords und diesem Spiel... Gut, es gibt nur mehr Unterschiede, ne? Aber der größte Unterschied ist natürlich, was der Entwickler von Männerlords grafisch hinbekommen hat. Ich bin bis heute, frage ich mich, wie der das hinbekommen hat. Wie der AAA-Studios so ahnungslos aussehen lässt. Ah, sehr schön. Jetzt hat er es repariert. Sehr, sehr cool. Okay, damit haben wir jetzt die erste Karre wieder fertig. Ähm, genau. Wie er die so ahnungslos aussehen lässt. Das frage ich mich wirklich. Weil das ist ja eine fotorealistische Grafik, die der da schon fast hat. Wenn wir da nochmal uns zurück erinnern. Männerlords übrigens auch noch ein Spiel, was wir dann ab April, da wird es ja erscheinen, sehr intensiv spielen werden. Also dann haben wir eigentlich viele Spiele. Dezember kommt Pioneers of Pagonia raus. Das werden wir dann so Dezember spielen, in den Januar rein. Dann mal schauen, was im Februar kommt. Und März. Und dann haben wir ab April schon wieder das. Also es ist, auch wenn es so weit weg klingt, ähm, für mich ist die Zeit relativ eng. Ja. Schnitti, moin. Wie vollständig ist Ostriff? Das ist, glaube ich, Definitionssache. Oder meinst du jetzt prozentual bis zum Full Release? Das kann ich dir nicht sagen. Ja, genau. Screenshot schon. Und setzen ihn dann da hin. So. In der Thatchery können dann auch Frauen arbeiten. Ist eine andere Zeit damals gewesen. Die können dann auch hier drin arbeiten. Kümmern sich dann da drum. Alles klar. Und dann haben wir hinterher wieder Heu für unser Dach, das wir dann nutzen können. Schieben wir solange mal den nach vorne. Weil der braucht ja sowieso nur noch Nägel mit dabei. Serial Quill Lurk. Wunderschönen guten Morgen. Hallo. Und dann geht es hier richtig rund. Was haben wir hier drüben? Not enough food variety. Ihr habt doch einen Garten. Müsstet mal ein bisschen was anderes anbauen. Während draußen gerade einer einen Kickstarter macht. So. Lass mich mal eben kurz was nachsehen in der Zeit. Ich muss einmal kurz was nach. Okay. Egal. Egal. Ich muss nur mal kurz was nachsehen. Äh. Was. Äh. Was. Geschiftelich ist. An einem Samstagmorgen. So eine Frechheit, ne? So eine Frechheit. Ich dachte, das arbeitet keiner mehr am Wochenende. Okay. Die setzen da ihr Dach drauf. Sehr schön. Dann haben wir nämlich auch den nächsten. Das nächste Gebäude fertig. Das heißt, wenn wir ein Gebäude fertig gebaut haben. Auch die typische Aufbauformel. Dann kommen mehr Leute. Es kommen Leute zur Burg. Weil sie da nämlich einen Platz haben, wo sie schlafen können. Es kommen jetzt keine Personen zu uns, die dann auf einmal auf der Straße schlafen müssen. Oder ähnliches. Wäre noch schön, wenn man Gebäude umsetzen könnte. Das würde dann passend sein dazu. Ähm. Und wir brauchen halt noch ein Town Center irgendwie. So. Damit haben wir jetzt auch die. Wir brauchen einen Marktplatz für die alle. Ein Marktplatz wäre so einer der nächsten Punkte, die ich auf jeden Fall mal machen würde. Wir sollten noch einen Farm bauen für Food. Die haben wir ja wieder abgerissen gehabt. Das heißt, die setze ich dann einmal hier oben hin. So. Mit R und T rotiere ich die. Wenn ich noch Steuerung dabei gedrückt halte. Dann geht es richtig rund. Das war. Mal hier rüber. Mal hier rüber. Moment. Das Holz, was da jetzt am Anfang drauf gebaut war, ist jetzt das große Problem. Hm. Dann lasst uns das mal hier hinsetzen. Da haben wir das erstmal neutral dazwischen gepackt. Okay. So. Farm wird gebaut. Hier unten können auch wieder Personen einziehen. Dann haben wir das auch. Jetzt haben wir unseren ersten Trading Dock. Da müssen wir erstmal. Ähm. Jetzt gibt es hier die Varianz zwischen Manager und Workers. Workers sind für uns am wichtigsten. Die dann da drin arbeiten können. Da nehmen wir mal wieder einen von unseren Bauarbeitern weg. So. Und Manager erhöht die Effizienz hinterher von diesen sogenannten Trading Docks. Dass die dann noch ein bisschen effizienter sind. Jetzt können wir hier sagen, was wir exportieren wollen. Click to add resource to export. Und könnten dann sagen, wenn wir jetzt zum Beispiel, was haben wir denn besonders viel bei uns? Wir haben besonders viel Firewood bei uns. Dass wir davor ein bisschen was exportieren können. Zum Beispiel. Mh. Wie viel denn? Sagen wir mal 2700. So. 2700. Bam. Dann würde er 2700 hier hinbringen. Und dafür sorgen, dass hier immer was ist. Manager erhöht die Effizienz. Löge. Und auf der World Map könnten wir dann schauen, wo wir als nächstes hingehen wollen. Wir müssen uns entlang des Flusses, glaube ich, bewegen. Also hier hin. Da können wir draufklicken. No active deals. No manager a trading dock. Okay, da können wir also noch nicht hingehen zu denen. We don't have a trading post, weil das hier Landverbindungen sind. Die hier gehen über Fluss. Wir müssen also doch noch irgendwo einen Manager mit dazu packen. Manager gleich Vorarbeiter. Ja, so ungefähr, ne? Vielleicht reicht auch der Manager alleine. Lass mal gucken. Vielleicht kann auch der Manager sich die Hände schmutzig machen. Und hier müssen wir die erstmal dorthin schicken, damit die Kontakt zu denen aufbauen. Denn sonst wissen wir gar nicht, was die überhaupt für uns haben. Das heißt, wir schicken jetzt einen Messenger dort rüber. So, ist wie mit dem WhatsApp Messenger. Und dann machen die sich auf den Weg und gehen dorthin. Ist auch dreifache Geschwindigkeit. Wenn wir jetzt auf einfache gehen, dann seht ihr, das dauert alles ein bisschen länger, bis die da hinkommen. Die, die über Landverbindungen erreicht werden können, dafür brauchen wir dann wirklich den Trading Post hinterher. Wir haben schon wieder November. Schon wieder vorbei. So schnell, so schnell, so schnell gehen die Zeiten vorbei. Ei, 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 ei. So, nochmal einen Schluck trinken. Rauschen, ne? Ein Manager schon, zwei oder mehr nicht. Ja, Führung ist ja auch unteilbar, ne? Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Da ist sie wieder. Ich finde die Musik auch schön und passend. Die Musik hat irgendwie keinen Charakter, dass sie auf einmal nervt oder ähnliches. Was ja auch ein wichtiger Punkt ist. Häufig, ich glaube, also meiner Meinung nach leidet am meisten Workers and Resources darunter, um ehrlich zu sein. ist diese Musik, die so ans osteuropäische angehaucht ist, nervig. Also sie wird in Spielen nervig dargestellt. Dass die Musik an sich nicht nervig ist, oder es halt auch verschiedene Musikstücke gibt, genauso wie es bei uns in der Region es auch gibt. Das wird häufig unter den Teppich gekehrt, da werden stereotypische Dinge rausgeholt. Und hier drin in Austria finde ich die sehr schön, sehr harmonisch, die passt sehr gut dazu, fängt die Stimmung gut ein. Workers and Resources hat eine katastrophale Musik. Also eine richtig katastrophale Musik. Boah, die... Boah, da brauche ich auch noch für morgen. Also ich habe für morgen schon mal alternative Musik rausgeholt. Nur so entspannte Musik, die man zum Aufbauen dazuhören kann. Weil ansonsten... Ja. Auch schön, wie jetzt alles ruhiger ist, dadurch, dass hier Schnee liegt. Und man hört dann nur, wie er hier zwischendrin mit seinem Hammer am Kloppen ist. Tolle Sache. Schön. Was sagt ihr denn zur Musik? Was sagt ihr denn zur Musik? Ich hoffe mal, dass die Nägel jetzt gleich fertiggestellt werden. Destroyer Moin. Not Enough Food Variety. Die kaufen das dann wahrscheinlich bei ihren Nachbarn weg, ne? Mir vorstellen. Man sieht nur da keine Fußspunde im Schnee. Ja, der Schnee ist sehr klinisch mit hierbei. Aber auch da wieder, wie gesagt, ein Entwickler, der halt auch sich eine Zeit lang nicht ums Spiel kümmern konnte. Aus verständlichen Gründen heraus. Da ist das... Da passiert sowas dann halt schon mal. Auch schön, dass er sich jetzt andere Klamotten angezogen hat im Winter, ne? Schöne, warme Klamotten. Ja gut, Musik überhört sich immer. Außer bei den Paradox-Titeln. Da kann ich die wirklich immer hören, weil die haben eine sehr schöne Ingame-Musik. Ich würde tatsächlich auch Victoria 3 zu einem meiner Lieblings-Soundtracks machen. Welche drei Spiele... Welche drei Spiele haben für euch... Ich habe da letztens gesehen, dass Stein war beim Podcast dabei, habe ich mir leider nicht anhören können. Aber da ging es um Gaming-Sounds, um Soundtracks, um Spiele-Soundtracks. Welche drei Spiele haben für euch die schönsten Soundtracks? Also nehmt mal drei Spiele, wo ihr sagt, das sind die schönsten Soundtracks, die ich jemals in Computerspielen gehört habe. Family is out of food. Ja gut, manche müssen halt hungern, ne? Opa Universalis, Ixion. Oh, ja. Witcher 3, Persona 5. Anno 1800, Halo, Witcher, Elmring, Big 3. Was gave ich 3, Witcher? Evil 2 fand ich geil. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Doom von 2016. Oh ja, der ging nach vorne. Common and Conqueror. Age of Empires. Oh ja, oh ja. Skyrim? Oblivion? Wo kann man euren Podcast hören? Überall, wo man Podcast hören kann. Also das meine ich wirklich so. Einfach Ausrufezeichen Podcast, dann kommst du auf die allgemeine Seite, glaube ich, drauf. Wo alle verknüpft sind, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und ich den Link geändert habe. Tropico? Echt Tropico? Gibt's schon ein paar Ikonen. Tom, guten Morgen. Witcher und Ixion sind auch... Also Ixion ist wirklich... Also Ixion hat wirklich einen grandiosen Soundtrack. Stimmt. Stimmt. Das kann man so nicht sagen, weil der Sound gefällt nur, wenn das Spiel gefällt. Ich vermöge kein schlechtes Spiel mit einem guten Sound. Grün halt, moin. Klar, Musik ist immer etwas Emotionales. Immer etwas, womit wir etwas verbinden. Aber... Aber ich würde sagen, gute Soundtracks würden auch, wenn du die jetzt so auf YouTube hören würdest, trotzdem bei dir eine Emotion auslösen. Dass sie nicht zwangsläufig mit dem Spiel an sich verbunden sind. Dafür müsste man aber eine Trennung von beiden schaffen. Ja, gut. Ja, ja, ja. Kann ich verstehen. Ist die Spielwelt eine Insel? Ja. Wenn du... Auf die Weltkarte... Entschuldigung. Wenn du auf die Weltkarte gehst, dann ist das hier Ostriff. Genau. Der Soundtrack von Civilization VI. Wobei Civilization VI auch auf Copyright-Musik setzt. Baba Yetu, oder wie es heißt, ist ein Volkslied. Ich hoffe, dass sie jetzt so schnell fertig wären. Aber irgendwie... Irgendwie ist ein bisschen Sound vom Spiel weg, oder? Oh. Jetzt ist es wieder. Also ich glaube, es wird ein bisschen was gedämpft, wenn der Schnee da ist. Was ja auch Sinn ergeben würde. So. Lassen wir nochmal weiterlaufen. Okay. Dann haben wir gleich das Heu fertig. Dann haben wir unsere Farm gebaut. Und dann schauen wir mal. Als nächstes würde ich sagen... ...würden wir einen Marktplatz hier in die Mitte bauen. Sie wollten ein Volkslied verwenden. Es wurde ihnen aber verboten, weil die Aschaffer ihr Lied nicht im Krieg in Verbindung sehen wollten. Daher entstammt Baba Yetu als Homage daran. Und Baba Yetu ist Vaterunser. Sie Volkslied nicht mit Krieg in Verbindung bringen wollten. Das ist auch mal eine interessante Perspektive auf Civilization 6. Aber wenn man es runterbricht, stimmt es halt, ne? Wenn man es runterbricht, ist 4X Spiel... Es ist ja auch im Namen drin, ne? Explore, Expand... Ähm... Explore, Expand... Explore, Expand, Exploit, Exterminate. Also Auskundschaften, Ausweiten, Ausbeuten und Auslöschen. Da denkt man eigentlich viel zu selten dran, ne? Dass es wirklich so runtergebrochen ist. Ja, wir kriegen, glaube ich, hier gerade kein neues Heu einfach hin, weil wir eben Winter haben. Deswegen könnte das noch ein bisschen länger dauern. Aber die brauchen halt sehr viel Fetch dafür. Sehr viel Heu oben drauf. Interessant. Da müssen noch ein bisschen mehr Grafiken und Optionen rein, wenn Schnee ist. Beispielsweise, wenn wir hier das Dach sehen, da müssen noch ein paar mehr... So ein paar mehr... Bisschen markantere Oberfläche muss da noch dran. Aber ansonsten ein schönes Gefühl auf jeden Fall. Vor allem auch, wie die ganze Landschaft dann einfach hier weiß wird. Aber nochmal dazu gesagt, der Entwickler hat natürlich auch gerade andere Sorgen als nur die Entwicklung seines Spiels. Ich bin froh, dass er überhaupt die Entwicklung wieder aufnehmen konnte. Deswegen ein sehr guter Titel. Und auch ein Beweis dafür, wie wichtig ihm der Titel ist, dass er wirklich jetzt wieder mit der Entwicklung weitergemacht hat. Ja, ich glaube, mehr kann man dazu auch so nicht sagen. So, die Farm wird aufgebaut. Senders Live, hi. Guten Morgen. Nachrichten zu Männerlords? Ja, das erscheint im April 2024. Oder meinst du noch andere Nachrichten dazu? Was? Warum brauchen die so lange? Holen die das her? Gut, das Gras kriegen sie jetzt nirgendwo mehr her. Ach so, genau. Oh, gut. Dann gibt es auch einen Release-Trailer dazu. Also, einen Ankündigungstrailer. Ein Release-Date-Trailer. So kann man es sagen. Ja, jetzt ist Stück für Stück nach vorne gehen, ne? Jetzt kommt noch ein bisschen das Leben wieder zurück. Ah, schön. Toll. Und unsere Brücke ist übrigens fertig. So. So schaut es jetzt mal aus. Das heißt, wir können jetzt hier auf der anderen Seite auch anfangen, vernünftige Gebäude hinzusetzen. Zum Beispiel Government. Und dann könnten wir hier eine Town Hall reinsetzen. Die machen wir direkt in die Mitte rein. Setzen wir die in die Mitte, dass man direkt darauf zugehen kann? Oder sollen wir die... Äh, da brauche ich jetzt eure Hilfe. Also, sag mal eins, wir setzen die direkt hier in die Mitte rein, dass man, äh, dass man darauf zugeht, die Town Hall. Oder zwei, man muss erst durch die Stadt und wir setzen die irgendwo am Ende hin, die Town Hall. Eins, hier direkt vor die Brücke. Zwei, wir setzen die irgendwo an die, an die Kanten der Insel dran. Und man muss erst durch die Stadt durchlaufen. Okay, die Einsen sind mehr. Bitte Markt. Markt würde ich hier drüben hinsetzen sogar. Direkt Steuer fallen. Okay. Dann setzen wir die hier hin. Machen wir aber in einer Furcht. So. Haben wir hingesetzt. Platzstück später knapp wie immer. Ja, klar. Aber deswegen habe ich extra nochmal hier drüben hingebaut. Auf diese Seite. Damit wir uns hier unser kleines Dorf haben und dann hier ein bisschen größer drauf werden können. Äh, der erste Messenger ist wieder da. Jetzt sehen wir auch, was die dort haben. Was die verlangen und was die anbieten. Die bieten an Eisenerz. Können wir uns mal ein bisschen was holen, ne? Kostet 400, wenn wir 8000 Eisenerz nehmen. Sagen wir Deal. 8000 Eisenerz nehmen wir mit. Auch wenn das 400 Gold kostet. Die kommen dann zu uns. Dann wird das Eisenerz abgeliefert. Oder die holen, glaube ich, erst das Gold. Dann gehen die wieder zurück. Dann kommen die wieder an. Das ist doch schon mal sehr schön. So. Der Messenger ist irgendwie erschossen worden. Keine Ahnung, was mit dem passiert ist. Die brauchen immer noch eine ganze, ganze Menge. Lass uns mal gucken bei den Ressourcen. Da haben wir jetzt... Ähm... Ähm, 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 ähm. Da haben wir den Markt. Da haben wir den Markt. Jetzt ist auch die Frage. Da brauche ich wieder eure Hilfe. Eins, wir bauen den Markt hier drüben hin. In das Dorf hier rein. Zwei, wir fangen an, direkt den Markt hier drüben hinzubauen bei der Town Hall. Eins oder zwei? Gott, das ist schräg. Ist nicht in einer Furcht. Also eins hier drüben, der Markt. Zwei, der wird hierhin gebaut. Ich glaube... Oh, es ist knapp. Ah. Kann man da irgendwas... Höfen überschüssige Nahrung an die Nachbarn verkaufen. Ähm, dadurch können die nicht genug, äh, haben die Euphoriete aufhören und Nahrungstilfall erhöhen. Okay. Dann wäre es versorgungstechnisch suboptimal. Wir können, glaube ich, hier so ein paar Marktstände hinbauen. Und was wir zum Beispiel sagen... Weiß nicht. Hier so ein Marktstand. Und dann einmal... Die andere Seite noch einen Marktstand setzen. Warte mal, wo ist denn bei dem jetzt vorne? So. Zack. Und dann können wir darum noch ein bisschen was bauen. Dann können die jetzt hier was anbieten, wie ihr gesagt habt. Ah, da sind aber Workers. Nehmen wir mal... Peace. Wir brauchen sowieso noch eine Granary. Also einen Kornspeicher. Kornspeicher. Wir können ja hier eine Small Granary reinbauen. So ein kleiner Kornspeicher könnten wir hier hinpacken. in die Mitte von unserer Siedlung. Und dann die große... Der große Kornspeicher kommt einfach da hinten hin. So. Okay. Townhall machen wir als nächstes. Dann können wir nämlich auch das Zelt hier weghauen. Das ist ja tauschen vor der Haus... Zu Haus ja einfacher. Aber die sollen ja auch Steuern zahlen. Die sollen ja jetzt hier nicht nur die Sachen tauschen. Wir wollen ja Money in the Bank haben. Wir wollen den Money. Der Money soll da sein. Erst wenn Money da ist. Dann wird es hier richtig rund. Ich erhöhe nochmal die Geschwindigkeit, damit der hier... Der macht mir wirklich Sorgen. Ich glaube, da werde ich nochmal ein paar mehr reinpacken. So, wir können ja viele Leute da reinpacken. Marvin, vielen lieben Dank für dein Follow. Damit hast du plus 10 auf Intelligenz, plus 20 auf Charisma und plus 30 auf deinen Geldbeutel. Das aber weist dir der Zugucker hinterher. Falls ihr das auch haben wollt und ihr Strategiespiele mögt, gerne unten auf Follow drücken. Würde mich sehr freuen. Und... Ähm... Ja. Ihr seid dann halt einfach schönere Menschen. DexOne zum Beispiel. Auch deutlich... Äh... Eine deutlich schönere Person jetzt. Und vorher war es schon sehr schön. Oder sie. Also von dem her... Ihr seht, bei Ranger bekommt man auf jeden Fall was. Bei Ranger bekommt man was geboten. Leckoko auch an dich. Dankeschön. Hat mich einfach überzeugt. Genau. Wie bei den Werbedeals. Die aus den 90er Jahren. Die Werbespots. Kennt ihr die noch? Hey, dann bekommt ihr das und das. Wow. Das hat mich einfach überzeugt. Ja. Und auch sie können es zu Hause haben. Jeder braucht einen Ranger zu Hause. Bitte nicht. Nicht, dass mich auf einmal einer entführt von euch. Da, guck mal. Da kommt ein Bötchen. Oh Gott. Segel ein. Fahr. Ja. Ist nicht so schlimm. So. Slimfest. Stimmt. Slimfest hieß das. Jetzt kommt noch eine... Ich fahre aber viel hier lang mit ihrem Bötchen. Zwei Ranger zum Preis von ein. Äh, von drei. Harry Weinfurt. Okay. Aber wenn die jetzt noch ihr Segel abklappen würden, das wäre super. Die Synchro Deutsch Englisch ist unglaublich gut. Aber das war damals bei Woolworth. Oder wie es bei uns im Ruhrpott heißt. Wollwot. Bei Wollwot. Da waren immer die Fernseher, diese kleinen, viereckigen Fernseher, diese Mini-Dinger, die aber so gigantisch groß waren, weil hinten Apparillo noch drin gewesen ist, wo dann die ganze Zeit diese Dauerwerbesendungen drauf liefen. Wisst ihr noch? Das waren noch Zeiten. Ja. Wie gesagt, im Ruhrpott. Wollwot. Ah, jetzt können wir hier Add Field machen. So, dann setzen wir uns mal wieder hier ein paar Worker rein. Manager nehmen wir auch nochmal mit dazu. Und dann sagen wir Add Field. So wieder ab. Warum ist denn das so unstabil jetzt gerade eben, das Spiel? Instabil. Wollwot. Okay. Gott sei Dank haben wir diese Autospeicherfunktion. Vor zwei Minuten gespeichert, natürlich. Ah, ich glaube, der stürzt manchmal beim Speichern ab. Weil der andere spielt schon einfach auch zwei Minuten her. Nach Cornet. Und holen wir noch Cornet Beef. Nach Wolli und holen Cornet Beef. Ja, also, das ist seltsam. Das ist jetzt hier abstürzt dabei. Wolli, echt? Okay, bei uns war es Wollwot. Nochmal vom Speicher abgestürzt. Hier habe ich noch ein Steißbein gelandet. Achtung, meine Güte. Aber wir brauchen hier auf jeden Fall das eklige Fastfood von Kochlöffel. Oh, das kenne ich tatsächlich nicht mehr. Jetzt setzen wir mal ein paar Bäume hier rein. So ein paar schöne Tannen. Ich bin ja ein Fan von Tannen. Ich liebe Tannen. Ich liebe Tannen. Ich hoffe, Tannen lieben auch mich. Ich wäre traurig, wenn Tannen mich nicht lieben würden. So, und dann setzen wir hier mal ein bisschen... Können wir noch was anderes hinsetzen? So. Dann gucken wir noch mal kurz hier rein. Wir könnten nämlich immer noch diesen Gazbu hier reinsetzen. Im Pavillon. Machen wir mal hier so einen Weg dran. Und dann setzen wir Tannenbäumchen. Attention! Das ist Englisch für ein Tannenbäumchen. Attention. Attention, also ein Tännchen. Warum trinken Bäume Bier? Weil Tannen zapfen. Ah! Was? Vielen lieben Dank für deinen Zapf im neuen Monat. Wir haben ein Twitch-Baby zusammen. Und danke schön bei der Operation 350. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Also wenn das so weitergeht, liebe Leute. Wir haben jetzt den 18. 30 Tage hat der November. Wenn wir so durchkommen, dann haben wir den zweiten Monat von Operation 350 geschafft. Dann müssen wir nur noch den Dezember schaffen. Ihr seid cool! Sehr schön. Also ich glaube, also ein paar Bäume bringen ja sehr viel. Ziegelsteiner, mach's gut, schön, dass du da warst. Warum stehen so viele Pilze im Wald? Weil die Tannen... Weil wenn noch einmal einer einen Tannenzapfen-Witz macht, dann gibt's ja aber Pannas am Schwenkmast. Das sag ich euch. Ich glaube, ich flippe gleich aus. Ed Field? Ich zu verwechseln mit Cloverfield. Ed Field? Ed Field? Ed Field uns an allem, ne? Ich bin noch zu sehr... Ich bin noch zu sehr in City Skylines, weil... bei Pau von Feldern, glaube ich. Huch! Wollte gerade noch einen Witz machen, aber ich verzapfe mir den mal. So. Puh! Ego Schipper, moin! So, schnell nochmal in den Stream geschaut und dann wird der Podcast angeschmissen. Sehr schön. Sehr schön. Ja, genau. Deswegen werden wir uns die Victoria 3 die nächste Woche nochmal anschauen. Dienstag oder Donnerstag. Was hat jetzt Rangers Laube verzappt? Oh Gott. Mein Abo verlängert sich in einer Woche automatisch. Habe gleich drei Monate im Voraus gezahlt. Geld, das man nicht mehr hat, kann man nicht in Black Friday für sinnlos verballen. Dankeschön, der Sesam. Das ist mal eine gute Investition. Ja, denkt da dran. Ja, kein Black Friday, wo ihr hinterher Geld sinnlos ausgebt. Nee, nee, gebt es lieber dem Ranger. Bei Mission 350. Das heißt, danke schön für die Verlängerung des Geschenkabos. Weg zur Arbeit für 20 Minuten Autofahrt wirklich gut, angenehm. Das freut mich sehr zu hören. Das freut mich sehr zu hören. Ein Rehwitz zum Abreagieren. Vielleicht Zapfen, Booster. Mann. Feine. So, aber immerhin haben wir jetzt hier drüben schon mal alle Bäume gefällt. Hurra, wir haben alle Bäume gefällt. Das ist schon eine Dreifeldwirtschaft. Stimmt, ich wollte beim Feld nochmal reingehen. Ähm, wir haben hier Weeds. Also, wir sehen auf jeden Fall die Nutritions. Hier, neuer Sponsor von Ranger Nutrition. Nein, natürlich nicht. Wobei ich letztens angefragt wurde. Hier, willst du Werbung für Sportnutritions machen? Na klar. Also, wenn ein Streamer dafür steht, für Sportnutritions, dann bin's ja wohl ich. Ja? Dann bin's ja wohl ich, um ehrlich zu sein. Ja? Mr. Sportkanone in Person, der hier auch mal einfach das Aerobic-Programm abfahren kann. Ja? Hab ich dann aber abgelehnt, aus irgendeinem Grund. Weiß auch nicht, warum. Äh, Erdbeer, Banane, Dankeschön für die fünf verschenkten Subs. Sehr, sehr lieb von dir. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Dankeschön. Und Openda, Dankeschön für dein Follow. So. Ähm. Entschuldigung. Hier können wir dann auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es eine Dreifelderwirtschaft an sich ist, aber wir können uns wenigstens schon mal Weed anbauen. Und kein Weed, sondern Weed. Fitness Streaming Coming. Markus, grüß dich. Firefighter, mach's gut, schön, dass du da warst. Klingt vernünftig. Es könnte keine passendere Partnerschaft geben. Es... Niemals! Not enough adult Ochsen to complete an order. Nicht genug alte Ochsen? Auch nochmal Manager und Worker. Work, 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 work. Ah, doch hier. Da kann man doch sagen, wir wollen jetzt was anderes machen. Buck Reed. Und Flachs. Ja, und das wiederholen wir dann immer. Glaube ich. Ersatzhund, moin. So. Okay. Brauchen wir aber mehr als ein Feld, sonst ist der Boden ausgelockt oder wir brauchen nichts mehr an zu essen. Ich versuche jetzt die Nutritions unterschiedlich zu, äh, zu, äh, zu bedienen. Du sagst, na, hier liegt nichts brach. Hey. Ich glaube, Ochsen haben wir noch nicht. Click to order. Ja, gut. Ochsen müssen wir irgendwo herholen. Was soll das denn sein? Was denn? Gaming Booster? Ja, ja. Pulver, Geschmack, Koffein. Ja, das sind so Energy Drink Pulver und ähnliches. Das ist seltsam. Das ist mega ekelhaft. Oh. Wobei es auch Personen gab, die denken, Waterdrop wäre das. Nee. Gibt's einen Unterschied zwischen. So. Gerade der Podcast angesprochen wurde, irgendwie seid ihr beide stimmenmäßig nicht ebenbürtig. Was heißt denn stimmenmäßig nicht ebenbürtig? Unterschiedliche Lautstärke? Oder was meinst du genau damit? Also, da weiß ich jetzt... Weiß ich nicht, was du meinst. In der nächsten Folge war ein bisschen viel, muss jeder selber wissen. Ihr seid die Meinungsführer. Nur meine Meinung. Ja, aber du bist ja auch der Meinungsführer drin. Nee, das muss ja jeder selber wissen. Wir sind ja nicht die Meinungsführer. Wir reden über das Thema Early Access. Wir geben unsere Meinung wieder. Aber hinterher müssen wir uns darauf festlegen, dass jeder das für sich selber festlegen muss. Das ist tatsächlich so. Wenn wir das nicht machen würden, wenn wir nicht sagen würden, das muss jeder für sich selber entscheiden, nehmen das schon wieder manche als Gesetz. Ich nenne mal ein Beispiel. Beispiel, das ich immer sehr gerne nenne. Wenn ich sage, ich spiele ein Spiel und habe extrem viel Spaß mit diesem Spiel. Und ich sage, mir macht das richtig viel Spaß. Kaufen sich Leute dieses Spiel und werfen mir hinterher vor, dass dieses Spiel ihnen nicht Spaß gemacht hat. Weswegen ich auch immer sage, macht euch selber ein Bild davon. Das ist genau der Hintergrund, warum ich sage, macht euch selber ein Bild vom Spiel. Und entscheidet dann selber. Und ich nur sage, meine Meinung ist, dass ich viel Spaß damit habe. Passiert häufiger, als man denken mag. Wo ich mir denke... Ach du, wir sind alle erwachsen. Chris von Sachsen, grüß dich, hallo. Warum haben Tannenzapfen immer gute Laune? Und wenn du jetzt einen Zapfenwitz bringst, ich gebe dir Moin Moin. Wir hatten auch mal die Influencer. So. Jetzt haben wir gerade keine Aufgabe mehr hier. Small Granary haben wir ja schon mal gebaut. Oder bauen wir jetzt gerade auf. Das heißt, wir sollten uns jetzt mal anschauen, dass wir hier die Ochsen holen. Die wir für das Feld benötigen. Wo kriegen wir... Ja, jetzt ist die Frage. Wo kriegen wir denn Ochsen her? Aus Oxford? Wo kriegen wir denn Ochsen her? Ich glaube, du hast das bessere Mikrofon als Max. Wir haben verschiedene Anbieter. Also Rode ist... Ich vertraue halt echt auf Rode. Elgato kann hier nicht beeinflussen. Beeinflussung, weiß ich nicht genau, wie es ist. Also Max hat ein Elgato. Dieses Soundwave 3, glaube ich. Und ich habe dieses NT-USB von Rode. Wobei ich mir demnächst ein neues Mikrofon holen werde. Aber dann gut, danke für das Feedback auf jeden Fall. Dann müssen wir nochmal... Ich glaube... Ich glaube... Ist einer der Cutter da? Weil dann können die sich das direkt einmal aufschreiben. Können die das aufschreiben, dass wir das nochmal ein bisschen besser machen. Du kannst Ochsen auch ohne Felder flügen. Weil hier ist Supply of Ochsen disabled. Oh gut, das müssen wir rausnehmen. Was ist hier? Field ist not activated. Code Arm. Activate. Toll. Okay. Ochsen kannst du nur handeln. Wir brauchen einen eigenen Stall. Genau, einen Stall, dachte ich. Der Oxford-Witz ist okay. Aber Zapfen-Witze dürfen wir nicht machen. Nein, nicht mehr. Bin da. Alles klar. Okay. Genau, dann einfach mal... Schreibt es am besten an den Kanal rein. Und... Da kann man stimmlich noch ein bisschen was verändern. Da kann man nochmal ein bisschen mehr... Clean... Cleanliness reinbringen in die Stimme. Müssen wir nur gucken, wie... Wie weit ich den aktuellen Entwicklungsstand einschätze? Also es gibt schon eine ganze Menge. Es gibt schon eine ganze, ganze Menge. Kommt da, glaube ich, darauf an, wann ihr sagen würdet, dass der... Dass der Stand für euch ausreichend ist. Man... Das Ziel des Spiels ist es halt einfach, ein osteuropäisches Dorf aufzubauen mit seinen eigenen Produktionsketten mit dabei. Und da kommen wir halt auch schon weit voraus. Ich müsste jetzt erstmal weit genug gespielt haben, um das einschätzen zu können. Jetzt nachdem... Beim ersten Spiel schon war wohl ungefähr so weit jetzt der zweite Spiel schon. Hier kann ich wirklich nicht sagen. SD-Anime, grüß dich. Okay, sie erhöhen die Arbeit enorm. Lass uns nochmal gucken. Ach, wir müssen jetzt jedes Mal Messenger da hinschicken. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Na gut, wir lassen es erstmal so. So. Und dann packen wir hier nochmal einen Worker rein. Oh, kann da... Oder ist das eine Aufgabe, die nur ein Mann übernehmen darf? Nee. Warte mal, hier müssen wir ja nichts machen. Hier packen wir nochmal jemanden dorthin. Aber was ich sagen kann, mir ist das Spiel schon fast ein bisschen zu langsam. Weswegen ich das die ganze Zeit auf dreifache Geschwindigkeit laufen lasse. Aber das ist auch wieder persönliche Präferenz. So, Peace haben wir ganz viel. Peace! Und dann nochmal Onions. Die können wir auch nochmal ein paar Stück von verkaufen. Das heißt, ich nehme auch nochmal Onions mit rein. Hier hin. Und Messenger ist visiting now. Oh! Haben wir Ochsen? Schafwolle. Brauchen. Die bieten nun Schafwolle an, aber verkaufen auch nie Schafschiebheiz. Gut, da können wir noch nichts mit anfangen. Das brauchen wir hier alles nicht. Alles gut. Benötigen wir nicht. Und Kalifi, danke schön für deinen Sub im 18. Monat. Vielen lieben Dank dafür. Vielen, vielen lieben Dank. Sind 36 Mark, sind 72 Ostmark. Wenn man es mal hochrechnet. So ein Sager, wo du das ankaufst. Wurde vorhin gesagt, dass sie das dann hier anbieten würden in dem Moment. Wir können aber, hier können wir ja, wir haben eine Small Granary. Darin können wir das doch machen, oder? Wir können auch sagen, wir wollen hier drin Zwiebeln haben. Onions. Und dann... Und dann... Hier. So. Wir kaufen von den Locals alles auf. Dann wird das doch hier hingepackt. Dann machen wir das aber so, dass wir... Also 500 reicht. Wir müssen ja jetzt nicht überall alles leer kaufen. Dann sollen sie mal verkaufen, was sie wollen. Buy from local producers. Kaufen wir alles von local producers. Und dann packen wir hier zwei Arbeiter rein. Keine Ahnung, wer hier hinterher reingehen kann. Können wir Frauen arbeiten? Nee. Das hört sich immer an, wenn man das in den Spielen sagt. Aber... Ist ja so. Da muss man ja gucken. Ah, die Town Hall ist auch schon umgezogen. Ah, die Town Hall... Sehr gut, sehr gut. Ist denn das? Okay. Jetzt können wir mal anfangen, ein paar mehr Häuser zu bauen. Zum Beispiel bauen wir dann nochmal hier drüben. Kommen wir einfach nochmal hier hin. Zwei Häuser relativ nah an... An dem Bereich hier dran. So. Hoppala. Ohne Gärten. Ohne Treten, ja? So. Könnt ihr euch immer vorstellen, wenn Ranger auf einmal ruhig ist, ist Konzentrationsranger da. Durch den Bau neue Häuser kommen nach und nach neue Einwanderer, die Geld und Arbeitskraft ins Dorf bringen. Deswegen wollte ich hier nochmal ein paar Sachen bauen. Gibt auch eine Roadmap? Warte mal, dann muss ich jetzt aber mal kurz selber schauen. Gibt eine Roadmap. Muss ich mal reingucken. Oben Roadmap. Ach du. Ah. Okay. Das ist ja furchtbar dargestellt. Ja gut. Ja gut. Es ist halt so. Es ist halt ein Entwicklerstudio. So. Lass uns mal kurz gucken. Das hier ist die Roadmap, die es momentan gibt. Also das ist die Seite. Die findet ihr bei uns auf dem Discord. Einfach Ausrufezeichen Discord. Deutet in den Discord auf dem Kanal. Hashtag Aufbaustrategie. Könnt ihr gerne drauf kommen. Bitte liebe Moderatoren das einmal verlinken. Und hier seht ihr dann, wo wir uns ungefähr befinden. Hier sieht man auch eine Stadt, die relativ weit ist. Da seht ihr mal, wie schön das hinterher auch aussehen kann. Wenn man das einmal ausgebaut hat, das Ganze. Auf jeden Fall haben wir hier Roadmap. Kampagne soll mit da reinkommen. Mit Story Mode. Verbessertes Trading. Über See auch hinterher. Verhandlungen sollen mit dazukommen. Rabatte. Reputation. Mehr Statistiken. Mehr Produktionsketten. Bildung, Religion und Entertainment verbessert. Dann Kriminalität, Justiz und Sicherheit. Noch mit dazu. Unterschiedliche Haustypen. Unterschiedliche Brückentypen. Unterschiedliche landwirtschaftliche Arten noch mit dazu. Also neue Getreidearten und ähnliches. Ähm, noch mehr Musik. Verbesserte Grafik und verbesserte Performance von größeren Städten. Scheint also wohl ein Problemchen zu sein. Kann ich nicht bestätigen, weiß ich nicht. Linux und vielleicht auch Mac sollen noch dazukommen. Wettereffekte. Verbesserte Navigierung, also Navigation, Wegfindung. Hunde und Katzen. Solange die nicht regnen sollen mit den Wettereffekten. Dann, ähm, verschiedene Verhalten. Soziale Aktivitäten und Animation. Also die Bewohner sollen also auch noch verschiedene Stärken dann bekommen. More Realistic Productions Consumptions. Ja. Produktionsqualität. Arbeitererfahrung. Äh, geteilte Erfahrungen. Manager Skills. Private Geschäfte sollen auch noch mit hinzu. Mehr, ähm, Funktionen für die Stadthalle. Berater, Gesetze und Personalmanagement. Äh, das war für mich. Ähm, verschiedene Karten mit verschiedenen Landschaftstypen. Bessere Baumodelle. Mehr Sprachen. Hier wichtig. More Languages. Ich denke mal, da wird dann wahrscheinlich noch Deutsch mit dabei sein. Ähm, dann einmal die manuellen und Ingame-Tipps. Also manuellen. Äh, das Handbuch und die Ingame-Tipps sollen verbessert werden. Mehr Optionen. Dann, äh, benutzerdefinierte individualisierbare Häuser, ähm, Ornamente und Farben. Dann Häuserform, besser individualisierbar. Und Modding-Support soll noch dazukommen. Also das ist schon eine ganze Menge, muss man sagen. Also da hat er sich wirklich eine ganze Menge vorgenommen. Da bin ich mal gespannt. Also, da wisst ihr, da würde ich fast schon sagen, dann sind wir jetzt ungefähr bei 50%. Das hört sich super an. Taschendrache, Mahlzeit, grüß dich. Wer ist Linux? Das ist hier, äh, der Freund von, äh, von, äh, von, äh, von, na? Von Hanuchs. Karscha, grüß dich. So, die fangen schon wieder an, das Beste daraus zu machen aus der jeweiligen Situation. Okay. Wir lassen mal, ich lasse mal kurz hier diesen, diesen Bauprozess eben dran. Ich gehe jetzt einmal ganz kurz eben auf, aufs Toilettchen. Ich mache mal ganz kurz Pini, liebe Freunde. Und holt mir mal was Neues zu trinken. Macht das gerne auch. Ähm, holt euch was zu essen, holt euch was zu trinken. Dann geht es hier direkt unverblümt weiter. Bevor wir jetzt allerdings in die Werbung gehen, nochmal ein ganz kurzer, ganz, ganz kurzer Shoutout. An meinen lieben Sponsoren, der uns auch am Donnerstag geradet hat. Nämlich an Case King, liebe Leute. Da ist nämlich jetzt auch Black Friday Sale. Das heißt, ihr könnt dort mal loslegen, könnt dort mal zuschlagen, könnt mal rumschauen, was ihr dabei bekommt. Ihr bekommt zum Beispiel tolle Rabatte mit dazu. Ja, aber, ähm, oder zumindest steht Black Friday Sale vor der Tür. Der ist doch jetzt gewesen. Ranger. Ja, wieder mal ein geistiger, geistiger Super mit dabei. Auf jeden Fall könnt ihr dort auch entweder 3% auf die Fertig-PCs sparen, falls ihr das sagt. Oder ihr shoppt hier einfach mal ein bisschen rum und schaut, ob ihr was finden könnt für euch. Ich kann es immer wieder nur sagen, ich schiebe es einfach auf eine lange Bank gerade eben. Weil ich einfach überhaupt gar keinen Bock darauf habe, mir Bildschirme auszusuchen, weil ich mich dann nie entscheiden kann. Aber wir müssen Bildschirme demnächst mal für mich aussuchen. Ich brauche drei Bildschirme, drei verschiedene. Da wollen mir die Leute von Case King auch bei helfen, das wäre super. Aber ihr könnt euch auch andere Sachen dazu holen. Und zwar nicht nur Grafikkarten, sondern auch hinterher hier ein Racing Seat, falls ihr zum Beispiel in der Rennsimulation gut mit dabei seid. Oder so ein Cockpit sogar. Also da hätte ich ja echt schon Bock drauf, ne? So ein paar Rennspiele, Eurotruck-Simulator damit zu spielen. Das wäre irgendwie schon cool. Eieiei. Auf jeden Fall findet ihr hier ganz, ganz viele Sachen. Das waren jetzt nur Neuheiten. Ihr könnt hier auch noch bis zum Modding hingehen, Luftkühlung mit dabei haben. Falls ihr Streamerinnen und Streamer seid, könnt ihr hier sogar die Lampen drüber beziehen. Die dann hinterher Keylights, kann ich echt empfehlen. Also die solltet ihr euch auf jeden Fall holen. Die habe ich nämlich auch hier drin. Die kann man separat nämlich nochmal über so ein Ding steuern. Ich weiß gar nicht, wie viele Streamerinnen und Streamer mir überhaupt zugucken. Mal davon abgesehen. Ja. Genau. Das sind alle Dinge, die ihr euch hier holen könnt. Ja, drüben haben wir den Sale, wo wir dann auch nochmal schnell reinschauen können, welche Angebote es denn da momentan gibt. Einfach mal gerne vorbeigucken. Ihr unterstützt den Ranger damit. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Würde Herr und Frau Case King auf jeden Fall sehr freuen. Ich freue mich, wenn ihr gleich noch nach der Pause weiter dabei seid. Ich habe eine Frage an euch, während wir jetzt die Pause machen und ich jetzt nochmal hier rüber gehen sollte. Ich habe zwei Fragen an euch. Zwei Fragen sind mir eingefallen. Das erste ist, schreibt mir mal bitte euer liebstes Aufbauspiel in den Chat rein. Euer allerliebstes Aufbauspiel. Welches Spiel, Aufbauspiel spielt ihr im Moment am liebsten? Und was mich auch noch interessieren würde, haben wir hier andere Content Creatorinnen und Content Creator dabei? Gibt es Personen unter euch, die auch streamen? Schreibt das auch gerne mal in den Chat rein. Würde mich ebenfalls sehr interessieren. Ihr müsst jetzt, auch wenn ihr kein Partner seid oder ähnliches. Ich bin sofort wieder da. Bis sofort. Und wir haben jetzt den Schnee hinter uns gebracht, den Winter hinter uns gebracht. Das ist genau die Situation, auf die ich gewartet habe, damit wir jetzt hier weiter loslegen können. Auf dreifacher Geschwindigkeit kommt aber immer wieder sehr schnell der Winter zurück, muss ich sagen. Oh, wir hatten die zweifache Geschwindigkeit. Bolo, ja, Bolo reloaded. Ja, man muss Events genießen, wenn sie da sind. So. Was würde ich denn noch gerne machen? Was haben wir denn? Also, wir haben jetzt erstmal für Nahrung gesorgt. Videogame History, einen wunderschönen Samstagmittag wünsche ich dir ebenfalls. Hallöchen. Copernicus, moin. Was ganz altes, aber auch ein bei mir sehr beliebtes Spiel gewesen. Die Hanse. Oh, ja, die Hanse ist... Von wann ist denn die Hanse? Von wann ist denn die Hanse nochmal? Das kenne ich auch, aber das ist ja schon echt. Hat schon ein paar Jahre hinter sich, ne? Wir haben... Oh, wir müssen Geld machen. Geld. Geld, 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 Geld. Das heißt, wir gehen auf die Town Hall, auf Treasury und werden dann dort mal anfangen. Wir besteuern mal die Häuser höher. Ja. Wir gehen auf 0,5 hoch. Die Hanse vom 12. bis 17. Jahrhundert. Oh Gott, wenn ich wusste, dass irgendeiner das macht. So, Steuern erhöhen und Gehalt senken. Das ist der richtige Weg. So macht man das. So, die hier kaufen wir nicht nochmal neu ein. Genauso wenig wie das hier und das hier. Dann sparen wir damit wieder ein bisschen Geld. Mit die Fugger. Die Fugger war auch sehr schön. Laut Wicke ist die Hanse als Spiel bei 1986. So lange schon her? Boah. Hätte ich jetzt... Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Da muss ich immer an Fairmeer denken. Das ist ja auch mittlerweile schon so alt. Hier ist wieder jemand angekommen. Wir müssen jetzt mal anfangen, ein paar Sachen zu verkaufen. Schiebheizflor. Wir brauchen Mehl. Das heißt, wir gehen mal auf die Produktionskette drauf. Hier holen wir uns ja Weed. Weed, Weed, Weed. 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 So geht das, glaube ich. Dann holen wir uns hier nochmal Weed. So. Und dann holen wir uns als nächstes eine Mühle. Da haben wir sie. Windmill. So. Die können wir dann drehen. Oder auch nicht. Man kann die Mühle nicht drehen. Warum kann man die Mühle nicht drehen? Es gibt ein Remake von Fairmeer auf Steam. Ist relativ unbekannt. Aber es heißt... Jetzt weiß ich nicht mehr, wie der Teil. Ich habe es vergessen. Great Race of irgendwas. Das dreimonatige Geschenk-Abo von Ramses. Der zweite ist in den zweiten Monat gestartet. Rala, grüß dich. Hallo. Hello. I hope you are fine. Der weltbeste Köln-Spieler. Ein Football Manager. Wo wir gerade darüber gesprochen haben. The Great Art of Race. Genau. Das ist es. Das ist es. Wo baut man denn hier die Mühle hin? Pass mal auf. Wir bauen die mal hier hin. So. Und dann nehmen wir die Produktionskette. Mit dem Clay. Und packen die... Und packen die... Wir nehmen das Clay und schieben es ganz woanders hin. Ich wäre auch eine so gute Synchronisation für... Wie heißt der? Spongebob. Nee, finde ich für Spongebob. Für Patrick. Ob das erstrebenswert ist, ist eine andere Sache. Aber ja. So. Und dann setzen wir den Clay Pit hier. Kloppt den da hin. Und dann machen wir den hier weg. So. Und Ascanon. Vielen lieben Dank. Ein Stufe 3 Sub. Und das im fünften Monat. Vielen, vielen lieben Dank. Und vielen lieben Dank bei der Unterstützung Mission. 350. Uh. Für den nächsten Kinofilm. Rein da. Jawohl. Ich wollte schon immer mal dieser... Leichte. Irritierte Seestern sein. Der Update. Erstmal gefüllt 5 Minuten. Ähm. Achso. Du meinst... Du meinst... Ah. Du hast... Gut. Bei mir ist Steam dauerhaft. Sobald ich einen PC starte. Ich glaube, deswegen ist es so wenig bei mir. Ich wollte eigentlich mal gucken. Stimmt. Da muss ich jetzt mal ganz kurz rüber gehen. Ich wollte mal gucken, wie weit wir uns jetzt befinden. Gerade auch jetzt mit diesem neuen... Äh. Mit dem Saberino. Da muss ich das auch mal aktualisiert bekommen. Wobei das macht halt meistens Sinn. Also es macht Sinn, das Tagesabhängig nur zu aktualisieren. Machen wir trotzdem mal. Haben sich wieder ein paar neue Sachen mit reingepackt. So. Nur noch 101. Yay! Und das innerhalb... Und noch 12 Tage dafür Zeit. Da freue ich mich wirklich drüber. Ein wunderschön. Lohnt sich das Game? Wollten wir das eventuell holen? Favor, grüß dich. Hallo. Das kommt drauf an, was... Was... Was erwartest du denn von Aufbauspielen? Das ist so... So ein großer wichtiger Punkt. Hier in dem Spiel geht es wirklich darum, dir so ein kleines osteuropäisches Dorf, ukrainisches Dorf aufzubauen, das nach und nach wächst, auch organisch wächst, bei dem es gar nicht so sehr um Forschung geht, sondern einfach nur darum geht, Produktionsketten zu vervollständigen und quasi deinen Traum von diesem Städtchen aufzubauen. Wir sind ungefähr bei 50... Wir haben uns die Roadmap vorhin angeschaut. Wir sind ungefähr bei 50% des Entwicklungsstandes, was hinterher sein soll. Viele Sachen müssen noch ergänzt werden. Grafiken werden überarbeitet. Die Bedürfnisse werden noch erhöht. Bevölkerung soll noch ein bisschen individualisierter werden. Mehr Möglichkeiten sollen hinterher dazukommen. Auch Deutsch. Jetzt im Moment ist es nur Englisch und Ukrainisch. Ja. Aber solche Sachen wie Krieg zum Beispiel gibt es hier drin gar nicht. Es gibt Handel mit anderen Dörfern. Der ist noch rudimentär. Der wird hinterher auch noch ein bisschen verbessert. Also genau. Ja. Aber es ist ein Ein-Mann-Studio. Also wenn du sagst, das Spiel gefällt dir und schau am besten zu, seh jetzt dich ein bisschen zurück, da unterstützt du halt wirklich ein Ein-Mann-Studio mit dabei. Da bin ich mal gespannt, wie gut die hier durchkommen. A child has been born in Kalanke family. Uh. Wie kommen solche Wege zustande? Machen die Einwohner selbst? Genau. Die laufen da einfach drüber. Die laufen da einfach entlang. Und dann werden die eigentlich so gut wie von selbst fertig. So. Dann können wir übrigens auch noch mal. Ja. Können wir hier noch mal drei Bäume hinsetzen. Ich liebe Aufbau. Too close to another tree. Too close to another tree. Can't build on water. Can't build on water. Döp, 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 döp. Entschuldigung. Remove? Remove. Remove like Jagger. Mann, jetzt ist aber gut hier. Jetzt haben wir wirklich. Also, echt. Ist asymmetrisch. Wer asymmetrisch sagt, muss auch besymmetrisch sagen. Würde ich sagen. Oder? Ihr wisst, ich verliere mich in sowas. Radio mit Inbegriffen. Weil die Seite Männerlords Demo in Zugserscheinungen haben und bis April nicht warten können, lohnt sich bestimmt. Äh, ja, das stimmt. Also, man muss natürlich Abstriche bei der Grafik machen. Also, die Grafik ist in Männerlords wirklich unvergleichlich. Das, äh, muss man denen einfach zugestehen. Ähm, da kommt Ostriff nicht ran. Ähm, wenn man sagt, Grafik ist nur sekundär und man will eher die Spielprinzipien haben, die Spielmechaniken haben. Weil, da bekommt ihr sowas. Also, alles, was, das war vorher ja alles Brachland. Also, alles komplett, so wie hier oben, ne? Alles leer. Ja, und dann sieht man schon, wenn man dann anfängt, so ein paar Bäume dazwischen zu packen, ähm, ein paar Tannen dazwischen zu packen, ein paar andere Wege dazwischen zu packen und die selber die Wege dazwischen ziehen, dann wird das schon tatsächlich, äh, eine gute Sache mit. Not enough Food Variety, da müssen wir auch noch mal ein bisschen dran ändern. Damit deine Marktstände verkaufen können, muss ihnen noch gesagt werden, äh, von wo sie ihre Waren beziehen sollen. Aha. Schau mal eine an. Dann erstmal gucken wir nochmal hier rein. Äh, weil hier wird was rausgenommen, ne? Hier wird was rausgenommen. Ne, die nehmen das, glaube ich, da raus. Also, hier werden Sachen verkauft. Rote Beete und Karotten. Rote Beete und Karotten, haut mich aus den Socken. Nehmen wir die auch noch mit hier rein. Schau mal kurz. Nee, ich glaube, das muss nicht gemacht werden. Können die Bäume es wagen nicht parallel zu wachsen. Wenn du, wenn du Beton drüber gießt, bist du symmetrisch. Dann kann man den Zorn noch ein wenig bestimmen, wie die Leute, äh, Wege ziehen. Dann sieht es nicht ganz so wild aus. Aber dafür hätten wir die enger beieinander bauen müssen, glaube ich. Die haben schon gut verkauft, ja. Die sind ganz gut aufgestellt. So. Hier werden wir dann Knoblauch verkaufen. Horseradish. Honey und Cabbage. Ich habe es schon als erstes für vergessen. Knoblauch. Garlic. Horseradish. Radieschen heißt Horseradish? Ich esse sowas nicht, deswegen weiß ich das nicht. Bei mir ist es so Burger. Gemüse. Ha. Davon schrumpft der Bizeps, hat schon Kollegah gesagt. Wir alle wissen, was Kollegah sagt. Das hat Hand und Fuß. Und Bizeps. Ich sehe keinen Honig. Doch da, bei Haar. Aha. Hätte ich nicht erwartet. Honey. Honey. Guck mal her. Und Cabbage. So. Guck mal. Dann haben wir doch jetzt schon mal Perf-fect. Dann setzen wir hier nochmal jemanden rein. Da arbeitet dann auch jetzt jemand. Sehr schön. Cool. So heißt es, sagt die bessere Hälfte. Mehr Rettich. Gut, ich glaube euch ausnahmsweise. Wie sieht die normale Geschwindigkeit aus? So. Normale Geschwindigkeit, da braucht man wirklich, da dauert schon ein bisschen, bis da Sachen passieren. Aber die laufen gemütlich. Die laufen gemütlich. Die lassen sich nicht stressen. Sagen wir es mal so. Die lassen sich nicht stressen. Ohne Not. So haben wir das auch. Dann gucken wir mal. Wir müssen langsam, also die Essensproduktion müssen wir wirklich mehr erhöhen. Das heißt, wir haben jetzt einmal, Farm haben wir. So ein Obstgarten wäre natürlich auch was. Oder Chicken Shop. Chicken Shop. Ich glaube, bei dem müssen wir auch nichts mehr dran packen, oder? Ich glaube, ich setze den hier rein. Ich glaube, ich bin mal heute ein wildes Früchtchen. Ich setze den mal hier quer rein. So. Direkt da dran. Auch die Schrittlänge. Ja. Petro rennt auch schon mal von A nach B. Ist schon ganz gut. Dann können wir das hier hinten lassen. Den hier werde ich sowieso nochmal gerne ändern. Irgendwo anders hin. Das sind ja erstmal so Proformer-Dinger, die wir überall hingesetzt haben. Damit wir überhaupt dann was machen können. Dann könnten wir nämlich jetzt hier sagen. Oh, jetzt habe ich eine Idee. Jetzt hat. Ranger hat eine Idee. Jetzt geht es los. Jetzt geht es los. Was sind das hier eigentlich für Bäume? Das muss man kurz gucken. Jetzt setzen wir nämlich hier Bäume rein. So. Und dann kommen jetzt nochmal hier ein paar Tannen mit rein. So. Und dann nehmen wir nochmal ein paar von den Pine-Trees. Diese kleineren Bäume. Oh Gott. Wo die halt hinpassen. Deswegen sind die auch kleiner, die Bäume. Oh. Die. Die passen irgendwo dazwischen. So. So. Und dann wird unser Rangerin zum Christbaumhändler. Lukas, vielen lieben Dank für dein Zeitpunkt im siebten Monat. Dank dir vielmals. Sehr, sehr lieb von dir. Vielen, vielen lieben Dank. Dank dir. Dankeschön. Äh. The Sun. Moin, moin. Eine Dorfreiche. Eine Dorfeiche in der Mitte des Dorfes. Eine Dorfeiche. Gibt keine Eichen hier. Du hättest dir den schleunen Teil gesagt. Dann können wir jetzt dreimal Gas geben. Die Sache ist, es dauert wirklich lang. Na, also, wenn wir jetzt mal hier gucken. Das wird sehr, sehr lange dauern, bis es voll ist. Oh, was haben die sich denn hier angebaut? Schönes. Eine Dorfleiche tut's auch. Haben wir ja alles nicht. Warte mal, was haben wir denn hier? Wir haben eine Birke, die wir setzen können. Eine Birke. Dann haben wir Estuary haben wir noch. Gut, wir haben ein paar schöne Bäume mit dabei. Dafür haben wir ja diese großen. Was ist das denn hier? Entschuldigen Sie? Sie sind befindet sich im Hintergarten der Person. Da ist eigentlich nicht jetzt hierfür, ne? Da neben ein Klicker, danke dir für deinen Sub. Das ist jetzt eigentlich nicht hier so gedacht, dass... Nicht durch die Blumen. Nicht über die Blumen. Passen Sie auf Ihr Pferd auf. Sind Sie wahnsinnig? Wer sind Sie überhaupt? Was ist das denn? Hausbesetzung. Eine Frechheit. Passen Sie ja auf. Wie so... Wie so eine... Wie so eine Rampensau. Dorfkneipe. Ja, stimmt. Gut, dass es Wege gibt. Ja, aber für die Person nicht. Für die Person nicht. Gucken wir nochmal bei der Produktion weiter. Da haben wir nämlich den Chicken Shop. Chicken Shop kann man. Chicken Shoppen. Das ist die Frage. Schleuser. Ja, man kann auch einfach so bei uns ins Dorf reinkommen. Man muss kein Schleuser sein dafür. Ich würde auch gerne den Brunnen... Pass mal auf. Wir setzen erstmal den Brunnen woanders hin. Was sind das denn für Kiesel? Wo kriegen wir denn Kieselsteine her? Wahrscheinlich aus einer Kieselsteingrube. Ja, also wo wir jetzt Kieselsteine herbekommen, weiß ich jetzt aber auch nicht. Aus dem Bach. Bach ist ein Musiker und der ist schon tot. Im Nachgang vergrößern. Ne, ich glaube den kann man im Nachgang nicht verändern. Stein vorkommen. Ja, aber wir wollen ja einen Kieselstein. Können wir mal gucken. Ne, geht leider nicht. Aber dafür brauchen wir ja ein Gebäude. Wir können ja nicht einfach sagen, sammelt jetzt Kieselsteine. Hm. Lass uns nochmal gucken. Produktion. Smeltery. Muss am Fluss gebaut werden? Ein Ormine. Stone Mining Camp. Stone und Limestone. Aber wo haben wir denn hier so ein, so ein, so ein, so ein, äh. Lass mich mal hier gucken. Haben wir das überhaupt schon gefunden? Wo man das bauen kann? Die Mettensteine. Rechts oben. Rechts oben? Sollte uns jetzt hier nicht irgendwas angezeigt werden, wo wir das hinsetzen können? Hier. Auf der kleinere Insel auf die Mitte. Hier. Hier oben können wir das hinsetzen. Aber wir können jetzt auch nicht... Ne, wir vergessen das mit dem Stein. Wir brauchen erstmal neue Häuser. Wir brauchen noch viel mehr Häuser. Wurden hier überhaupt schon Leute drin? Ne. Und das, obwohl wir so gut ausgestattet sind. Na gut. Basic Source of Water for Livestock and Production Needs. Lass es doch hier noch inbauen. Wieso? Können wir hier hinsetzen? Dann sieht das auch noch schön aus. Dann haben wir nämlich auch den... Well, well, well. Hold the table. Turns weg. Und den könnten wir dann hierhin packen. So. Okay. Ich will ja jetzt nicht nur ein Feld bauen. Ich will jetzt Schicken dazu holen. Schinken. Schinken dazu holen. Dafür müssen wir aber erstmal bauen. Und ich glaube, wir haben gerade keine Leute, die arbeiten. Kann es sein? Counselor. Counselor Troy? Arbeiten alle? Open vacancies. Looking for a job. Ne. Alle am Arbeiten. Alle was zu tun. Wie düllisch das schon aussieht. Ja. Da hat man... Das ist aber wild. Hier sind Arbeitskräfte. Ja, hier. Den können wir mal rausnehmen. Fine. Ne, du sollst da nicht. Warum arbeitest du denn hier? Wie können wir die bei Labors rausnehmen? Brauchst du aber genug Tierfutter für die Hühner? Das wäre ja auch zu einfach, wenn wir jetzt hier kein Tierfutter hätten. Äh, wenn wir kein Tierfutter haben müssten. Verdammt nochmal. Mist. Die werden automatisch dazu gewiesen. Kann das sein? Aber jetzt arbeiten alle bei uns auf dem Feld. Ne, rechte Maustaste geht leider auch nicht. Ach, ihr seht es ja gar nicht. Hier. Äh, ganz viele Arbeiter, die da drunter sind. Gibt es da irgendwas? Unter Hiring Options müsste das gehen. Sagen wir mal 4. Ne, wir machen 10. Fly to all. Und dann wird dann der Mann entlassen. Haha, wird er halt entlassen. Bei dem brauchen wir voll was anderes. Nicht, dass der Shad noch als Arbeitskraft verwendet wird. Dafür seid ihr hier. Hallo? Dafür werdet ihr bezahlt. Ich glaube, ich flippe aus. Was denkt ihr denn? Aber sowas von. Ihr seht mich gar nicht mehr. Ich drücke die ganze auf den Knopf. So, jetzt habe ich es. So. Ich habe hier nichts unterschrieben. Egal. Ähm, man muss nichts dafür unterschreiben. Das ist Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Äh, werden auch die Kinder an die Arbeit geschickt. Die haben, haben wir gehofft. Wir müssen nicht. Ich, aber er hier wird einfach, er wird nicht von der Arbeit weggenommen, ne? Wir können aber nochmal hier eine Dame wegnehmen. Und dann können wir ihn hier rauspacken. Und dann setzen wir einmal hier hin. Hiring Options für Frauen. So. Und dann wird hoffentlich wieder hier mal jemand gestellt. werden in Zukunft. Die erhöhen nochmal auf dreifache Geschwindigkeit. Ne, schon wieder. Jetzt haben wir es. Jetzt passt es besser. Und dann, jawohl. Hier unten wird jetzt auch jemand hingepackt. Sehr schön. Dann können die schon wieder anfangen. Ich bin teuer. Das ist ja, äh. Oh, für die Gemeinschaft ist es egal, wie viel es kostet. Da wird gemeinschaftlich entschieden. Ich habe mir jetzt tatsächlich mal, weil wir haben ja 12.33 Uhr, habe ich mir eine Cola geholt. Und, uh, eine Coca-Cola. Da fließt das Geld hin, Leute, ja? Hier ist Money in the Bank. Der Money von der Bank. Ja. Bearbeitet die Insolvenzanträge von Ranger. So. Haben wir das. Das heißt, ich werde mir jetzt nochmal... Ein Brausegetränk mit Cola, Nuss und Koffein. Ich werde ja dadurch nicht bezahlt. Das ist nicht der Fokus des Streams. Dann darf ich ganz viele Marken nennen. Haha! Zum Beispiel. Afrikola. So. Coca-Cola leisten können. Haha! So schaut es aus. Oh, in dem Moment wirft mir dann auch mal Stream-Elements um die Ohren. Wir sollten alle mehr Wasser trinken. Verdammt nochmal! Verflucht seist du! Du, du, äh, du, äh, alles uns übersteigendes Wesen namens Bot. So, Tree-Type. Wir werden uns jetzt mal ein paar Äppel holen. Aha. Und lassen dann nochmal ein paar Leute hier arbeiten. Huch, warum können wir denn so viele hier hinsetzen? Ah, weil die Leber da weg sind. Weil die Leber da weg sind. Cola ist Wasser. Ja, so. Ubera. Okay. Das heißt, den setzen wir dann da... Seht ihr da hinten diese riesigen Bäume? Da. Jetzt sind sie weg! Ich habe gestern angefangen, Monarch Legacy of Monsters anzuschauen. Ähm, vielleicht ist das ja da hin. Vielleicht ist das durch die Cola. Das kann durchaus sein. Basti, grüß dich. Äh, sieht aus wie... Äh, es ist aber leichter als, äh, Bench, würde ich fast schon sagen. Hier sterben uns nicht alle weg und ähnliches. So. Dann haben wir Brunnen da hingebaut. Das heißt, dann können wir den hier einmal abreißen. Und dann nehmen wir auch nochmal hier, oh, die Bench können wir wegreißen. Campfire können wir wegreißen. Das können wir wegreißen. Resource-Deck ist mir jetzt gerade egal. Und dann können wir nämlich hier nochmal ein paar mehr Häuser hinsetzen. Wobei, vielleicht sogar mit einem kleinen Garten mit dabei. Oh Gott! Zu groß. Was ist denn, wenn man jetzt... Warte mal. F1. Nicht zu verwechseln mit der Formel 1. Wenn man jetzt noch was dazwischen setzen könnte, ne? So ein Grundstück in der Stadtmitte zu haben, ne? Da bezahlt sich aber auch heutzutage dumm und dämlich dran. So. Setzen wir dann da hin. Und dann nehmen wir uns noch ein paar Ashtrees. So. Und vielleicht können wir ja nochmal Büsche unten dran setzen. So. Und dann setzen wir nochmal eine Bank dahin. Da nehmen wir aber dann die schönere Holzbank dazwischen. Die setzen wir parallel. Zu dem Zeug hier. Hier hin. So. Ich finde es einfacher als Banished, aber noch nie Banished gespielt. Aber Farthest Fronte gilt als der Banished-Ersatz in der heutigen Zeit. Und Banished ist allgemein ein Spiel, das auf Erbarmungslosigkeit setzt. Nur weil ich es nicht gespielt habe, habe ich immer noch viele Artikel dazu durchgelesen. Das ist ja das prägende Spiel des Survival-Aufbaus gewesen. Und das hier ist kein Survival-Aufbau unbedingt. Ich würde sagen, es hat Survival-Ansätze. Aber das hier ist mehr ein Schönbausimulator, in dem man ein bisschen darauf achten muss, dass man das Geld einigermaßen passend beisammen hält. Kann man viel machen. Ja, finde ich auch. Dass das Rangers Haus ist. Nein. Ich wohne hier drin. Da. In diesem wunderschönen im Wald sitzenden Haus. Mit den zwei Hexenhäuschen davor. Das sind meine Privatwachen. So, das wird dann da hingesetzt. Und dann gucken wir mal, ob wir noch irgendwo... Jetzt, aber jetzt will ich auch nicht zu viele nicht, dass wir hinterher alle falschen Sachen dabei haben. Holen wir uns mal... Wie nennen wir das denn? Timbul Gunn. Rigimio, grüß dich. Auf Epic gibt es gerade kostenlos ein cooles Outbound-Survival-Game. Welches denn? Welches denn? Carparking. 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 Das werden wir dann auch nochmal hier hinsetzen. Das muss ja auch irgendwie schön aussehen. Das muss ich auch alles hier finanzieren. Surviving the Aftermath. Oh, ja. Sehr schönes Spiel. Haben wir auch gespielt. Sehr, sehr schönes Spiel. Sehr, sehr schönes Spiel. So, und die setzen wir dann hier in die Mitte rein. Bam. Und dann geht es weiter. Dann werden wir aber wieder hier ein paar von den Ash Trees bauen. Und dann nochmal ein paar von den Tannen. Wir müssen ja auch eine schöne Stadt im Inneren haben. Guck mal. Guck mal. Wenn die jetzt gebaut werden, dann wird es gut. Dann wird es gut. Wie kriegen wir die denn jetzt hier rüber? Ah, per Drag & Drop. Coole Sache. Okay. Mit Drag & Drop bringen wir die jetzt hier rüber. Zum Wachsen. So zwei Jahre würde ich jetzt mal schätzen. Also die haben wir am Anfang des Spiels gesetzt. Also 1722. Ja. Ja, doch. So zwei, drei Jahre ungefähr. Dann geht es auch. Dann geht es schon gut. Das Gute ist, wenn wir die Tannen dazwischen setzen. Die Tannen haben halt immer Nadeln. Wenn du Survival mit viel Kampf und rudimentären Aufbau und einigen coolen Produktionsketten willst, probiere mal Kenshi. Würde aber Mods empfehlen. Ich bin nicht so derjenige, der Kampf da drin braucht. Also es muss gut implementiert sein. Ich finde zum Beispiel die Siedler 4, das ja übrigens auch von der Hardcore Community als RTS tatsächlich angesehen wird, verbindet den Kampf noch einigermaßen spaßig, weil man halt dieses Ziel dann vor Augen da drin hat. Oder, ähm, welches Spiel können wir denn noch nehmen, was einen guten Kampf dabei hat. Aber da wird es schon schwieriger, ne? Welches Aufbauspiel hat ein gutes Kampfsystem? Haut mal ein paar Ideen raus. Welches Aufbauspiel hat ein gutes Kampfsystem? Stronger Crusader ist für mich mehr ein RTS. Genauso wie Siedler 4 eigentlich auch ein RTS ist für mich. Siedler 2. Anno. Ich würde sagen, in Anno ist es eine passende Ergänzung, aber, ja. Gord, ich finde Gord kein... Ja, nee. Also ich fand Gord kein schönes Spiel, muss ich sagen. Grimwald. Foundation. Endless Legend ist ein 4X-Spiel. Das ist, ähm, ist Aufbau nur ein Teil von. Also, ich glaube, man merkt... No plot for burial. Wir müssen niemanden beerdigen. Ich glaube, man merkt relativ gut, ähm, dass... Dass Aufbauspiele sehr stark an der, an der, an der Kriegsthematik kränkeln. Ähm, Stranded Alien Dawn ist Colonial Simulation. Also sowas wie Remold und ähnliches. Wo bringen wir denn, wo kriegen wir denn hier den Friedhof her? Ja, es gibt, es gibt, wenn man mal genauer drüber nachdenkt, es gibt kein vernünftiges Kampfsystem in irgendeinem guten Spiel. Stoneheart. Das habe ich nicht gespielt. Das weiß ich nicht. Nur mal interessant anzusehen. Wo legen wir denn unsere Toten hin? Ja, Mist, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Wo verbuddeln wir denn jetzt ein Opa? Das scheiben, klar, heißt doch... Die Völker. Ja, die Völker ist wie Siedler, ne? Ich glaube, man muss Siedler einfach... Also... Ja, ist Siedler für mich mehr RTS oder mehr Aufbau? Es ist schwierig. Also, ich würde sagen, Siedler ist für mich Aufbau. Aber da müsste ich rein theoretisch die Konsequenz ziehen und auch sagen, Stronghold ist Aufbau. Weil es dasselbe Prinzip ist. Ich habe echt keine Ahnung, wo ich hier meinen Friedhof jetzt hinsetzen möchte. Machen wir den hier hinten hin. Ja, ein bisschen weiter weg. Die müssen hier jetzt nicht mitten im Dorf liegen. So. Und... So. Haben wir mal drei Stück gesetzt. Setting ist cool. Stronghold kann auch die Tower Defense sein. Das stimmt. Family ist out of water. Warum sind die denn alle out of water? Hier drüber wird wahrscheinlich gerade nichts produzieren, ne? Das ist jetzt doof. Das ist jetzt doof. Das ist halt wirklich sehr doof, weil Winter ist, ne? Ja, ihr verdurstet schon nicht. Ihr braucht kein Wasser. Ihr ist alles... Alles gut, hier. Ja. Wir haben Brunnen hier in die Stadt gesetzt. Wie weit geht das Spiel von der Zeit her? Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es ein Ende gibt überhaupt. Also zeittechnisch ist das ungefähr so bis 1750, 1760 von den Gebäuden her. Also wann halt das erste Mal Mehrfamilienhäuser aus Stein aufgekommen sind, könnte eigentlich schon 18. Jahrhundert sein. Äh, 19. Jahrhundert sein, ne? Da freue ich mich auch, wenn ich die hier hinsetzen kann. Schön neben unsere Townhall. Wobei dieses Mehrfamilienhaus auch schon extrem modern aussieht, oder? Also ich finde, das hier könnte auch heutzutage 1 zu 1 in Wien zum Beispiel stehen. Das sieht schon sehr modern aus. Auch mit der Eckbebauung. So. Weil die Wien aus der Zeit noch stammen, doch nicht aus dem 18. Jahrhundert. Also solche Häuser passen für mich mehr so ins 19. Jahrhundert. Also 100 Jahre später. Wobei man die hier auch rotieren setzen könnte. Wo? Ne, die passen da. Also da passen sie nicht ins Stadtbild. Dann müssen wir eher mal schauen, dass wir... Ich werde nochmal... Warte mal, ich habe die Idee. I have an idea. I have a dream. Setzen wir da hin. Nein! Halt! Stopp! Abreißen! Den setzen wir. Den setzen... Den setzen... Den setzen... Den setzen wir da hin. So. Wartet. So, jetzt Customization. Jetzt Kazimization. So. Dann setzen wir den je hin. So. Enter. Dann haben wir nämlich auch hier unser Dorf ein bisschen dichter zugebaut. Das ist ja auch nochmal eine schöne Sache mit dazu. Die haben einfach kein Wasser. Das sieht man auch selten. So ein bisschen wie in Männerlords beispielsweise. Das geht aus. Mach's gut. Ciao. Ja klar. Zugucker ist ein Profi in allem. Jetzt hat er zufälligerweise auch noch architektonische Geschichte studiert. Das hat man dann da wieder aufgegriffen. Weiß ich ganz genau. Und dann hat man das da. Hier ist diese Geprägung in dieser Phase. Die war ungefähr so. Zu dem Zeitpunkt. Nein, das ist Ranger. Nein, nein. Ich glänze dann mit dem Wissen, was ich weiß und versuche nicht zu deuten. Hör mal gespannt, wie das aussieht, wenn das hier hinterher gewachsen ist. Ein Geschichtsunterricht gespenst. Also die Frage in meiner Abiturprüfung, mündlicher Abiturprüfung im Englisch war. Erklären Sie mir, wie die. Erklären Sie mir. Warte, wie war das nochmal formuliert? Erst, dass man dachte, das geht in eine ganz andere Richtung. Erklären Sie mir. Erklären Sie mir in Bezug auf Shakespeare. Wie die Häuser. Wie die architektonische Bauweise der Häuser zur damaligen Zeit war. Sowas. Sowas wurde ich im mündlichen Englischunterricht gefragt. In der mündlichen Englischprüfung gefragt beim Abitur. Und da habe ich, habe ich die nämlich angeguckt, das weiß ich noch ganz genau und gesagt. Ist das Ihr Ernst? Ist das Ihr Ernst? Ja. Vollkommen. Also. Ich weiß auch nicht, wo ich das hätte mitnehmen sollen aus dem Unterricht. Ich habe dann hinterher gesagt, dass sie aus Stein gemacht worden sind. Ich habe keine Ahnung gehabt. Die architektonische Bauweise der Häuser aus, äh, äh, von der Zeit von Shakespeare. Die beste Antwort ist immer Datenschutz. Ältestes Steinhaus in Frankreich im Jahr, äh, Jahre 1091. Jeder Fähigkeit des Architekten hieß es für die Häuser sein oder nicht sein. Ja, damals, äh, war ich zwar schlagfertig, aber da habe ich noch nicht so viel in der Birne gehabt. Also da, äh, da ist mir sowas noch nicht eingefallen, zu dem Zeitpunkt. Hier können wir übrigens nochmal... Setzen wir nochmal ein paar mehr von den Legern hier hin. So, richtig schön, äh, mit, mit Räumen zubauen. Das ist eine der besten Sachen, die man machen kann. Also damit kriegt man sehr schnell ein sehr schönes Stadtbild rein. Sehr stimmiges Stadtbild vor allem rein. Was heißt Stadtbild? Man kriegt ein schönes Dorf hin. Stadtbild ist es ja leider nicht Begrünung. Leider. Well, there are houses, they had roofs. So ungefähr hat sich das bei mir auch angehört. Also, well, they were made of stone. And clay. And maybe nails. Und da haben wir wieder die Nägel und die Geschichte dazu. Abgehoben? Ich hab doch... Was hab ich denn jetzt gesagt? Gar nichts. Tu, dass die gewesen sein, oder? Ich hab auch niemals nachgelesen, was es war. Shakespeare war ja der Bruder von Root Beer. Somit haben die Lagerhallen im Braukessel gelebt, oder? Wie war die Note? Ja, frag mich. Drei minus? Ne, drei. Ich glaube, in Englisch hab ich eine drei gehabt. In Englisch hab ich eine drei gehabt. Was hatte ich denn noch für Fächer? Also, ich hab keine gute Abinoten gemacht. Muss ich mal sagen. Also, in der Abiturprüfung hab ich wirklich verkackt. Ich hab in Englisch eine drei gehabt. In Geschichte eine zwei. Geschichte zwei. Englisch eine drei. Mathe hab ich eine drei gehabt. Und ich glaub, in der Deutschprüfung hab ich sogar im Abitur eine vier gehabt. Wenn ich mich richtig erinnere. Da hab ich, ähm... Leutnant Gustl. Ein Problem war... Ich bin ehrlich, ich war sehr faul in der Schule. Also, im Abitur war ich sehr faul. Im Abitur war ich sehr faul. Und, äh, ich hab die Bücher nicht so richtig mitgelesen, die wir im Deutschunterricht hatten. Beispielsweise die Buddenbrocks hatten wir damals. Leutnant Gustl. Wojzeck. Ähm. Noch ein paar andere Sachen. Und die hab ich halt nie voll durchgelesen gehabt. Nur. Ich glaub, nur Wojzeck hat ich voll durchgelesen gehabt. Weil es halt nur 80 Seiten waren. Oder so. Und, äh, hab mich dann halt auch... Ja, ich hab damals, äh, nicht so viele dazu weiter... Und hat durchgelesen. Also hab ich dann geguckt, welches kann ich am besten irgendwie dazwischen packen. Musst du Flüsse von London lesen. Eine echt gute Fantasiebuchserie. Hauptstadtmarkt britische Baukunst. Ach, guck mal an. Mündliche Prüfung in Naturwissenschaft, Biologie, Chemie und Physikablehung. Wenn ich mich um mündliche Matheprüfung drücken konnte. Schreibt der Artikel für die GameStar. Ja, aber man muss ja auch sagen, äh, die Note... Im Deutschunterricht, die hat ja nicht häufig was mit der, äh, mit der Grammatik, Orthographie und Ähnlichem zu tun, ne? Also mit der Orthographie zu tun oder mit der, äh, mit dem Vokabular oder Ähnliches. Ähm. Viele der Sachen lernst du ja auch hinterher erst im Studium. Also im Studium hab ich erstmal richtig gelernt, wie Rechtschreibung funktioniert. Wie Grammatik funktioniert. Wie die deutsche Sprache funktioniert. Weil du ja da Hausarbeiten an Hausarbeiten... Also zumindest bei meinen. Ich hab ja geisteswissenschaftliches Studium Hausarbeit an Hausarbeit an Hausarbeit dran geschrieben. Hast ja, ich hab, äh, hunderte von Seiten, äh, bis zum Bachelor schon schreiben müssen. Habt ja, wahrscheinlich sogar tausende von Seiten. Also un, ungelogen. Wenn, eine Hausarbeit kann durchaus mal 100 Seiten umfassen. Und ich hab pro Sim-Trimester, hab ich... Acht, sieben bis acht Hausarbeiten gehabt. Also, ja. So. Ein Problem ist ja auch an der Schule, am Bildungssystem. Das ist ja das, woran ich dann hinterher, ähm, einer meiner Kernkompetenzen im Studium mit sammeln konnte. Wie schön der Baum hier vorwächst. Jetzt verlabern wir uns, aber das will ich auch nochmal mit ausführen. Ähm, eine der Problematiken ist ja die, ähm, die, die Notenvergabe momentan. Eines, äh, eines der Probleme, die man versucht im Bildungssystem anzugehen. Was allerdings nicht möglich ist. Genauso wie objektiver Journalismus niemals eine Möglichkeit, der hundertprozentig, also niemals hundertprozentig gewährleistet werden kann. So ist es halt auch, dass, ähm, das Notenvergabe der Objektivität nicht zu hundertprozentig gewährleistet werden kann. Wenn du zehn Lehrer hast, dann hast du elf unterschiedliche Meinungen, wie die Note vergeben werden muss, um es mal grob so zu sagen. Ähm, was manchmal problematisch sein kann. Das bedeutet nicht, dass die Lehrer schlechte Noten geben oder falsche Noten geben. Das ist nicht dazu gesagt. Es gibt nur die Problematik dessen, dass das passieren kann. So. Gentherapie gehalten. In zwei von den Studienfällen wurde ein Medikament direkt in das Gehirn gespritzt. Eine Zusammenfassung nach einem Aussetzer in der Wortfindung. Well, if the doctor fucks up the application, then you are fucked up too. Beim Geschichtsstudium genauso. Kaum Klausuren, aber Hausarbeiten ohne... Genau, genau. Gymnasialen Oberstufe und eine mögliche Prüfung bei einem Buch, was ich nicht gelesen habe. Hat er eine Zwei. Vielleicht sollte man das Bildungssystem in Deutschland erstmal vereinheitlichen. Ja. Lehrer sind halt auch nur Menschen. Spoiler Alert. Äh, ja. Jetzt komme ich mal als Bildungspädagoge. Also ich habe mich ja spezialisiert auf... Ich habe ja eine Mischung. Ich habe mich ja spezialisiert auf Human Resource Management und auf die Bildungspolitik in Deutschland. Ähm, mit pädagogischen und psychologischen Ansätzen mit dabei. Und, äh, das Problem ist, die, ähm, die Subjektivität in diesem Verhalten, die da einen Einfluss auf das rechtliche Leben haben können, ist ein gravierender Fehler im Bildungssystem bei uns, was, was allerdings nicht umgangen werden kann, muss man auch dazu sagen. Das heißt, wir müssen die, 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 äh, Gleichstellung der Menschen, nenne ich sie einfach mal so, auf anderen Wegen herbeiführen. Nicht an einem stringen, äh, starren Korsett entlang, sondern zum Beispiel auch über bestimmte Weiterbildungen von, von Lehrpersonal und ähnlichem. Aber auch, was vorhin gesagt wurde, erstmal eine Vereinheitlichung des Bildungssystems, ja. Also es kann ja nicht sein, dass wenn ich in, ähm, in, ähm, in NRW Abitur mache, das weniger wert ist, als wenn ich im Bayern Abitur mache oder in Berlin Abitur mache oder in Bremen Abitur mache. Dass Bildungsabschlüsse, obwohl sie den gleichen Ursprung haben, also Abitur in der Hinsicht, je nach Bundesland unterschiedlich gewichtet werden. Was dann auch im Human Resource Management, also im Personalmanagement, im Recruiting wieder einen Einfluss hat. Weil dann auf einmal gesagt wird, okay, der hat ein Abitur in Bayern gemacht mit einer 2,5 und der hat ein Abitur in NRW gemacht mit einer 1,7. Dann nehme ich den aus Bayern mit einer 2,5, weil das so und so aussieht. Das ist auch hinterher, ich bin auch ausgebildeter Studienberater, hat auch darauf ein paar Einflüsse und ähnliches. Aber wir brauchen halt, ja, ein einheitliches System. Beispielsweise Dänemark ist so ein Punkt, an dem man dann ansetzen könnte. Dänemark hat eine gemeinsame Schulform, von der 1. bis zur 9. Klasse müsste es ungefähr sein. Danach kann man sich entscheiden, ob man eine 10. Klasse hinten dran setzt. Und dann ungefähr, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es dann das Abitur ist oder die Fachhochschulreife. Das ist länger, das ist 15 Jahre her gefühlt, dass ich darüber geschrieben habe. Ne, 10 Jahre müsste das her sein, dass ich darüber geschrieben habe. Und danach kann man dann, dann haben alle bis dahin dieselbe Schulform absolviert. Es gibt keine Unterscheidung, keine Differenzierung der Person, sondern danach kommt die Differenzierung darüber, wie lange der Bildungsweg weiter verfolgt worden ist, bis hin zum Studium hinterher. Das sind, das sind Systeme, die möglich sind. Die kann man aber nicht so einfach in Deutschland umsetzen, weil die Bildungspolitik in Deutschland ein starres Korsett ist. Und, ähm, um dieses aufzubrechen, müsste es über Generationen hinweg, beziehungsweise über zwei verschiedene, drei verschiedene, vier verschiedene Generationen hinweg, unterschiedliche Bildungssysteme parallel zueinander laufen. Das ist unmöglich. Das ist der Grund, warum es keine so starke Reformen der Bildungspolitik geben kann. Man kann die nicht einfach direkt über den Haufen werfen. So. Das war ein Exkurs, der überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun hatte. Keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin, aber musste ich jetzt einfach mal sagen. Habe ich mal eine Frage, wenn du da Ahnung hast. Wieso vergeht man die Musiknoten, vor allem beim Vorsingen? Das ist ein Punkt, über den auch schon häufig gesprochen worden ist. Also Musik an sich soll eigentlich eher in der Richtung denken, dass das Künstlerische und das, dass, ähm, das selbstständige Denken, die selbstständige Erarbeitung und diese, diese künstlerische Note mehr gefördert werden. Aber, ob das jetzt einen Zusammenhang hat zwischen Musik, ist das Talent oder ist es was anderes? Über Talent kann man auch nochmal sprechen. Talent gibt es tatsächlich. Talent ist angeboren. Kann nicht erlernt werden. Es ist wirklich so. Es gibt verschiedene Ansätze mit dabei. Aber, ja, da habe ich, irgendwann habe ich die Frage 3 selber dabei aufgegeben. Genau. Diese Gespräche Samstagsmorgen top. Freut mich. Sehr spannend, solche Ausschreibung. Von der Aufteilung in Hauptreal und Gymnasium. Das Einzige, was man ändern sollte, die Einteilung erst nach der 6. Klasse zu machen. Du wirst immer eine, ähm, eine Benachteiligung der niedrigeren Bildungsstufe in dem Fall haben. Gleichzeitig wird es immer dazu führen, dass eine, eine, äh, regelrechte Überflutung der höheren Schulen in dem Fall sind. Ein großes Beispiel dafür, dass vielleicht auch mal im Umkreis gehört worden ist, Person XY wird nach der Grundschule für die Hauptschule empfohlen. Eltern sehen das nicht ein, weil schlechte Bildungschancen hinterher, da muss man auf den Arbeitsmarkt nochmal drauf schauen, ähm, schlechte Arbeitsplatzchancen hinterher, also zwingen wir den in das Gymnasium rein. Das heißt, du hast das Gymnasium, das überflutet wird mit vielen Personen, wenn sie dann auch angenommen werden, ähm, die allerdings auch teilweise gar nicht diese Leistung haben. Trotzdem haben wir diese, diese, diese riesengroße Menge an Leuten, die im Gymnasium sind. Gleichzeitig allerdings auch eine Benachteiligung für die Leute, die auf der Hauptschule dann sind oder auf der Realschule dann auch sind. Ich war selber auf der Realschule und bin dann erst im Gymnasium gegangen. Ähm, ja, und gleichzeitig hast du auch noch Personen mit dabei, die dann einfach dieses Leistungsniveau des Gymnasiums in dem Moment nicht erfüllen. Also ganz viele, ähm, ähm, ganz viele Einflussfaktoren, die da drauf zutreffen in dem Falle. Wir haben es jetzt im Moment so, das ist jetzt Stand 2014 gewesen, das heißt, das kann sich schon geändert haben, neun Jahre ist das jetzt her, das ist eine lange Zeit. Aber ihr könnt euch vorstellen, im Jahr 2014 war es so, von einer Generation, die die Schule abgeschlossen hat, waren 50% Abiturienten. Und von diesen 50% der Abiturienten haben 50% angefangen zu studieren. Das heißt, die Hälfte eines jeden Jahrgangs hat dann Abitur gemacht und davon die Hälfte, also ein Viertel jedes Jahrgangs, hat sogar ein Studium angefangen. Ob sie es beendet haben, war in der Studie nicht mit dabei. Aber angefangen. So, deswegen bin ich ein Verfechter davon für ein einheitliches Schulsystem bis zu einem bestimmten Zeitpunkt X und, äh, dass das dann aufgeteilt wird. Für Kultusminister ist das nicht die Standardbearbeitungszeit. Bin inhaltlich voll bei dir, aber selbst, äh, am Gymnasium hast du unterschiedliche Lerntempos gehabt und hast, äh, Homogenität, Lerngeschwindigkeit benachteiligt, dann letztendlich alle. Ja, das stimmt. Ähm, ja, den Punkt verstehe ich mit dabei. Die Problematik ist halt wirklich, ähm, das ist auch der Grund, warum diese Bildungsreform so noch nicht umgesetzt wurde oder ähnliches angepasst wurde. In Form von, zum Beispiel ein einheitliches Schulsystem, weil es halt trotzdem noch, ähm, diese, die andere Seite gibt, die I-Storm auch zurecht anbringt. In Form von, es hast, du hast halt trotzdem auch Individualität, du hast ja noch Individuen mit dabei. Ja, Individuen, äh, Individuen, die sich dann Schülerinnen und Schüler nennen, die unterschiedliche Lerntempos haben. Und wie will man das jetzt auffangen? Will man unterschiedliche Lerngruppen dann innerhalb der Schule aufbauen und dann dadurch wieder verschiedene, äh, wie nennen sie mal, Klassensysteme aufbauen, die dann hinterher vielleicht auch wieder im Zeugnis... ...festgehalten werden, weil dann wieder eine Benachteiligung ist von denen, die ein hohes Lerntempo haben und dann ist es für manche vielleicht schwieriger mitzugehen. Also, es ist alles komplex. Da muss man halt lange drüber sprechen, ne? Das ist, ähm, ja. So, Avari, grüß dich, hi. Alles egal, privat, wir haben einfach Geld dagegen, Nachhilfe, Material, Ausstattung. Haben nur die Probleme, die sich das nicht leisten können. Oh ja, oh ja, die Ungleich, äh, die, äh, der Einfluss von, von der wirtschaftlichen Kaufkraft des Elternhauses ist auch noch ungemein. Aber wie gesagt, da würde ich jetzt, da könnte ich, da könnte ich mit euch Stunden über Stunden im Stream drüber reden. Das sind so interessante Themen mit dabei. Viele, viele Bereiche, ähm, die man auch erstmal so durchschaut hat, wenn man dann wirklich im Studium sich damit, damit, damit befasst hat. Ähm, nicht in Form von, ah, ich weiß es jetzt in dem Fall besser, sondern genau in diesem Form von, ja, warum machen wir das dann nicht einfach so? Ja, weil, dann kommt das. Ja, aber warum machen wir das dann nicht so? Ja, weil, dann kommt das. Also viele Gedankengänge dahinter. Man muss ja auch sagen, die Leute, die sich jetzt im Moment um das Bildungssystem kümmern, ne, also Kultusministerkonferenz beispielsweise. Ich weiß, es wird häufig mal gesagt, aber es sind ja nicht blöde Leute, die dort sitzen. Ja, die sind ja, sitzen ja nicht dort, sind doof und wissen nicht, wie sie weitermachen sollen. Sondern es ist einfach problematisch und schwierig, das weiter voranzubringen. Okay. Ich glaube aber jetzt, jetzt mache ich mal, jetzt mache ich lieber einen Deckel drauf, weil sonst, sonst verrenne ich mich wirklich komplett und wir sind nicht mehr im Spiel drin. Das wäre ja auch schade. Ich hoffe trotzdem, dass euch dieser kleine Ausflug ein bisschen gefallen hat. Ja? Ähm, mal so ein bisschen rumfachlamitieren hier. Ist zwar nichts, wenn jetzt hier jemand reinkommt und Ostriff gucken möchte und dann erzähle ich auf einmal über so einen Mist, wo dann auf einmal die Leute sagen, oh geil, bei dem bleibe ich mal, aber ich glaube, das ist eine ganz spannende Sache. So, was haben wir denn hier oben? No manager to handle crop rotation. So, haben wir denn hier keinen Manager? Packen wir mal eine andere Person mit da rein. Das wird Dorf wechseln und gedeiht. Wir haben aber ein Problem. Das Geld. Das Geld. Mein Dorf hat bald keine Einwohner mehr. Stimmt auch das? Was ist denn hier passiert? Badfried, grüß dich. Was ist denn hier passiert? Die sind ausgezogen. Da kommen wieder die ersten. Verdurstet? Freut mich, dass es euch gefallen hat. Wir haben uns halt darauf verlassen, dass die Selbstversorgung durchgeht. Jens, hallo. Vielen Dank für die Bildungsdiskussion. Oh Gott. Das hat alles zerrissen. Das heißt aber auch für uns, wenn man hier Importanfragen wenigstens auch steuern könnte. Wir gehen mal hier hoch. Oh. Wir schauen mal. Ich habe nämlich vergessen, den Hühnerstall zu bauen. Selbstversorgung. Ja, gut. Die Selbstversorgung ist halt wirklich nur eine Selbstversorgung. Wir haben versucht, darüber ein Dorf zu... 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 Dankeschön. Ja, aber nichtsdestotrotz gilt für alle Personen, die trotzdem hier geblieben sind und neu sind. Ihr dürft trotzdem sehr gerne ein Follow hier lassen, falls ihr Strategiefans seid. Würde ich mich immer drüber freuen. Direkt hier unter mir, kostenlos, könnt ihr mir ein Lächeln ins Gesicht zaubern und euch gleichzeitig plus 10 auf unfassbare Intelligenz zaubern. So einfach geht das, ja? So einfach geht das. Ja, 41 Minuten, 42 Minuten seit dem letzten Follow her. Das müssen wir ja bestimmt ändern. 42 Minuten. Boah. Das ist ja ein... Ein Vierl des Streams. Ein Zehntel des Streams. Nee, vier Stunden sind... Davon sind 40 Minuten nicht 10%. Bildungssystem. Yay. Da haben wir es wieder. Naja, cool down. Vielen lieben Dank für den Follow und Serenity ein. Vielen lieben Dank. Auch an dich. Dankeschön. Vielen lieben Dank an euch. So. Guten Hunger auf jeden Fall. TC Tom. Mahlzeit. Ein Feld ist zu wenig. Erstes Jahr Korn, zweites Jahr Flax. Dann bauen wir ja keinen Korn im zweiten Jahr an. Erstes Jahr Korn... Eigentlich sollte das zweite Jahr leer bleiben. Aber ja, du hast mit dem... Mit dem einen Feld hast du auf jeden Fall recht. Da sollten wir noch mehr bauen. Ted. Moin, moin. Hallösche. So. Bleiben wir mal dabei zu sagen. So. Feld. Baum, Feld. Oder noch irgendwas anderes. Kartoffeln. Nochmal danach Kartoffeln. Und dann lassen wir ein Jahr leer. So. Okay. Mal schauen, ob wir das dann so haben. Der ist angekommen. Das heißt, offers Buckwheat. Können wir Buckwheat gebrauchen? Für 1.000. Deal! Es gibt Pommes. Ja, wir frittieren die dann einfach direkt. Buchweizenpfannkuchen. Ja. Und? Können wir doch bestimmt irgendwie benutzen für die Hühner, oder? Können die kein Buchweizen essen? Nee, Schnaps. Hört auf mit eurem Schnaps hier. Wir holen uns einfach noch einen Obstgarten. Wir machen einfach nochmal... Der große Bauer. Ähm, jetzt müssen wir nur noch... Welch... Welch Gemeinheit! Das passt nicht. Oh, Ups. Ja, gut. Wenn es sein muss. So, dann setzen wir da nochmal einen hin. Da setzen wir da nochmal einen hin! Soll ich das mit Entfollow mal probieren? Das wäre doof. Das wäre doof. Weil wenn ihr nämlich entfollowt und wieder reinfollowt, dann wird mir das in der Statistik als negativer Follow angezeigt. Dann bin ich traurig. Field is not activated. Wieder anmachen. Das Game ist sehr detailliert. Also man hat hier auf jeden Fall viele Sachen, die man beachten muss auch. Auch schön, wie jetzt wächst hier ja langsam alles. So, und dann gucken wir hier rüber. Kicken wir hier rüber. Schön. So, dann haben wir hier ein bisschen noch mit dabei. Mal gucken, ob wir das vielleicht anders... Selbstgemachtes Bauernfrühstück. Oh, guten Appetit. Guten Appetit. Lass es dir schmecken. Schön, dass du da gewesen bist. Was Trauriges. Oh, danke schön. Ich glaube, es kommen Leute zur Burg. Wow. Also es muss noch ein bisschen was nachgebessert werden. Ich weiß nicht, wie das Balancing technisch ist. Dafür habe ich zu wenig gespielt bislang. Cool, da und hi. Ja, mir geht es gut. Ich hoffe, dir auch. Ist das Game zu empfehlen? Es kommt ein bisschen drauf an, was du von Aufbauspielen erwartest, würde ich sagen. Das hier ist halt wirklich ein idyllisches Wir bauen einfach nur auf, ohne jetzt... Oh, getrockneter Fisch, ohne jetzt große Action dazwischen zu haben oder ähnliches. Bei dem auch noch 50% sind ungefähr fertig, würde ich jetzt so aus dem Bauch heraus sagen. Ja. Genau, das Ziel ist wirklich, eine Stadt zu werden. Immer größer zu werden. Nicht mehr und nicht weniger. Jetzt benutzen die auch endlich mal den Weg. Gott sei Dank. Boah, ich dachte schon. Ich hoffe mal nur noch, dass das hier... Aber bitte mit Wolkenkratzern. Ja, Wolkenkratzern nicht, aber Mehrfamilienhäuser haben wir auf jeden Fall hinterher. Und hier so. Und da haben wir den Zirkelschluss, wieso wir hinterher zu dieser Bildungsdebatte gekommen sind. Spiel muss ich mir merken. Also da machst du auf jeden Fall nichts falsch mit, wenn du Aufbau magst. So ruhiger Aufbau. Schöne, entspannte Aufbau. Da ist wirklich... Ist eine tolle Sache. Ist eine ganz, ganz tolle Sache. Das kann ich sagen. Jetzt mal kurz das... Eben nur mal gucken. Hier. Parallelow. Parallelowitsch. So, okay. Welcher Zeit spielt das Spiel circa? 1725 befinden wir uns gerade. Und starten tut 1721. Also im 18. Jahrhundert. Und dann geht es langsam, aber sicher vorwärts. Je nachdem. Wir sind jetzt ein bisschen zurückgeschlagen worden, weil wir uns wenig um die Nahrung gekümmert haben. Ich hoffe... Ich hoffe, dass wir das jetzt ein bisschen ungeändert bekommen. Wir brauchen halt doch mehr... Boah, wir brauchen noch so viel mehr. Von allem. Hol die Fahre sein. Der Destille. Die Destillerie. Sehr schön. Heuper. Wir bleiben bei dem... Wir bleiben bei den Obstgärten. Vielleicht holen wir uns sogar noch eher einen dritten Obstgarten mit hinzu. Das könnte... Oh nein, das passt auch nicht. Wieso ist es so groß? Weil wir könnten es ja ein bisschen kleiner machen, um ehrlich zu sein. Ups. Ne, das war nicht F1. Das war Escape. Ja. So, F1. Und dann ziehen wir das einmal hier hin. Ich will nur mal grob gucken, wie wir das hier hinsetzen können. Also den setzen wir dann da hin. Dann könnten wir den hier... Ja, weiß ich nicht. Lohnt sich das? Das so zu bauen? Weil besser haben als brauchen, oder? Was sagt ihr? Sollen wir mal so einen kleinen Obstgarten dazwischen setzen? Oder sagt ihr, nee? Den brauchen wir nicht. Was meint ihr? Was meint ihr? Dass wir hier so einen kleinen Weg dazwischen haben. Wir können halt nicht nur eine Zwischensache da reinpacken, glaube ich. Schade eigentlich. Geht das Spiel so lange? Bis 1815? Das weiß ich nicht. Dass nicht aufgeschüttelt wird, sondern die Häuser unterbaut werden. Ja. Finde ich auch gut. Ähm. Nicht, äh, voll Arbeiten und nichts. Stimmt die Arbeitskraft. Ja, ja. Stimmt die Arbeitskraft. Ah, schade, 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 schade. Aber wir können es ja hier hinsetzen. Dann können wir hinterher, wenn wir ein bisschen, wenn wir ein bisschen den Arbeitskraft bekräften haben. Wir können auch hinterher ein Haus hinsetzen. Ganz ehrlich? Ein Haus mit Garten. Und am Ende der Straße ist mein Haus am See. Da haben wir es. Ah. So. Und dann setzen wir wirklich... Das ist Haus. Ich mag die Idee. Ich mag die Idee. Dann haben wir das nämlich alles so ein bisschen, bisschen enger hier aneinander gebaut. So. F1. Dann. Einmal hier rüber. Könnte man das bis hier hin ziehen? Dann kommt das einmal hier hin. Nein. Ah. Nein. Ich war so zufrieden damit. Einmal dann hier runter. So. Einmal gerade. Mal hier hin lang. Und den setzen wir dann, wie gesagt, hier hin. mit Steuerung schön. Machen wir sogar mal so. Nichts sagen, Chat. Nichts sagen. Wir müssen jetzt ganz ruhig sein. Leute. Wir müssen jetzt ganz, ganz ruhig sein. Wir dürfen uns jetzt hier nicht ins Boxhorn jagen lassen. Geil, oder? Ich glaube, glaub mir. Wenn das hinterher... Wow. Un-even-terror. Ah. Große Sternen. Danke schön. Wir deinen Follow. Mann. Das ist jetzt so gut gepasst. Echt jetzt? Also es würde... Dahin passt es also nicht. Das ist... Das ist so doof. Aber gut. Dann bleiben wir hier bei. So? Besser? Dass es so dicht da dran gebaut ist? Warum kein Staudamm? Hier sieht man übrigens das mit dem Untermauern. Wie dann nur ein EA-Titel und kein fertiges Spiel? Das finde ich unfair. Weil das ist ein einzelner Entwickler. Der halt dann einfach hier drauf schaut. Und das alles dann halt für sich entwickelt. Und was man halt dazu sagen muss. Dass dieser Mensch... Ist jetzt in dem Fall ein spezielles Teil. Deswegen kann ich das auch durchaus nachvollziehen. Dass man da vielleicht nicht drauf kommt. Aber der hier musste vor dem Krieg fielen. Das ist Ukrainer. Dem wurde sein Haus zerschossen. Der konnte irgendwann nicht mehr weiterentwickeln. Weswegen sich die gesamte Entwicklung jetzt sehr stark verzögert hat. Und jetzt hat er erst die Entwicklung wieder aufgenommen. Und konnte deshalb auch lange Zeit sein Spiel nicht finalisieren. Weswegen sehr, sehr viel auf der... Ja, auf der hohen Kante jetzt liegt. Ja, aber dieser Baum hier in der Mitte. Der muss weg. Der ist ja... Not enough workers. Das habe ich wohl schon gemerkt, wenn nicht so viele Arbeiter haben. Aber jetzt müssen wir auf jeden Fall mal ein paar... Ne, aber auf der Roadmap stehen schon andere Sprachen drauf. Haben wir vorhin gesehen gehabt. Grüß dich, Killer-Biest. Das hier wird ein bisschen problematisch. Wir haben einfach den nicht abgeholzt. Er hat sich einfach drum herum ge... Vielleicht können wir den ja markieren. So. Das sollte doch gehen. Ähm. Nichtsdestotrotz. Nichtsdestotrotzki. Ich hoffe mal, dass sie sich jetzt mal langsam darum kümmern werden. Irgendwie wird hier auch nichts geliefert. Kann das sein? Warum machen die da nichts? Wieder 32 Leute. Juhu. Will den Deal abbrechen? Nee. Ich habe mal... Ja, habe ich ausgekundschaftet. Aber da habe ich fast eine Sehenscheinentzündung beibekommen. Kannst du etwas vom Spiel erzählen? Wir bauen hier drin ein ukrainisches Dorf. Oder ein osteuropäisches Dorf. Nee, ich glaube, es soll ein ukrainisches Dorf sein. Im 18. Jahrhundert auf. Bei dem wir langsam, aber sicher immer größer werden. Und uns auch langsam in die moderne Reihen bewegen. Indem wir dann auch so ein paar Ziegelsteinhäuschen hinsetzen können. Das Spiel ist komplett darauf ausgelegt, dass wir schön entspannt mit selbstversorgenden Dörfern und ähnlichem und selbstversorgenden Häuschen unser Dorf aufbauen. Keine Action mit dabei, kein Krieg mit dabei. Hinterher soll nochmal Diplomatie und Handeln mit dazukommen. Das ist allerdings noch nicht implementiert. Also im Moment haben wir hier wirklich eine Städtebausimulation, bei der wir so ein paar Elemente haben, die zum Beispiel auch aus Männerlords bekannt sind. Mit den Häusern einfach selbst hinstellen und ähnliches. Ja, genau. Das ist das Spiel. Schade, dass ich dieses Dorf jetzt hier nicht noch ein bisschen rüberpacken kann. Das könnte man so schön da dran packen. Hunger und Abstände der Bevölkerung ist drin. Ja. Das Problem haben wir nämlich jetzt gerade. Das Problem haben wir nämlich jetzt gerade. So, arbeite ich jetzt hier ein Junge? Na gut, ist mir jetzt prinzipiell erstmal egal. Da können wir dann Aprikosen hinpacken. So. Kann ich es zerstören oder vernichten? Nee, aber da haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen gehabt im Stream sogar. In wenigen oder gar keinem Aufbauspiel, das mir jetzt spontan einfällt, ist eine gute Kriegsmechanik drin. Ihr mit eurem Schnaps immer. Aprikosen-Schnaps, Kartoffelschnaps. Hört auf, alles zu Schnaps bearbeiten zu wollen. Vielleicht gibt es ja Mods. Modbarkeit soll aber noch kommen. Deswegen, keine Ahnung, wie gut die jetzt im Moment sind. Was ich lieber mag, ich weiß, dass manche darauf stehen, aber ich mag es lieber, wenn ich Wege selber setzen kann. Weil sonst haben wir nämlich so einen Flack, wie er war, wie hier drüben. Wo die ganzen grünen Flächen weggetragen werden und die Bäume auf der Straße stehen. Seltsam. Na gut. Arrived. Na gut. Unterhosen-Schnaps. Gibt es Tanzzapfen-Schnaps? Ah! So, ich erhöhe nochmal die Geschwindigkeit. Ich erhöhe euch die Steuern. Gewählt ist gewählt. Ihr könnt mich jetzt nicht mehr feuern. Das ist ja das Geile an der Demokratie. Habe selbst nie gespielt. Ja, aber das ist auch furchtbar. Also Far-des-Front. Hier finde ich ganz furchtbar das Kriegssystem. Ähm, die Mechaniken. Boah. Das mit den Barditen ist so nervig. Das ist auch kein, das bringt auch keinen Spaß dazu oder ähnliches. Also, das ist tatsächlich eine der schlechteren Kampfmechaniken, die ich sogar im Aufbau spielen kann. Obwohl ich Far-des-Frontier mag. Was machen wir denn jetzt mit dem ganzen Obst? So ein Mist aber auch. Nehmen wir mal hier jemanden weg. Dann können wir hier wenigstens mit zwei Personen arbeiten. Gibt es für ein Spiel auch Katastrophen? Bislang nicht. Vielleicht später mal. Bislang auf jeden Fall nicht. Aus Tandahl wird ein süßer Richtschnaps gemacht. Warum redet ihr heute alle so viel über Alkohol? Als Samstagmorgen. Ah, entschuldigt. Mal eine einzelne Chat, wer heute Abend noch ein bisschen weg geht. Also, ich habe zwei. Ne zwei, falls ihr zu Hause rumschillt. Ich bin zwei. Ich werde heute zu Hause rumschillen wahrscheinlich. Weil alle Leute, mit denen ich was zu tun habe, entweder krank sind oder im Urlaub sind. Da sind sie die zwei. Eins, wer heute Abend noch auf eine Piste geht oder zumindest zu Freunden was trinken. Freunde kommen, genau. Sowas. Oder beides. Schill bei den anderen Leuten rum. Okay, der Großteil bleibt tatsächlich hier. Äh, nicht hier. Bleibt tatsächlich bei sich. Vielleicht heute noch in Neukölln Deutschland versus Türkei gucken. Alles zu Ranger. Willst du mich umbringen? Ich bin über 30. Story setzt sich fort. Ja, die ist dran. Wegen Corona. Gute Besserung auf jeden Fall. Und ich bleibe auch daheim. Dann könnte man einen Open-End-Stream machen. Nein, Leute. Ihr wisst, das kann ich nicht. Also ihr wisst, ne? Wir haben ja den 15-Stunden-Stream gemacht gehabt. Ja? Den 15-Stunden-Stream. Ähm. Nee, länger. Nee, 15 Stunden. Als Game of Cords war. Dann haben wir City Skylines gespielt. Und dann Game of Cords. Das. Ich war danach kaputt. Ich musste eine Woche lang. Ich musste eine Woche lang mich auf die Couch legen. Weil mich 15 Stunden. Ich bin alt. Ah, jetzt heute Vollgas. Ich bin alt geworden. Ich kann nicht mehr den ganzen Tag hier sitzen und zocken. Das geht nicht. Das geht nicht. Deswegen freue ich mich richtig gerne, wenn mal wieder Bürotage bei mir sind. Also zum Beispiel, äh, montags ist dann so ein Bürotag bei mir. Ja? Einfach. Einfach nur organisatorische Sachen machen. Mit Leuten reden. Vielleicht mal einen Podcast aufnehmen. Ja, und dann war's das. Dann war's das. Runranger Sabaton. Das werde ich nie machen. Boah, nie. Ich weiß nicht, wie die Leute das mit dem Sabaton machen. Und dann auch mit dem Schlafen. Aber da... Boah, nee. Ihr wisst, bei mir ist Content mehr als nur zocken. Wobei ich heute halt nur zock. Aber, äh, boah, nee. Ja, stimmt. Habe ich gestern zugeguckt. Und dank Rathler bin ich jetzt süchtig nach Backpack Battles. Toll. Dankeschön, Rathler. Lassen Videos laufen. Ja, das wäre nichts für mich. Ähm... Wir müssen mal gucken, ob wir die vielleicht... Zwölf Stunden Spielzeit seit gestern. Oh Gott. Poolstream, wann? Jetzt gleich. Jetzt gleich. Springe ich da mit meiner dicken Plauze in den Pool rein. Da freuen sich alle. Ähm... Wie sieht's denn hier insgesamt aus? Wir lagern ja nicht alles ein. Deswegen lasst uns mal eine riesengroße Kornkammer... Kornspeicher... Nicht Kornkammer. Eine riesengroße Kornspeicher... Nee, das ist das falsche. Trade and Transport. Granary setzen wir einmal zu unserem Haupthaus hin. So würde ich das jetzt mal sagen. Vielleicht sogar daneben. Oder? Also ich bin mir jetzt gerade am überlegen, wo ich den hinsetze. Ich könnte mir vorstellen, dass ich den hierhin pflanze. Dann auf die andere Seite einen Marktplatz. Dann haben wir das auch enger gebaut. Ja, wir machen das so. Wir machen das auf jeden Fall so. Bam. Einmal reingezimmert. So. Wo seid ihr dabei? Es gibt keinen Poolstream. Wobei ich auch immer... Ich bin ja einer der Verfechter. Ich sag auch, wenn ihr wollt, dann bringe ich euch hier in Only Ranger. Dann kann ich hier meine verhornten Quanten in die Kamera halten. Und dann hier schön 10 Euro dafür reindrücken. Ja. Dann seht ihr hier mal die abgewetzten Füße. Ja. Mit den 10 Nägeln, die in alle Richtungen stehen. Ja. Durch Märsche. Kilometerlange Märsche. Märsche über Märsche. Komplett im Eimer die Füße. Ja. Könnt ihr euch die angucken. Wo man mit einem Schleifer dran gehen muss. Und die Funken fliegen. Wirklich ist das. Wirklich ist das. Aber ich habe kein Problem mit. Ich habe jetzt vielleicht Mitleid Stufe 2. Wahrscheinlich würden sogar Leute dafür bezahlen. Ja. Als ich mit dem Streaming angefangen habe. Also das erste Mal, als ich Streams gemacht habe. 2019. Das ist also lange bevor der Kanal so richtig losgegangen ist. So eine einzelne Streams. Da war ich ja jünger. Hatte noch volleres Haar. Und war auch dünner. Da gab es wirklich mehrere Leute. Das war nicht nur einzelne. Da gab es mehrere Leute. Die immer Bock hatten. Auf einmal in den Chat reinzuschreiben. Boah, siehst du geil aus. Und ich dachte mir so. Alter, what the fuck. Jetzt bin ich ein fetter alter Mann geworden. Das ist egal. Aber ich will mir gar nicht vorstellen, was sich da Frauen auf Twitch aussetzen müssen. Haben sich nach nur zwei Jahren erholt. Bei deinem Vlogfiel zum Schleifer gehst. Ja. Was siehst du geil aus. Wo sagst du geil aus. Ja. Sexy Ranger. Nein, das soll jetzt niemand mehr. Das war ein negativ beispiel. Hört auch sowas zu schweigen. Mann. Ich verliere mich hier schon wieder. So. Ich verliere mich nicht nur gleich. Ich vergesse mich gleich auch noch. Wie viele Nägel haben wir momentan? 358. Und Holz haben wir? Wir haben kein Holz. Wir haben kein Holz? Doch. Haben wir. Was ist ein fescher Boy? Wann geht eigentlich der zweite Stream auf OnlyFans los bei dir? Ja, direkt nach dem Stream. Direkt nach dem Stream wird hier, da wird der Pullover weggerissen. Und dann geht's rund. Da gibt's dann noch den speziellen Ranger-Merch. Mann. Dann krieg ich eine Gänsehaut, wenn ich das so lese. Dann krieg ich eine Gänsehaut. Ey, ehrlich. Niki macht's gut. Schön, dass du da gewesen bist. Ich würde jetzt auch gehen. So. Ich bin mal gespannt, ob die das jetzt schnell genug weggeholzt bekommen. Aber. Wir haben ganz viel Weed. Wir haben halt. Och Gott. Wir haben niemanden in der Windmill. Das erklärt natürlich einiges wieder. Ginny René. Vielen lieben Dank für deinen Sub im 24. Monat. Woo. Yay. Vielen lieben Dank bei der Unterstützung Mission 350. Und zwei Jahre voll. Das sind jetzt. Guck mal. Das sind die ersten Personen, die zwei Jahre jetzt voll haben bei Ranger. Das heißt. Im November. Ja. November, Dezember. ein bisschen hochgefahren. Und am 1. Januar ging's richtig los mit dem Kanal. Das heißt. Ihr seid. Oder. Nö. Du hast ja sogar die Eins da. Ginny René. Du bist alt. Also wie ich auch. Wir sind halt. Wir gehören zum Inventar. Dankeschön dafür. Eins nicer Boy. Hühnerpelle im Ruhrgebiet. Ja. Hühnerpelle kannst du auch sagen. Das geht auch noch klar. Was? Ich komme hier rein. Sub für 24 Monate. Und dann werde ich alt genannt. Hätte ich das mal vorher gewusst. Hätte ich den Sub nicht gegeben. Dank dir nochmal. So. No Jobs available. Hühnerpelle. Also. Also wenn wir eine Sache haben. Dann auf jeden Fall. Wenn wir eine Sache nicht haben. Dann guck mal. Das hier ist übrigens unser Hubschrauber. Wenn wir langsamer machen. Dann dreht sich das auch in normaler Geschwindigkeit. So. Dann haben wir auf jeden Fall Mehl hergestellt. Was machen wir jetzt mit dem Mehl? Ich würde sagen. Am besten Brot. Ein leckeres Brot. Habt ihr schon an der Bakery gesehen? Nur eine Brauerei. Oh gut. Kann nicht mehr aufhören zu lachen. Was? Jetzt geht es los hier. Wo ist denn Brot? Mehlbombe. Wir bauen jetzt eine Mehlbombe. Ja. Leather. Euer Volk verhungert. Ich will ja Brot bauen. Aber ich sehe es nicht. Seht ihr Brot? Jetzt komme ich mir vor. Jetzt komme ich mir vor wie bei der Kinderserie. Oh. Wir brauchen jetzt einen Bäcker für unser Mehl. Habt ihr zufälligerweise einen Bäcker gesehen? Wo kann nur der Bäcker sein? Hast du den Bäcker gesehen? Ich sehe ihn einfach nicht. Jeder macht sein Brot selber im Haus. Oh. Es gibt keinen Bäcker. Jeder backt selber. Das nennt sich Selbstversorgung. Dafür braucht man in Deutschland eine Gewerbeanmeldung. Um darauf Steuern zu zahlen. Nein. Das braucht ihr nicht. Keine Angst. Ich höre euch nicht. Um Mehl kannst du verkaufen. Das heißt, ich kann Mehl produzieren und die backen zu Hause dann damit. Ich lag auch in den Augen. Oder warum hast du das an Bändisch? Das ist ähnlich wie Bändisch. Junge Bäcker in Oströf. Das geht jetzt hier wirklich rum. Ey. Leute, Leute. Okay. Das heißt aber auch für uns gleichzeitig. Wir nehmen mal Honig raus. Und wir setzen dann mal Mehl hier rein. Bei F. Da. So. Und das schnappen die sich dann. Und das können wir dann verkaufen. Und dann backen die sich selber Brot. Das ist auch eine interessante Sache. Also das ist auch untypisch. Muss man sagen. Sehr, sehr seltsam. Also sehr, sehr seltsam. Um das Brot zu finden, muss man schon echt Mehl haben. Nasenbloten. Ich finde, ich habe das Gefühl, dass überproportional häufig Winter ist, oder? Jetzt mal so einen schönen Klimawandel. Dann haben wir auch keinen Winter mehr. Genau. Hätte aber auch erstmal gesucht, weil in meinem Kopf fehlt einfach ein Teil der Warenkette. Genauso sehe ich das nämlich auch. Also das ist halt so diese typische, in allen Aufbauspielen, die ich kenne, Weizen, Mühle, Bäcker. Tja. So. Hier nicht. Hier ist es anders. Was nicht schlecht ist. Nur ist es ungewohnt. Deswegen. Ja. Ähm. Dann holen wir uns so einen schicken Shop-Shop. Vielleicht sind die Jahreszeiten noch angepasst und nicht typisch europäisch. Uh. Stimmt. Das ist ja ein interessanter Gedankengang. Absolut richtig. Könnte auch sein. Sir Firsty. Grüß dich. Hallo. So. Und dann setzen wir mal. Warte. Wurst der Eingang? Da. Setzen wir mal jeden hin. So. Die Granary ist gleich durch. Das heißt. Jawohl. 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 Von Production. So. Dann haben wir hier die Produktionskette. Und hier haben wir nochmal ein bisschen was anderes. Wobei. Ne. Das lassen wir weg. Wir holen uns hier nur die öhrliche Produktionskette rein. Da weiß man halt noch, wie man selbst Brot backt. Ich könnte euch tatsächlich. Also wenn ich mich jetzt hinsetzen würde, vielleicht. Aber ich könnte jetzt nicht aus dem Kopf heraus ein Brot backen. Ich kann euch sämtliche andere Sachen machen. Vor allem Fleischrezepte kenne ich mich aus. Aber. Wir brauchen langsam mehr Eisen. Haben wir ja schon. Rangers Backstube. Ne. Ich bin tatsächlich. Ich kann besser kochen als backen. Backen ist nicht meins. Wobei mein Opa. Mein Opa. Mein Opa heißt das. Mein Opa war gelernter Konditor. Also der konnte noch. Der hatte noch richtig. Der hat noch richtig das Handwerk gelernt gehabt. Ja. Gut. Hat ihn dann nicht so viel gebracht, als er in den Zweiten Weltkrieg musste. Aber backen hat er trotzdem gelernt. Oder gerade dort hat es ihm viel gebracht. Setzen wir hier oben nochmal. Welche hin? Zwei Stück. So. Ohne Rezept kann ich fast gar nichts in der Küche. Servus. Also Brot kompliziert oder sehr simpel sein. Je nachdem was für Brot man will. Aber vom Prinzip reicht Mehl, Hefe und Wasser. Und Salz, oder? Muss auch noch ein bisschen Salz rein. Ich habe irgendwie im Kopf, dass ich das dann noch Salz dran muss. Wobei wir ja auch mittlerweile an alles Salz dran machen. Das muss man ja auch sagen. An viele Sachen, wo man auch gar kein Salz mehr dran muss. 600 Milliliter Wasser, 1 Kilo Mehl, 1 Teelöffel Salz, Prise Zucker und 7 bis 9 Gramm Hefe. Wie kann man hier eigentlich Geld machen? Verschiedene Sachen. Für den Markt zum Beispiel können wir verschieden subventionieren. Wir können die Gehälter einstellen. Das ist so der Weg, worüber wir dann Geld verdienen. Wobei ich jetzt im Moment echt viel Minus mache. Also da müssen wir auch mal aufpassen, dass wir hier irgendwie denen das nicht alles wegkaufen. Was die hier gerade eben haben. Radieschen, also Meerrettich und Salat kauft aber keiner. Und dann wundern die sich, dass sie alle verhungern. Minus und Hefe sind Hauptzutaten damals gewesen. Bei Sauerteig gibt es dann nochmal was anderes. Eine Prise Salz, okay. Reicht dein Brunnen noch? Ich frage mich die ganze Zeit, warum es einen Wassermangel gibt, um ehrlich zu sein. Lasst uns mal, lasst uns mal zweiten Brunnen auch vielleicht da hinsetzen. Vielleicht hilft er uns ja nochmal ein bisschen. Das Schöne ist, wir können den hier hinsetzen. Perfekt dazwischen. So. Kannst du auch noch dein aktuelles Marktsystem erhalten? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was passiert, wenn wir auf Null sind. Kann ich euch nicht sagen. Wir haben Einkommen von 48,87. Wir haben Ausgaben von 147. Lokale Verkauf. Warum haben wir denn so viel? Aufgrund der Gehälter. Also gehen wir mal ein bisschen mit den Gehältern runter. Managergehalt passt sich an. So. Und Lentex machen wir halt wenig House Ranting. Die Gehälter senken und dafür dann aber hier die Steuern erhöhen. Ja, voll. Ich fühle mich so gut. Stein muss so weit. Steine haben wir hier auf der Karte, glaube ich. Hier drüben. Oh, nee. Große Kieselsteine. Limestone. Hm. Wasserwahrer braucht, können wir uns angucken in der Statistik. Hoppala. Ressourcen. Äh. Water. Steht einfach, steht einfach gar nichts. Ja, nun. Also theoretisch könnten wir uns das angucken. Ach, Drinking Water. Ach, das ist nochmal eine eigene Kategorie. Ja gut, aber da, da muss man aber auch fair sein. Da kommt man natürlich jetzt nicht direkt drauf, ne? Da kommt man jetzt nicht direkt drauf. Produced. Spent. Stone? Stored Stone. Ich, also langsam sehe ich, glaube ich, schon ein bisschen doppelt. Ich glaube, der zweite Brunnen ist wichtig für uns. Ein Rolling Stone. Ja. Ein rollender Stein, auf jeden Fall. Wir haben Waterdrop in den Brunnen geschmissen. Und zwar, die neue Sorte mit Cola-Geschmack haben wir bei uns reingeworfen. Uh. Die so schön hat geprickelt in mein Bauch, Nabel. Wobei, dann, das verfärbt das Wasser halt auch dunkel, ne? Wie Cola halt. Ich weiß nicht, ob ich das, ich weiß nicht, ob ich das dann, ob ich das dann, äh, wenn ich das aus dem Brunnen holen würde, trinken würde. Ja. Nicht, weil das schon nicht schmeckt, sondern wenn ihr dunkles Wasser aus dem Brunnen holt, solltet ihr es erstmal nicht trinken. Warum wir das dann zweiten Brunnen? Haben wir gemacht. Der wird hier gerade hingepackt. Was hat der denn da gehabt? Ein Käfig? Das witzig aus. So. Ähm. Wir müssen ja auch noch gucken, wo wir die Apple hinterher reinpacken, ne? Also, das ist auch noch nur so eine Sache. Äh. Set automatically from. Aber, also, wir packen es automatisch an die Produktion dran. Äpfel. Aprikosen. Leder. Zimt. Kirsche. Ich kann mir vor, als würde ich einen Rum beschreiben. Rum, äh, Whisky-Tasting. Ähm. Aber die müssen ja auch irgendwo eingelagert werden. Und die sind hier zum Beispiel noch gar nicht drin aufgeführt. Hier. Äpfel. Aprikosen. Außer, die werden nicht automatisch darüber erfasst. 800. 800. Ach, die müssen aufgekauft werden? Wie, Moment. Ich muss dem Apfelbauer seine Äpfel wegkaufen? Ich glaube, ich spinne. Ne. Das ist eine Produktion. Das ist eine staatlich subventionierte Produktionskette. Ich glaube, jetzt geht es hier los. Ihr wilden. Wilden Kerle. Ich bin auf den Einkauf von den Gärtnern deiner Bewohner. Okay. Das automatisch bezieht sich auf den Einkauf von den Gärtnern deiner Bewohner. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Ja. Also du kannst hier überall Bäume dazwischen packen. Kannst du die Äpfel von den anderen kaufen? Ne, das will ich nicht. Ich bin echt überzeugt davon, ja. Ich habe die vorher schon immer gerne getrunken. Ich mag das. Ich mag die sehr, sehr gerne. Gerade hier. Und zwar unabhängig davon, dass sie Sponsor sind oder so. So hier, das über meinem Finger ist Eistee. Eistee-Variante. Schmeckt mega geil. Mega. Habe ich auch früher mal auf Arbeit reingepfiffen und ähnlichen. Das kann ich... Also grundsätzlich alles, was ich bei mir als Sponsoring habe, ist tatsächlich auch Sachen, die ich selber konsumiere. Die ich selber auch nehme. Deswegen, Nutrition für den dicken Bietzell. So. In die Statistik wollte ich nochmal reinschauen. Und zwar bei den Äpfeln. Weil es müsste ja dann schon mal Äpfel... Hier sind keine Äpfel aufgeführt. Wie lange brauchen die denn, bis die gewachsen sind? Years since planted. Ein Jahr. Wenn wir mehr Worker da reinpacken, wird der Wachstumsprozess nicht erhöht. Okay, das muss man auch mal mit einberechnen. Dass das so lange dauert, bis die dann wachsen. Drück aufs Fragezeichen. Da steht das. Äh. Auf das Frage... Ah, da. Help. Ja. Close. Hier. So start growing trees in Orca. You need to hire workers and choose the type of trees. Okay. Also wir müssen Leute anheuern. Wir müssen sagen, welche Art vom Baum dorthin gesetzt werden soll. Dann fangen wir an, die zu platzieren, bis sie den kompletten Bereich ausgefüllt haben. Bäume müssen mindestens zwei Jahre alt sein, um Früchte tragen zu können. Und das Maximum ist erreicht nach fünf Jahren. Außerdem kommt die, äh, die Anzahl an Früchten, hängt davon ab, ist von Jahr zu Jahr verschieden. Okay. Okay. After the plan, you need to remove all... Aha. Okay. Nach fünf Jahren haben wir also das Maximum an dem, was die tragen können. Gut zu wissen. Also, jetzt sind wir im ersten Jahr. Ab zweiten Jahr bekommen wir hier von Früchte und ab dem fünften Jahr haben wir das Maximum davon. Sehr schön. Alles klar. Okay. Zum Doom. Dankeschön für deinen Follow. Sehr, sehr lieb von dir. Sehr, sehr lieb. Wie weit sind wir eigentlich von tausend... Warte mal. Äh, unser nächstes Ziel sind ja... Ne, da sind wir noch ganz weit von weg. Glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie viele Follower wir haben. Unser nächstes Follower-Ziel ist ja 12.345. Also 1, 2, 3, 4, 5. Aber da sind wir, glaube ich, wirklich noch tausend von entfernt oder so. So lange komme ich dir zwar nicht zu, fünf Jahre. Du musst jetzt hier bleiben. Du hast nach fünf Jahren endlich das Maximum erreicht. Dann wird alles platt gemacht. Oh ja, stimmt. Stimmt, so kann man das auch nochmal gut sehen. Ich würde gerne Grasfläche noch setzen können. Aber das geht leider nicht. Das wäre halt Terraforming. Da fehlen noch 994. Ha, unter 1000. Nee, geht der Command nicht. Ich glaube, den habe ich deaktiviert. Der Gras. Yeah. Hört auf. Deswegen haben wir auch kein Gras mehr. Weil ja alle anfangen, da rumzurauchen bei dem Zeug. Ne? So schaut es doch aus, ihr Pappenheimer. Gebt dazu. Sonst werde ich wild hier. Was sage ich euch? Sonst werde ich richtig wild. Dann geht es los mit dem Wildbrät. Oder was klar ist. Ruhe, dass das klar ist. Lass mich mal eben kurz was schauen. Was schauen wir, du für Drunken Sailor? So. Rauchen wir es noch nicht in Ordnung, wenn sie anfangen, darauf rumzukauen. Sollte man sich langsam Sorgen machen. Es fühlt sich so an, als ob es erst gestern war, also um die 10.000 ging. Das ist noch nicht so lange her. Wir haben sehr viele Follower in sehr kurzer Zeit gemacht. Die Skala in zwei, sei Dank. Jetzt sind wir. Prost, oder? Hallo? Ist Ranger, ist Ranger groß? Ist Ranger eine große Nummer? Hilfe. Ja, tatsächlich sind die Subs wichtiger als die Follows in dem Fall. Also hier Mission 350, aber ihr unterstützt so gut, da mache ich mir echt wenig Sorgen. Und das ist ein sehr schönes Gefühl, dass ich mir wenig Sorgen darum machen muss im Moment. Danke dafür an euch, liebe Leute. Das mit dem Wasser ist auch so eine Sache, die ich noch nicht so ganz verstehe, warum wir zu wenig haben. Häuser sind vakant. Dass hier das Haus in der Mitte vakant ist. Hast du dich schon mal im Stehen gezeigt? Dann wissen wir, wie groß du bist. Ich bin 1,86. Hm. Bäh. Das ist komplett in der Mitte. Aber gerade hier würde ich sagen, das ist doch ein super Platz. Das ist doch ein super Platz. Hier, hast du ein paar Bäume, haben wir da dran gepflanzt, dass dir nicht jeder reinguckt? Hm. Ich habe mal im Stehen gespielt. Ich habe mir da fast immer einen Tisch. Also. Ich kann auch. Hui. So. Wir spielen jetzt. Wir spielen jetzt so. Hm. Was machen wir denn jetzt? So ist prima. Jetzt komme ich mir auch viel näher vor. Und hier bist du so. Okay. Du musst das nächste Mal spielen, wenn du Zwerg spielst. Also das mit dem. Also mir macht auch das Geld Sorgen. Sehr viele Sachen, die mir Sorgen machen. Es ist unfassbar. Naja. Ich speichere mal ab. Let's play. Save. Zurück. Also ein sehr schön. Ein sehr schönes Spiel ist es auf jeden Fall. Danke. deny Palace. Also es soll das jetzt.